Es läuft. Könnt ihr mir mal in den Chat reinschreiben, wenn alles tutti ist? So sieht das aber ganz gut aus. Ich mach mal ganz kurz den YouTube-Chat noch auf. Sieht aber gut aus. So. Das noch. Den Chat öffnen und dann sind wir live. So. Sieht gut aus. Wo ist Sticker? Alles klar, perfekt. Es läuft. Okay. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patti von kartinvestor.de und erstmal einen schönen, beziehungsweise frohen Ostern wünsche ich euch, meine Lieben und eurer ganzen Familie und Freunden und so weiter. Und da auch an den Festtagen gehört es sich natürlich, dass Onkel Kartinvestor für euch streamt. Ganz, ganz wichtig und richtig. Es war gestern viel zu langweilig ohne streamen. Mir haben einfach so zehn Leute geschrieben, was mir eigentlich einfällt, Sonntag nicht gestreamt zu haben. Weiß ich auch nicht. Ich hab auch keine gute Ausrede parat. Auf jeden Fall sind wir heute wieder am Start. Und ich habe mitgebracht, ich war in Mönchengladbach, ich war in einem anderen verwunschenen Keller, also in unserem anderen Store und ich hab ein paar coole Sachen gefunden, da können wir gleich mal reingucken. Auf jeden Fall, falls ihr uns noch nicht kennt oder mich noch nicht kennt, wie gesagt, bin ich Patti. Wir haben Locals in Mönchengladbach und ein Store in Düsseldorf. Wir machen Turniere, ganz normal Verkauf, Merchandise, alles mögliche. Wir machen aber auch Ankauf. Dementsprechend haben wir mega viel Zeug am Start und immer wieder wirklich bunt, gemischt, alles mögliche von Vintage bis modernen Stuff. Unendlich viel auf Lager, immer wieder was anderes. Und fühle ich Eros, fühle ich komplett. Ich hab den YouTube-Chat parallel laufen, Leute. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich versuche den Chat auch dort zu beachten. Aber natürlich, am meisten Sinn macht es, wenn ihr euch Whatnode runterladet. Und ich poste mal ganz kurz einen Link hier rein. Ich hab den Link reingepostet, da könnt ihr draufklicken, dann kriegt ihr 15 Euro sogar gesichert. Und ja, auf jeden Fall, ich habe heute mitgebracht, wir haben One Piece am Start, wir haben Dragon Ball am Start, Fusion World, das neue, was keiner hat. Wir haben Lorkana, Deutsch und Englisch, das neue Set. Wir haben Yu-Gi-Oh! Rarity Collection, andere Yu-Gi-Oh! Sets, Pokémon, das neue Set, andere Pokémon Sets. Wir haben Star Wars, wir haben One Piece. Wir haben... Also wir haben wirklich alles, alles, alles am Start. Und wir haben Einzelkarten natürlich. Und ich würde sagen, ich hab sogar ein Edding. Ich hoffe, der funktioniert. Ich würde sagen, wir starten ganz gemütlich mit bisschen... Achso, und ganz wichtig, wir machen natürlich durchgehend Giveaways. Und dementsprechend, ich brauche mir das nicht die ganze Zeit reinzuschreiben, ich versuche selber dran zu denken. Ich starte mal das erste Giveaway. Und wir starten jetzt erstmal auf ganz süß und entspannt mit einer neuen Shiny-Promo. Auf Deutsch das Ganze. Wenn ich nichts dazu sage, sind die Karten immer niemand. Wir machen immer nur 10 Sekunden auf ganz süß und ein Euro. Und Thema Retouren, wie immer Leute, ihr könnt alles umtauschen sozusagen, beziehungsweise stornieren, solange es nicht geöffnet wurde. Macht euch da nicht so viel Stress, das ist relativ schnell geht das hier. Und dementsprechend sollte man da gucken, dass man, wenn man verklickt, bitte direkt nach dem Stream melden. Also einfach die Storno-Anfrage schicken, weil ich sag's euch, danach ist komplett tot. Gehen wir mal rein, ein bisschen was japanisches. Das ist Regi Gigas Vista, sieht ein bisschen cool aus sogar, kann man feiern. Hallo Zleila. Genau Eros, richtig und wichtig. Da möchte jemand Mod werden. Boah, es fühlt sich so krass an mit einem Edding, der funktioniert. Ich wollte kurz irgendwas von da hinten holen, was war das nochmal? Ne, oder? Doch nicht? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Egal. Achso, eine Tinbox, eine ETB brauche ich. Perfekt. So. So, dann kann ich nämlich die Karten ordentlich wegpacken, ohne dass was umfällt. So, optimal. Augentropfen hab ich natürlich vergessen, gar kein Problem. So. Mein Auge tot. An Ostern, Leute, sag ich's euch, wie es ist. Meine Kinder haben Hasen bekommen und dementsprechend haben die sich sehr gefreut. Die Große hat fast geweint und boah, es war richtig schön. Danach war ich bei meinen Eltern und meiner Frau essen mit den Kindern und ich sag's euch, wie es ist. Nach zehn Minuten war mir so langweilig wie noch nie. Ich hab wirklich, ich saß da, ich war tot. Also, das war der erste freie Tag nach Monaten. Es war gottlos langweilig. Kann das auch nicht mehr. Bin nicht mehr für die normale Welt geschaffen, Leute. Ich sag's euch. So, dann gehen wir rein in Raiko. Erstmal ein paar ganz kleine Karten. Gleich haben wir ein bisschen Vintage-Stuff am Start. Bisschen Pokémon, bisschen Yu-Gi-Oh! Bisschen Harry Potter. Ich hab auch ganz viel für Ansko dabei, wenn er am Start ist. So, ich hab... Ah! Und meine Frau hat mir geholt, das ist ein bisschen cool, ganz viel Honig. Und guckt euch diesen Honig an. Das ist von irgendeinem kleinen Start-up. Spirulina. Das sind irgendwelche Algenbakterien. Keine Angst, das ist von Natur aus blau. Da sind keine Zusätze drin, so wie ich gelesen hab. Und das ist einfach Honig. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Der ist blau! So. Blau. Blau ist immer gesund. Hat der Kiosk uns gelernt. So. Dann gehen wir rein in Zerra Evelyn Ora Vista. Die hat mir 10 verschiedene Honigdinger geholt. Und ich hab hier noch ganz krass. Der ist leider sehr, 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 sehr teuer. Aber, äh, legendär, wenn, legendär. Den will keiner haben, den Spender. Okay, dann packen wir den weg. Das hier ist Manuka Honig. Der ist ganz teuer. In der Größe würde der fast 100 Euro kosten. Oder 60, 70 Euro. Also kann man sich tatsächlich nicht leisten. Aber hier mal zum Probieren hab ich mir so eine kleine Dose besorgt. Schmeckt auf jeden Fall gut. Und soll halt so mega krass sein. Aber ist halt zu teuer. Also ich kann nicht 60 Euro für ein Glas ausgeben. Das esse ich ja am Tag. Oder in zwei, drei Tagen. Ich kann nicht jedes Mal ein Zwanni für Honig ballern. Das ist gut finanziell anders weh. So, aber was haben wir hier? Wir haben einen Basehead Bullpicks. Aber dann machen wir mal ein bisschen... Das ist sogar ultra fresh. Einfach niemand. Und dazu gibt es... Oh, das ist ja eine schöne Karte. Oha. Ich frag mich, wer diese Kiste gepackt hat. Also ich hab die gepackt, aber wieso das so random zusammen lag. Ich hab einfach alles genommen, was zusammen lag. Der ist exzellent. Der hat ein bisschen Beschädigungen. Aber das ist bunt der Gleichgesinnten. Sehr schöne Reverse. Und dann noch eine Reverse aus dem gleichen Zettel. Der Fisch ist scheiße. Aber Trattini und Bullpicks, die kann man schon ballern, würde ich sagen. Gehen wir mal kurz rein. Ich hab heute wirklich maximal bunte Mische dabei, mal was zu trinken, hier ballern. Ich hab irgendwo Löffel mitgenommen, aber ich find die nicht mehr. Dann kann ich den Honig gar nicht essen. Pangasiusfilet? What? Hallihallo, du kannst nur über die App bestellen. Von YouTube hier. So, ich hab hier... Also bald... Also man kann schon sagen, ich bin fast gut vorbereitet. Aber ich bin ehrlich, Leute... Ich weiß nicht genau, aber ich bin sehr unzufrieden, wie das heute lief. Ich hab wirklich... So lange vorbereiten müssen. Ich bin um 5 Uhr losgefahren. Und vorher war ich halt 1,5 Stunden in Gladbach. Ah ja, Nudes. Ah ja. Also, es dauert ewig diese Vorbereitung für den Stream. Das ist schon wirklich krank. Wir haben Iron Leaves. Die Eisenblatt. Ein Kokona aus dem Base-Set. Sehr guter Zustand, würde ich sagen. Excellent Plus, nehmend Minus. So, ich wünsche, ich hätte meine Augentropfen dabei. Das hier ist Kräfte im Einklang. Bund der Gleichgesinnten. Und natürlich, der alleine kostet 5 Euro. So, Vintage-Sticker, Stern, du und Misty. Wo ist Ansko? Ey, Sneakers, get up. So, da gehen wir jetzt rein. Nicht vergessen, Leute, die Vintage-Sticker sind geisteskrank. Die muss man alle besitzen. Ach, die hat sich richtig gefreut. Also, die Kinder waren wirklich ultimativ... Die sind nur noch am Spiel mit den Hasen. Das ist natürlich das Geschenk gewesen. Ich hatte als Kind nie Haustiere. Oh, Uißen. Erstmal Mod machen. So, du wirst erstmal weggefrontet hier. So. Für 1 Euro ist natürlich absolut heuflig, weil die Sticker wirklich 5 Euro kosten. Aber ist nicht so wild. Am Anfang geht das immer so. So. Packen wir das mal weg. Ich habe auch schönen One-Piece-Displays am Start. Das hier ist Kleinscheiß. Boah, der sieht geisteskrank aus. Den machen wir gleich. Das ist Hidden Fates. Hidden Fates auf Deutsch, beide. Und... Was haben wir hier? Das ist Vintage. Da können wir gleich reingehen. Und dann geben wir noch ein japanisches Eternatus dazu. Japanisches Lucario. Und japanisches Knackrak. Auch ganz süß und entspannt. Alle drei. Wie, du musst los, Nudes. Wir können gleich in One-Piece reingehen, Digga. Hab frisches Käse. So. Jetzt kurz hier gucken, was für los ist. Tot. ETF. So. Dann gucken wir mal rein. Oh, die haben gar keine Sleeves. Da muss man natürlich mal eintüten. Ja, Leute. Erzähl, was habt ihr an Oster gemacht? Ging irgendwas Cooles? Lief irgendwas Krasses? Habe elf Stunden bis 16 Uhr gepennt. Das ist aber asozial. Wie kam das denn? Wie kann man denn so lange schlafen äusen? Du musst doch modden. Du kannst doch nicht einfach schlafen. Wir haben Selymbrim. Wir haben Zeraora. Charakterware Schnecke. Und Zakyan. Wie alle viel japanisch und nirgendwo. Gartenarbeit klingt sehr krass. Boah, das hätte ich sehr gerne gemacht. Ich liebe Gartenarbeit. Da sehe ich mich drin. Ich möchte so sein. Wenn ich mit dem ganzen Karteinvestor-Getour hier soweit bin, möchte ich einfach nur noch Gartenarbeit. Wie Thanos das gemacht hat. Da sehe ich mich drin. Hab geträumt, dass ich mal einen guten Booster bei Karteinvestor. Kaufe. Uff, schwer. Ui, dann wärst du doch zu mir gekommen, mein Lieber. In der Karteinvestor-Familie muss niemand von uns allein sein. So. Dann gucken wir uns mal an. Was ist denn das hier? Zeraora, wie ist da? Ui, Sön! Wir haben hier Plex, Eternatus und Genesect. Gehen wir rein in alle vier auf süß. Garteninvestor wäre so krass. Also, Gartenarbeit wie Thanos hat es ja auch so gemacht. Der hat alles geschafft, was er wollte und am Ende ist er im Garten gelandet, wie er Bock hatte. Ein Euro für alle vier. Das tut ein bisschen Bauerauer, aber ist nicht so schlimm. Was heißt was schaffen? Also, wenn ich Gartenarbeit mache, geht es mir wirklich nicht darum, was zu schaffen, sondern einfach nur wirklich zu chillen und da so krass sauber machen. Kommt ganz krass. Kommt ganz heftig. Dann gehen wir nochmal in die letzten drei japanischen Reihen. Danach gehen wir weg von Japanisch. So. Das müssen wir hier drauf drücken. So. Was denn Jungs, Junge? Zack. Also, Gartenarbeit klingt ganz wild. Ich habe mal so Gras gepflanzt und so, war geisteskrank. Also, es ist wirklich, das macht echt Spaß. Nudes nerven nicht, du Lachs. Also, wenn ich Nudes im Laden sehe, ist es wirklich immer ultra witzig, weil er ist einfach laufendes Minus. Er ist einfach wirklich, man sieht ihm einfach an, dass er schon wieder Minus ist. Ist zu wild. Ich habe hier eine Kiste, da steht drauf, Pokémon First Cummins plus Unlimitiert. Das klingt schon sehr, sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Da sollten wir mal reingucken und hier ist der Chef persönlich als erste Karte. Ich glaube, die Kiste habe ich zum Großteil sortiert. Das heißt, da werden gute Sachen drin sein. Gucken wir mal rein, Leute. Also, wenn Knufensa schon vorne ist, das heißt, das wird eine 1000 Euro Box sein. Knufensa ist halt der Chef einfach. So. Boah. Ja, okay. Also, ich sage mal so, die Kiste habe ich auf jeden Fall sortiert. Wenn sechsmal Knufensa vorne liegt, dann weiß man, ich habe die sortiert. Wir haben hier Tausch aus dem Base-Set. Sehr guter Zustand. Boah, englische Base-Set-Karten. Trattini aus dem Base-Set, Unlimitiert. Sieht auch sehr gut, also, oh, sorry, ich war ein bisschen zu weit links. Auch sehr gut aus. Ich versuche, die Zustände reinzuhalten, Leute. Dann haben wir einen Tauboss in Pur. Wieso bin ich denn so weit links? Die Kamera ist nicht gerade. Das ist Quatsch. Habitac, auch gut. Pantimos-Dschungel hat, ist auch Pur, der hat auch hinter sich, Ultragaria, Evelyn Stamps in Superpur. Auch noch nie so eine Beschädigung gesehen. Wie entsteht sowas? Ist ja jemand drüber gefahren oder mit Hot Wheels da drüber gefahren, das als Rennstrecke benutzt. Das sieht wirklich so aus. Seht ihr das? Ganz komische Beschädigung. Äh, 151 eher weniger, Maverick. Der ist auch schlechter Zustand. Knogger. Der ist gut. Gehen wir mal rein in den ersten Vintage-Haufen. Oh, jetzt entschreibt mir das bitte nicht die ganze Zeit. Ich mache zwischendurch die Giveaways an, alles gut. Wie findet ihr das Giveaway-Foto, was ich gemacht habe? So. Also zwischendurch machen wir jetzt kleine Vintage-Lots hier. Alles am Start. Da sind auch gleich First-Editions dabei. Alles mögliche. Die Kiste habe ich sortiert. Die habe ich heute aus Gladbach geholt. Das heißt, ich habe die so vor ein oder zwei Jahren sortiert. Keine Ahnung, Oissen. So, 4 Euro. Denke ich, ist gut. Trattini sah auf jeden Fall sehr nice aus. So. Trattini sowieso der Schönste und Beste. Schön alles ordentlich halten. Hier sind auch englische Basehead-Karten bei. Das ist auf jeden Fall nicht Shadowless. Das sehe ich auf jeden Fall auf den ersten Blick. Also der ist sehr clean sogar. Guck mal, da ist Fall. Also ein bisschen so Whitening, aber das ist bei den Karten einfach so. Legt mir Fensters erstmal nicht ballern. Das ist Giflor, nicht Holo. Das ist einfach Moin-Gehsteig. Das sieht auch immer noch gut aus. Würde ich immer noch als Excellent bezeichnen. Ich habe keine Augentropfen dabei, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich heute streamen kann. Ich habe es wirklich vergessen. Der ist auf jeden Fall played. Und ein wunderschönes Evoli auf Englisch in einem super Zustand. Der ist richtig nice. Mega guter Zustand. Also Giflor ist eine Wear und Evoli ist geisteskranker Zustand. Gehen wir mal rein. Guck mal durch. Ja, also ich hatte eigentlich vor, tatsächlich heute super lange zu streamen. Nur ohne Augentropfen wird das schwer, weil ich erblinde. Das ist kein Spaß. Also ohne Augentropfen bin ich dann, wenn ich einfach weitermache, wirklich blind für ein paar Tage. Kann ich nicht machen. Geht einfach nicht. Würde ich machen, aber das habe ich schon mal gemacht. Das wäre nicht schlau. Das ist nicht gut. So, wie du musst offline. War das daten für den Rösten jetzt? Ah ja. 1. April und so. Boah, tot. Komplett. Komplett am Arsch. So, das hier ist Quatsch. Niduino. In Plate. Keine Ahnung. Das Quatsch. Oha. Das Schlimmste, was passieren kann aus dem Base-Set-Booster. Also hier hat jemand ein englisches Base-Set-Booster geöffnet. Zustand ist echt fresh. Und hat einfach einen Dickdreh gezogen. Das ist so tot. Und das ist wirklich komplett am Arsch. Geh nochmal ein englisches Trattini. In Good. Bisschen Whitening. Das ist Quatsch. Und ein Fan-Favorite. Enteron auf englisch. In Pur. Das ist sehr schlechter Zustand. Aber auf englisch. Die machen wir gleich. Die machen wir gleich. Den machen wir gleich. Ich bin mal gespannt, wie das hier sortiert ist. Oh, den liebe ich. Eins meiner Lieblings-Pokemonen. Das ist eine Wear. Den gibt es auch als Holo. Wunderschöne Karten. Der ist sogar Niermund. Und einfach Capoeira heißt der ganze Typ hier. Sehr, sehr gut. Also Capoeira in Niermund sollte sogar schon was wert sein aus der Expedition. Capoeira liebe ich. Auch dieses Artwork. Das ist einfach für mich so Nintendo 64-Vibes. Pokémon Stadium. So, das ist die Nummer 8. Boah, 2 Euro für alle ist schon ein bisschen tough. So, was snack ich mir denn jetzt weg? Das Problem ist, ich habe meinen Löffel verloren. Ach man, das ist scheiße. Ich habe noch die Bonbons. Ja. Let's go. Packen wir alle in die Tüte rein, damit gut ist. Ich weiß, Fusorola. Einfach asozial. Einfach asozial. So, jetzt kommt der Boy. Neo Destiny. Das seltenste Neo-Set. Ah, der hat leider Horror-Bug. Ich halte immer so weit links. Ich muss mich weiter links hinsetzen. Leider Beschädigungen. Aber ist egal. Und. Einfach. Wie heißt der nochmal? Igel Lover. Das ist auch Exident. Aber ist egal. Das ist Neo Destiny. Das kommt ganz böse. Das sind Trainerkarten. Tue ich euch nicht an. Und dann gibt es dazu noch den ekligen Radikal. Ankommen auf Englisch. Base Head. Niemand. Das ist Kombo des Lichters. Aber das Vollriegel fehlt bestimmt auch viel in der Sammlung. Oder Starter-Pokémon ist halt immer wild. Vollriegel geht immer ab. So, das sind die Neuen. Also ich habe früher nie Bonbons gegessen. Ganz lange nicht mehr. Aber. Seitdem ich einmal. Für den Laden. Für 1000 Euro Bonbons gekauft habe. Um Süßhüten zu packen. Dann esse ich jeden Tag Bonbons. Einiges sind Zähne. Einiges. Zum Beispiel diese Karten, die wir gerade machen. Der süße Investor. So. Ich muss ein bisschen aussortieren, wo wir reingehen und wo nicht. Also Trainerkarten tue ich euch nicht an. Das ist zu langweilig. Der ist krass. Dragoneer, Base Set, Unlimited, aber Englisch und tatsächlich Niemand. Der sollte auf jeden Fall. Das ist die beste Wear, die man ziehen kann. Und auch meiner Meinung nach eine der schönsten Karten, die es jemals gab. Ich habe den mir mal gekauft im ersten Sammelkartenladen, wo ich jemals war. Für 50 Cent damals. Oder 1,15 Euro. Ne, 50 Cent. Das war viel Geld für mich damals. Ich weiß es noch genau. Das war geistkrank. Opel02 nicht. Ich habe aber Star Wars Displays noch, haben die da gehabt. Lokane auf Deutsch. Ein paar coole Sachen auf jeden Fall. So, das kommt da rein. Also das machen wir später noch. Boah, der sieht auch cool aus. Einfach, ich verstehe nicht, sitze ich anders als sonst? Pori Gordon aus Team Rocket, Uncoming, Niemand. Sehr, sehr schön. Trainerkarten packen wir weg. Dann nochmal Base Set Wear. Englisches Base Set in... Ah, hier ist es ein bisschen whitening, aber ich würde es immer noch als Niemand behaupten. So. Äh, dann gehen wir nochmal in die Kiste reiten. Haben wir... Oh, shit. Das sind First Editions. Die machen wir natürlich gleich. Boah, die sind alle First. Oh. Das ist krass. Das machen wir gleich. Evoli mit einem Fixed Stamp. Hier, richtig, richtig fett. So, dann gehen wir rein nochmal. Äh, Vollriegel. Englisch, Neo, Destiny, Lightplate. Wieso insane? Was ist los? Was meinst du damit? Guckt euch das an. Der ist auch Lightplate. Wir wollen alle. So. Boah, tot, Boyan Boy. Ganz tot. Da ist wieder, darf, Janiboy. Noch nicht einmal Bauchschmerzen. Wir machen ja auch keine Packs auf. Hä? Bauchschmerzen gibt's erst, wenn man irgendwas Schlimmes sieht. So. Kommen auch hochwertige Karten für die... Intensiv Gaming schreibt auf YouTube. Kommen auch hochwertige Karten oder ist das die Restekiste, die ich sonst nicht verkauft bekomme? Das ist eine Vintage-Kiste. Und, ähm, wir haben aber auch teure Karten, natürlich. Das kommt alles immer gemischt. Also wir machen jetzt erstmal, hier hab ich eine Kiste, jetzt kommen gleich die First Editions. Die gehen natürlich schon ein bisschen mehr. Ähm, danach gehen wir mal rein in ein bisschen OVP-Produkte. Und zwischendurch gibt's natürlich auch teure Karten. Ich glaub, die Kiste ist, glaub ich, gar nicht so uninteressant. Hier haben wir... Äh, das ist alles... Ne, das ist es nicht. Oder? Ist es das? Ich weiß es nicht mehr. Ist das das von dem Box Break, die Kiste? Ne. Na, ist egal. Sollen wir mal da reingehen? Also hier ist erstmal Tragosso in Pur, sein Vater. Der ist komplett am Arsch, komplett tot. Team Rocket auf Deutsch, leider kleiner Knick. Ansonsten sieht er gar nicht so scheiße aus. Aber First Edition. Und passend dazu auf Englisch, dunkles Razav in Excellent, Excellent Plus. First Editions gehen immer ein bisschen was. Können wir mal reingehen. So. Ja, was mach ich denn jetzt, weil ich keinen Löffel hab? Das ist zu blöd gelaufen. Wo hab ich den Löffel hingelegt? Das ist doch scheiße. Ne, das ist heim. Oha, für einen Euro? Nicht schlecht. Würde ich machen jetzt, Leila. Das Problem ist, ich krieg den Honig ja nicht leer. Da sind Bakterien drin, das wär gar nicht so schlau. So. Ich guck mal ganz kurz, was in der anderen Kiste noch drin ist. Wenn ihr wollt, können wir auch in One Piece reingehen oder in Dragon Ball. Oha, Trattini in First Edition kommt auch krass. Auch sehr nice. Boah. 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 Geht ab. Raiko auch nicht von schlechten Eltern. Paar Base at First Edition Energiekarten. Die Box ist doch viel besser, als erwartet. Ich habe gar nicht reingeguckt. Okay, Energiekarten sind ganz langweilig. Boah, das ist Gym Challengers. Das ist ganz wild. Ich will einmal kurz gucken, was hier noch alles so kommt. Das Zensierte. Team Rocket auf Deutsch. Das ist ganz, ganz wild. Oh, Salatmann. Einfach Base at First Edition Cummins. Das ist sehr, sehr wild. Ist gar nicht mal so wenig. Die Trainer... Boah. Boah. Pikachu in First Edition. Mordor, der schönste. Ja, doch. Okay. Schon mal gar nicht so schlecht. Da sehe ich ein paar ganz wilde Karten hier. Das sind Promokarten. Uff. Sehr nice. Okay. Boah. Digga, wo war die... Diese Kiste war zwei Jahre im Keller. Für nix. Boah. Einfach Europe aus Evolutions. Hat klar keinen Sinn, dass es da drin ist. Wunderschön. Boah. Komplett Dschungel am Start. Base at Glumander. In Niermann. Kommt natürlich auch wild. Boah. Auch teuer. Hier sind schon ein paar wilde Karten auf jeden Fall drin. Wow. Das machen wir jetzt. Was sollen wir jetzt machen damit? Das ist ja ganz wild, der Haufen. Mein Gott, das ist ja wirklich viel wert. Ich habe das die ganze Zeit im Keller gehabt. Ich habe euch gesagt, Leute, im Keller ist der komplette Wohlstand ausgebrochen. Nein! Shiggy Man des Lichtes. Boah. Der ist teuer. Das wild. Auch teuer. Mann. Boah. Oha. Ohne Hülle. Einfach. Einfach ohne Hülle. Wieso habe ich die? Wieso? Was? Was? Es geht hier ab. Und ich habe kein Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen. Hier ist Miracle and First drin. Boah. Digga. Ich bin komplett tot. Du kannst dir ein Ticket kaufen, Apollon Gaming. Für... Wir gehen... Ah, ich habe was im Auge. Also die Kiste war gerade ganz, ganz, ganz wild. Ach, Great mag ich nicht. Die hat vorne ein bisschen gesquetscht. Niemand bis Excellent, würde ich sagen. Boah. Ich habe voll was im Auge. Richtigen Stein im Auge. Was ist denn jetzt los? Der dürfte 7, 8 Euro kosten oder so. Salatmann Basehead First Edition des Windows. Geht ab. Boah. 3 Euro ist tough. Das ist Nummer 8. Basehead First Edition sind immer teuer. 4 Euro ist Bauchschmerzen. Glückwunsch. Dann gehen wir mal rein in das kaputtes Mewtwo. Wie gut ist der Zustand eigentlich? Irgendwo zwischen Excellent und Mint, würde ich sagen. Komplett am Arsch. So. Mewtwo. Aber dazu geben wir noch ein kleines... Äh... Wie heißt der hier? Psiana. Ist auch Blade bis Pur. Und als Strafe dazu gibt es noch eine Energie. Basehead First Edition. Auch Plate. Alle 3 Karten, mag ich niemand. Let's go. Also schlechte Zustände, Leute. Weiter geht's. Boah. Tod. Was geht ab? Wie war Ostern, mein Junge? Ach, alles gut bei dir. War ein bisschen langweilig eigentlich, finde ich. Ähm... Morgen wieder schön arbeiten. Mh. Nice. Mh. Der war richtig lecker. Mhm. Klasse. Sorry, falls ich das nicht mitbekomme. Basehead holt uns auch dabei. Ich hab alles möglich am Start. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was gleich noch kommt. So, dann gehen wir mal rein in Feu-Riegel. Der ist gut bis Light Plate. Nemi hat sich ganz gefreut. Und der ist ziemlich auch gut. Beide auf Englisch. Neo, Destiny, Unfirst, Let's Go. Let's go. Boah. Ein paar gute Karten haben wir auf jeden Fall im Stüssel. Zwei Euro nehmen wir mal mit. Gehen wir mal rein ins nächste Giveaway. Mh, 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 mh. In Japanisch, wie gesagt, keine Ahnung. Immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Wir gehen die Kiste einfach durch. Ich hab 10.000 Karten neben mir. Keine Ahnung, was ich für Pappe besitze. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir gehen rein in das Mächtige. Diglett. Ein Dicta. Auf Englisch. Niemand. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das Karten aus dem Box Break. Und da hab ich das komplette... Also einer hat ein Display aufgemacht bei YouTube. Und ich hab das komplette gekauft. Jede einzelne Karte, die er gezogen hat. Jede einzelne. Auch die Holos. Das war crazy. War halt legendär, weil er bezahlt so, ich glaub, 12.000. Und er hat wirklich so... Nicht mal 5 Bull kommen oder so. Er war komplett tot einfach. Aber hat ihn gar nicht gejuckt. So. Also. Displays aufmachen, so alte. Das ist schon ganz wild. Ratatatata. Ja. Ist niemand, aber hat ein bisschen was. So, ne. Das ist wirklich wenig, aber es ist trotzdem da. So. Schöner Stamp. Das ist schon sehr wild. Überleg mal, der hat wirklich... Als das Display... Die Sache ist halt... Als das Display 12.000 wert war, hat er es halt aufgemacht. Und er hat am Ende hatte 4.000 oder 5.000 rausbekommen. Das heißt, er hat theoretisch 6.000, 7.000, 8.000 minus gemacht. Aber... Die Sache ist, er hat das Display natürlich wesentlich günstiger bekommen, weil das aus seiner Sammlung war von früher noch. Das heißt, er hat da bestimmt keine 500 Euro für bezahlt. Deswegen war ihm das scheißegal. Aber trotzdem ist das natürlich irgendwie ein bisschen bruchmäßig. Weiß nicht. So, jetzt das hier ist interessant. Das nennt man einen dicken Stempel. T-H-I-C-K-Stamp. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Wenn ich das Wort ausspreche, hört es sich an wie ein Schimpfwort. Deswegen werde ich das nicht aussprechen. So. Genau in Zähnen. Bei mir wird das C-H zum F. Deswegen ganz tot, wenn ich das sage. Ja. Glückwunsch. Boah. Und dann haben wir hier ein dunkles Snobili-Cat. Sehr krasser Zustand. So gut wie kratzerfrei. Englische Erstauflage. Also die kosten immer zwischen 3 und 10 Euro die Karten. Irgendwie sowas. Nur ihr dürft nicht vergessen. Guckt nach bei Cardmarket. Vergleicht das Ganze natürlich, Leute. Aber bitte nicht vergessen, dass Cardmarket niemand nicht immer... Also es kann trotzdem niemand sein. Bei Cardmarket natürlich auch. Aber die Karten sind halt wirklich zum Großteil kratzerfrei und so weiter. Also ich zeige euch hier die Zustände. Dementsprechend kann man ruhig mal ein bisschen vergleichen. Aber immer realistisch bleiben bei winzig Sachen. So. Dann jetzt was tatsächlich Teures. Ich glaube Top 5 der teuersten Uncomings aus dem Set. Die würde ich als exzellent bezeichnen. Whitening, Whitening. Und rein da. Trotzdem teure Karte. Und wunderschön vor allen Dingen. Fünfer für Max, Max. Rein da. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt verkaufen will. Na, lass den erstmal weg. Den hatten wir eben schon. Boah, der sieht auch cool aus. Der sieht stark aus. Mach schon mal in dem Set. Ist auch anders krass, wirklich. So, der ist auf jeden... Der hat gar nichts. Auch ein bisschen minimal. Das ist ein mega guter Zustand. Mashok in First. Team Rocket. Und Masholo. Der hat ein bisschen was. Der ist gealtert. Der ist Light Plate. Auf jeden Fall. Woran bist du denn daran gestorben in Säden? Was war das, was dich zum Tode geführt hat? Ich schaff das gar nicht von der Zeit her. Ich schreibe mal gerade Mitarbeiter, ob die morgen können. Also die Sache ist, 6 Euro war schnappeli schnapp. Also die Sache ist, das Packen geht wirklich sehr schnell. Also das Packen dauert gar nicht lange bei mir. Das ist wirklich ultra optimiert. Das Einzige, was lange dauert, ist das Raussuchen. Deswegen feiere ich persönlich Whatnot ja so doll, weil man hier nicht mehr raussuchen muss. So, schöner, schöner Stempeli. Team Rocket. Ratatata. Minimal Whitening. Trotzdem auf jeden Fall niemand. Mega Zustand. Das Raussuchen musst du halt so optimieren, dass es halt wirklich schnell geht. Ich hatte eigentlich als Ziel der größte Cardmarket-Händler aller Zeiten zu werden. Habe ich mir aber, habe mich dagegen entschieden, weil ich lieber der beste Local aller Zeiten sein möchte. Uff, 1 Euro ist tof, was ist da los? Und, ähm, weil Cardmarket nimmt zu viel Zeit weg. So. Tod, einfach Giveaway-Salat. Komplett tot. Den hatten wir noch nicht. Ist der kaputt oder ist das, nee, was ist das? Das sieht aus, als wenn, das ist im Artwork drin einfach. Der ist dann auf jeden Fall pur. Nee, ist ein Knick. Sieht sehr cool aus. Der coolste Knick, den ich bis jetzt gesehen habe. So. Der ist pur. Und als Strafe gibt es dazu. Oder, nicht als Strafe, sondern, oh, lassen wir die Strafe weg und machen lieber einen Fixed Stamp. Mautzi. Auf Englisch. Bei The First Edition. Ist dieser Traurig gesagt, den du mal essen musst. Genau, Sneeko. Der Bruchsalat war das. Theoretisch schon insane. Teilweise aber nur. Nicht bei allen Sachen. Wahrscheinlich kriegst du mehr dafür. Für manche Sachen musst du halt Cardmarket nutzen, weil die hier halt nicht weggehen würden. Aber, dadurch, ich mache es jetzt halt so in Zukunft, ich werde weniger auf Cardmarket online stellen und so viel wie möglich hier anbieten. Weil es einfach zeitsparend ist. Und, ähm, vor allen Dingen werde ich nicht mehr Cummins reintun und so. Das habe ich vorher immer drauf gemacht und es hat sich auch immer gelohnt. Aber wenn du jetzt einfach rechnest, ich versuche halt, also, zur Hochzeit musst du dir vorstellen. Hochzeit ist für mich montags. Also, die Zeit, wo am meisten zu tun ist, ist Montag immer Cardmarket raussuchen und an der Zeit, wo ich am meisten eingestellt habe und so weiter, haben wir es fürs Raussuchen 8 Stunden gebraucht. Und das ist halt unrealistisch. Der ist gut. Der ist aber auf Deutsch tatsächlich. Deutsch ist Manky. Auf Deutsch. Und dazu gibt es eine Elektroenergie. Erste Auflage. Auch gut. Die Energien kosten immer 3, 4 Euro, wenn ich. Also, ich versuche, Cardmarket so zu reduzieren auf Effizienz, weil mir einfach die Mitarbeiter zu teuer sind. Muss man einfach sagen. Über Ostern? Keine Ahnung, ich habe nicht mehr reingeguckt. 2 Euro ist ein bisschen Trümmerbruch. Mal ist es egal. Also, aktuell haben wir so 30, 40 am Tag. Ich kann jetzt nicht gucken. Uns geht whatnot aus. Und wenn ich halt einstelle, haben wir halt locker 80 am Tag. Aber ist halt komplett tot. Das dauert halt wirklich ewig. Deswegen, ich nehme jetzt mit der Zeit die Cummins raus und verkaufe alles. Damit das halt weg ist mit den Cummins. Wir haben eine super schöne Artzeus-Karte. Frostage. Galaxy voll. Mega nice. Die sieht wirklich krank aus. Und die sieht auch cool aus. Ist excellent, würde ich sagen. Und gehen wir rein. Ist auf Deutsch. Bodenfrost. Also, Card Market ist halt das Optimale zum Geld verdienen, wenn man keinen Laden hat. So dümmer Livestream. Was ist denn los, Emin? Warum ist das ein dümmer Livestream? Das macht mich traurig, dass du das sagst. Na, vielleicht auch nicht. So. Oh, Base-Set-Energie-Karten kommen ganz wild. Celestial Storms Durengard. Das beste und schönste Pokémon, was ich jemals gesehen habe, nicht. Aber Celestial Storms, die kosten immer 2 Euro oder so. Teures Set. Und ich packe noch dazu Garados. Aus Drache oder wie das heißt. Aufstieg der Drachen oder sowas. Wilde Karten-Kombo. So. Das Garados sieht schon fancy aus. Auf jeden Fall Celebrations war mein Lieblings-Velie. 100%. Das hat so Spaß gemacht. Und Celebrations war krass. Wirklich. So. Celestial Storms. Wunderschöne Karte. Hier ist ein bisschen Whitening. Sonst nix. Mega nice Karte. Celebrations war halt krass. Weil ich hatte damals kein Geld. Und ich hab mich da mit dem Set. Bin ich komplettes Risiko gegangen. Hallo Domi. Zwei Euro nur. Was ist da los? Bauchschmerzen. Also damals war krass mit Celebrations. Ach, hab ich euch schon tausend Mal erzählt. Du kennst doch die Geschichte bestimmt. Celestial Storms. Oder ist das Celestial Storms überhaupt? Oder ist das ein anderes Set? Nirmand. 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 Suicune. Wunderschön auch. Nämlich schon ordentlich aus. Das war damals Jackpot. Das war, also Celebrations war für mich der Moment, wo ich zum ersten Mal massiv Geld verdient hab. Weil damals bei Celebrations war es halt so, keiner hat was gehabt. Also die Händler haben ganz wenig bekommen. Und ich hab damals wirklich viel bekommen für meine Verhältnisse. Für heutige Verhältnisse wäre das nichts. Aber für meine damaligen Verhältnisse mit einem kleinen Laden in Gladbach und kleinen Online-Shop und kleinen Livestreams war das damals mega krass. Dazu kommt, wunderschöne Karte aus Generations. Das ist das Set zum 20. Jubiläum von Pokémon. Wunderschön. Bisschen Whitening hier und da. Aber sehr, sehr guter Zustand trotzdem. So, ich mach Giveaway an. So. Auf jeden Fall damals, Celebrations war halt so, ich hatte nicht unendlich viel bekommen. Aber ich hab damals frisch angefangen zu streamen. Und, ähm, also was heißt frisch? Wir haben erst ein paar Monate gestreamt. Und das war auch der erste Stream, der gottlos eskaliert ist. Kannst du mal einen Stream machen mit One Piece Singles? Boah, Nudes. Ich hab alle Altarts. Ich hab so viel gekauft. Ich hab letzte Woche bestimmt für 5000 Euro Altarts gekauft. Ich hab alle. Ich werd morgen die aber reinstellen bei Cardmarket. Wenn du möchtest, komm vorbei, dann kannst du Altarts so kaufen. Ich geb dir die auch ein bisschen unter Market auf Korrekt. So. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Und die ganzen Spinnen hinterher. Äh, äh, und der Typ hier. Gehen wir mal in alle Reihen auf einmal. Da ist natürlich schlecht, Nudes. Dann wird die Hälfte schon weg sein. Ich kann nicht, also Donnerstag bin ich persönlich gar nicht da. Also ich bin von Donnerstag bis Samstag weg. Mama ist auch gut gewesen. Aber die Sache ist, bei Celebrations war der Unterschied in Save and Evelyn Stamps der Preis. Weil damals sind die meisten Sachen für das Zweieinhalbfache weggegangen. Das heißt, wenn du eine Box hattest für 100, hast du 200, 250 bekommen. Das war geisteskrank. Überleg mal die Mini, äh, die Minitins zum Beispiel. Ich weiß nicht, was die im EK kosten. Äh, äh, 7 Euro oder so, 8 Euro. Und die hast du für 20 wegbekommen auf ganz entspannt. Das war damals wirklich tatsächlich in meiner Situation. Heute wäre es halt wirklich uninteressant gewesen. Weil heute wäre es für mich Minus gewesen, wenn so wenig ankommt. Aber damals war es halt egal, weil ich hatte eh kein Geld. Und da war das geisteskrank, wirklich. Das war, das war der Moment, wo wir wirklich zum ersten Mal richtig Cola hatten. Und dann konnte ich halt, ich hatte damals auch noch keine Mitarbeiter und nichts. Und da konnte ich halt dann einfach mal Sachen austesten und so. Aerodactyl aus Bund der Gleichgesinnten. Kannst du mir schenken, Nico, auf süß. Ich bin Mittwoch im Laden, aber Donnerstag nicht mehr. Ah, danke, Nico, korrekt von dir. Richtiger Ehre, Mann. So kennt man dich. Boah, 4 Euro klingt ganz wenig. Ist hier nicht wesentlich mehr wert? Sieht schon heftig aus, auf jeden Fall. Ah ja, Nico, ein Apfel und ein Ei. Jetzt machst du es so. Ne, aber ohne Spaß, Leute. Damals Celebrations, danach habe ich aber wieder richtig scheiße gebaut, weil ich habe von dem Geld Mangas gekauft. Und Mangas lief bei mir überhaupt nicht. Ich habe für 10.000 Euro Mangas gekauft. Und ich habe wirklich nicht mal ein einziges Manga am Tag verkauft. Ich habe vielleicht drei Mangas pro Woche verkauft oder so. Also das war Omega, Omega, schlechte Investition. Aber so hat man halt wenigstens gelernt. Aber so hat man halt wenigstens gelernt. Wir haben Lasho King, ich meine Celestial Storms, wunderschön. Wir haben Rabigator. Die kosten immer zwischen 50 Cent und 2 Euro die Karten. Frostedger und Zapplerang. Den ganzen Baum, was redest du denn? Was laberst du es, Nico? Wenn du frech bist, wirst du zum Mord, Junge. So, Nummer 12. Lasho King sieht schon ein bisschen cool aus. Ich habe heute ein bisschen Pokémon Snap mit den Kindern gespielt, meine Frau. Das war cool. Also Pokémon Snap ist so ein nices, entspanntes Game einfach. Richtig Spock gemacht. So. Zap, zap. Eines meiner Lieblings-Pokémon, deswegen machen wir den einzelnen rein. Ultra, Prisma, Shaman, ohne Gracie, wir ziehen dir rein. Wie schön ist der Typ hier? Schönste Karte, die es gibt. Wunderschön. Eigentlich behalten. Es ist so schwierig mit Kindern, ne? Ich sage es euch. Also, kleine Kinder und Pokémon-Karten, das ist so tot. Ich habe meine Tochter zum dritten oder vierten Geburtstag. Ich glaube, dritter Geburtstag. Ein Birthday-Pikachu geschenkt. Und weil es ja eine teure Karte ist. Und halt ein Geschenk ist und es halt für immer so bleiben sollte. Weil wir haben das Datum, bei Birthday-Pikachu kann man auch hier seinen Namen reinschreiben. Und ich habe Name und Geburtsdatum reingeschrieben. Also das Jahr, wann wir das gemacht haben. Und ich habe das extra in so einen Acryl-Case gemacht. Und zugeklebt ringsrum, dass sie es nicht öffnen kann. Und damit die Karte heile bleibt. Die hat das einfach aufgemacht. Die Karte ist komplett am Arsch. Also, ich war so traurig heute. Das hat mich richtig gebrochen. So. Dann machen wir mal das nächste Giveaway an. Hast du zufällig, irgendwo im Griff weiter ein Mew zu liegen? Welches denn ja... Ich weiß tatsächlich nicht, was ich hier am Start habe. Ultra Prisma. Carpador. Oha, das machen wir gleich. Des Ponytox. Das sind alles ältere Sets. Und Carpador. Zweimal das Movie Carpador geht ab. 3 Euro nehmen wir mit. Und weiter geht's. Kommt eine etwas teurere Karte. Guter Zustand. Minimal Rating. Also wirklich mini, minimal. Gengar aus Generations. Im Set zum 20. Jubiläum. Der sieht schon auf jeden Fall ordentlich aus. Es gibt gefühlt kein einziges Gengar-Artwork, was scheiße aussieht. Ich weiß nicht, wie die das machen und ob die das absichtlich machen, weil die wissen über Gengar, glaube ich, Bescheid, dass der geliebt wird. Hm. Immer 27 für den Fünfer. So. Dann gucken wir mal in die nächste Kiste rein. Oder was ist das denn? Was ist denn das für eine Kiste eigentlich? Wir haben ein japanisches Knack-Rack-Level-X aus Platin-Zeit. Synthias Knack-Rack. Uff. Das hat zwei da hinter sich. Das habe ich gar nicht gewusst. Hört man die Musik überhaupt? Das ist pur. Gengt, die ist das anders. Japanisches Knack-Rack. Gehen wir trotzdem rein. Let's go. It's Layla. Gönnt sich die für einen Euro. Ich habe, glaube ich, vier Euro oder fünf dafür bezahlt. Aber ist egal. So. Dann haben wir hier ein Cernias. Legendäres Pokémon. Aus. Ich habe leider vergessen, wie das Zett heißt. Verbitten Light oder so. Nee. Nee, nee. Ich habe echt, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie das hieß. Ich kannte, die müsste drei, vier Euro kosten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Sehr, sehr belastend. Hm. Glückwunsch. Dann haben wir einen Durrengard. Auch ein altes Set. War das Sonne und Mond oder Schwarz und Weiß? Aus dem Box-Set hier. O'Hafnir. Letter King. Der sieht sehr cool aus. Tricke Palo. Keine Ahnung. Hier mal rein in die vier Dinger. Also das sind echt alter Scheiß, muss man echt sagen. Kannst du mir morgen meine Bestellung rausgeben? Boah, Sneakow, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass morgen Viva wieder kommt. Und ich dann nicht packen muss. Weil ich muss echt einiges vorbereiten. Ich habe die Altarzt von MomPiece zum Beispiel jetzt ewig hier rumlegen. Und da sind schon viele von echt gesunken. Also das ist schon sehr blöd, wenn man die nicht reinstellt. Überlegt mal, Digga. Ich habe 50 Mal Moria. Und der ist jetzt halt um drei, vier Euro gesunken. Das ist halt komplett dumm, ne? Also über 100 Euro verloren. So. Weißt Viva, dass der morgen kommen soll? Ja, ich habe ihn geschrieben. Er hat mir auch geschrieben, dass der kommt, sehe ich gerade. Der größte Ehremann. Wir gehen rein in Fluttermane. Fluttermane. Auf Englisch. Sealed Promo aus der ganz neuen Box. Würde ich mir auf jeden Fall einzeln kaufen. Weil dann spart man sich die Box. So. Die Verpackung ist größer als früher. Aber das ist interessant. Das war früher nicht so groß gemacht. Sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. So. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Stapel mit Einzelkarten. Und dann gehen wir mal rein in... Warte mal kurz. Das kann nicht sein. Das ist nicht richtig. 23, 24, 25. 25. Und wo ist die 26? 25. Aha. Ich wollte gerade schon sagen. So, damit wir nicht durcheinander kommen, kommt das jetzt da rein. Das ist die 30. Das ist dann auch tatsächlich richtig. So, was haben wir hier noch? Komplett ohne Sinn. Soroak V. Ho-O-V. Altaria. Und Urgel. Deutsch, Englisch, Deutsch, Deutsch. Ey, Viva ist im Chat. Grüß der Ehrenmann. Also, Viva, das ist auf jeden Fall sehr seriös. So, so stelle ich mir meine Mitarbeiter vor. 100% seriös einfach. Hier, also, Viva ist sowieso... Also, wenn ich Viva schon sehe, dann weiß ich... Komplett tot. So. Zack. So, Baby, wir haben Parasek. Und... Der Denner. Deutsch, Deutsch. Einfach beide zusammen gehen und mal rein. Wir haben immer noch keinen Enchanted gezogen. Ich habe ein neues Case von... Von Lokana. Wenn der Koch im Chat ist, können wir das auch gerne aufmachen. Bei Viva ist es halt wirklich so, wenn ich den richtig eingestellt habe, dann komme ich mir vor wie bei McDonalds oder so. Einfach so random Leute einstellen. Viva ist für mich wirklich der größte Random einfach. Das ist wirklich der NPC in Person. Einfach nichts gegen dich, Viva. Du bist ein NPC, aber das musst du wissen. Du bist ein absoluter Bot. Also... Es ist wirklich so. So, Durengard, Viridium und Demeterios. Mächtige Karte. Alles nur über Kartenmarkt, die Lokana-Einzelkarten. Das werden wir hier nicht machen. Aber... Also, Viva einfach... Ich laufe so im Laden rum, er läuft mir einfach hinterher. Das war auch wild auf jeden Fall. Also, er ist wirklich einfach der Mitarbeiter-NPC zu wild. Also, wenn ihr Viva was fragen solltet dann als Mitarbeiter, also er läuft so rum und sagt so, kann ich ihm helfen? Und er fragt das so, aber er atmet hier in deinen Nacken. Das ist Viva einfach. Und du sagst so, nein, aber er geht dann einfach nicht weg und wartet, bis du dann doch Hilfe brauchst. So, ich stelle mir Viva vor. Da sehe ich ihn drin. So, das müssen wir nochmal wegpacken hier. Das ist hier Quatsch mit Soße. So, sind wir jetzt hier? Was haben wir hier? Haben wir Royal auf Deutsch. Der fragt die Kunden, safe nochmal Peace-Style. Ja, safe. 100 Prozent. Die hier hat wohl Beschädigungen oder was? Die ist vorne excellent. Würde ich sagen, excellent die Karte. Und ein Hut-Hut. Gehen wir mal rein in kleine Lots auf ganz süßen und entspannt. Der Trick ist, als Mitarbeiter muss man auch immer beim Reden einfach spucken, Viva. Das kommt auch gar nicht. Die Leute lieben das. Die wollen nur was wissen, werden eigentlich spuckt. Außer die haben Trades und letztlich die Kunden in die Ecke, damit Patty nichts mitbekommt. Finde ich fair wenigstens. Wenigstens nicht vor meinen Augen. Korrekt. Nice. Viva ist auch dieser Typ Mitarbeiter. Wir haben einen shiny Glurak auf Englisch. Einfach er redet so mit den Kunden vier Stunden über Metadecks. Und dann sitzt er irgendwann auf der Couch und sleeved sein Deck um während der Arbeitszeit. Das ist 100% so. Ich finde deine Mitarbeiter-Auswerber auch geil. Der ist ein gruseliger Empistie und atmet dir in den Nacken eingestellt. Jawohl. Da sehe ich mich. Also es ist wirklich so. Ich stelle Leute nur einen nach Bauchgefühl und aus Lust. Einfach wie ich Bock habe gerade. Wo ist denn die 32? Hä? Stopp. Wo ist die 32? Das ist die 31. Wo ist die 32? Was war die 32. Die Karte? Ah. Gefunden. Herr Viva wird so legendär, wenn er bei uns arbeitet. Herr Viva, Sie müssen mal das Klönen sagen. Ich habe es ver... Was? Ein Kollege wollte mich heute überreden, dass ich all meine Sammlung verkaufen und Geld mache, damit ich wieder Papa ankaufe. Was? So, ich mache mal das... Ach, das Giveaway läuft noch eine Minute. Ich war wieder zu schnell. So, jetzt gehen wir mal rein in was Flauschiges. Ein Nachtara aus einem Schwarz- und Weiß-Set, dessen Name mir entfallen ist. Aber es ist ein deutsches Nachtara. Ich würde sagen, excellent bis gut. Bisschen Scratches, bisschen Waitening. Aber sehr coole Holo, ne? Also diese Pokémon-Zeit ging sehr, sehr kurz. Die haben viele verpasst. Nico, du musst dir vorstellen, wenn ich normale Mitarbeiter einstellen würde, das Leben hätte gar keinen Sinn und dann würde hier alles am Schnürchen laufen. Stell dir vor, ich würde qualifizierte, normale Menschen einstellen. Wo Herausforderungen, wo interessante Probleme, wo einfach Leute, die beim Auspacken versagen oder die einen Lieferschein nicht kontrollieren können. Ich brauche genau diese Leute. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter so labil sind, dass wir immer in einem Glashaus sitzen und dass jeden Tag alles zusammenbrechen kann. Also wenn wir eine Lieferung bekommen, die packen aus. Ich möchte drei Fehler beim Auspacken haben. Sonst geht nicht. Röpsen hasse ich ganz doll. Die werden halt direkt kündigen, wenn die Arzt schon neben dir arbeiten müssten. Dann hast du Vorstellungsgespräche, während du Lokale eröffnest und Tage weggeierst. WTF? Also bei mir Vorstellungsgespräche sind immer ganz wild. So, wir haben Monte Cabo Promo aus Schwert und Schild. Auf Deutsch. InfernoPod Promo. Und als Strafe dazu, wenn ihr die beiden haben möchtet, kriegt ihr, ob ihr wollt oder nicht, noch den dazu, den hier. Ein Holo Gengar aus Schwert und Schild und InfernoPod. Ob ihr wollt oder nicht, da müsst ihr reingehen, Leute. Let's go rein da. Kann ich dir nicht sagen, TCG. Kartstor. Auch legendär ist Nico. Pokeboy wieder ganz wild. Aber Pokeboy ist, wenn er schreibt 2003, dann ist er schon 2021. Sollte man vielleicht mal überlegen, was man schreibt. So. Also der Trick ist, wie man keinen Job bei mir bekommt, ist, wenn du fragst. Also wenn du mir Fragen stellst, bist du wahrscheinlich raus. Wenn du zum Beispiel, wie Evel Juli das gerade gemacht hat, wo kann ich mich bewerben? Ja, wo denn? Bei mir natürlich. Schreibt mal eine E-Mail oder kommt vorbei. Wie soll man sich denn sonst bewerben? Wie bewerbt man sich woanders? Das ist überall gleich. Also wer dumme Fragen stellt, ist sofort raus. Wird auch wegignoriert. Boah, Unscore, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, Unscore. 75 Euro klingt gar nicht gut. Echt? Geht das 75? Das ist crazy. Das ist crazy, Frog. So. Oh. Wir haben einen legendären Pokemon-Sticker. Misty's Orden, meine ich. Azuria City Orden. Der kostet so 5, 6 Euro. Tod einfach. Ja, bin ein guter Mod. Pokeboy ist komplett am Arsch. Also Pokeboy geht komplett ab. Dieser Oesner ist halt überall Mod gefühlt. Ja, aber der hat sich das auch verdient. Es gibt immer einen Unterschied zwischen verdient und unverdient. Ich hab deinen Namen legit noch gar nicht gelesen im Chat. So. Also Ansco, du hast mich getötet, dass es nach Tare 75 Euro geht. Dass nach Tare ein Exzellent ab 45... Das war Exzellent. Boah, 45 Euro ist tough. Eben einfach mal schön Fuffi Minus geballert. Sehr schön. Korrekt, Paddy. Du bist ein guter Investor. Schwert und Schild. V-Karten. Und Flunkkiefer aus Bund der Gleichgesinnten. Für den Onkel Minus-Investor. Let's go. Was meinst du, Sneeko? So, hab mir vorhin alle deine schlechten angesehen. Ich kann nicht mehr. Ich hab eben nach Tare, was so ein Fuffi geht, ist für 7 Euro weggegangen einfach. Wow, danke, Nico. Du bist korrekt, Digga. Mashallah. Bester Ehrenmann. Scheißegal. So, dann gehen wir jetzt rein in eine EX-Karte. Der sieht auch wild aus, würde ich sagen. EX-Drache. Da kostet ein Booster 500-600 Euro auf korrekt. Und der sieht gar nicht mal so scheiße aus. Der sieht echt gut aus. Hat der überhaupt was? Ist der niemand? Hä? Der ist am allerschlechtesten exzellent. Der sieht mega gut aus. Der ist nice. Gehen wir rein. Exzellent ist niemand. EX-Drache. Wunderschöne Karte. Also, ich hab heute wieder eine 1-Sterne-Bewertung bekommen. Und dieser Typ schreibt einfach. Drei Wochen nach Release. Keine Infos bekommen. Und ich frage mich wirklich. Ganz simpel. Warum? Hat er nicht gefragt. Also, er schreibt lieber eine schlechte Google-Wertung, obwohl seine Bestellung ja scheinbar noch offen ist. Anstatt zu sagen, hey Leute, wo ist meine Bestellung? Ich weiß es nicht. Kann man halt nicht helfen. Temporal Forces habe ich da, ja. Wir haben ein wunderschönes Raichu GX. Niemand. Auf Deutsch. Hidden Fades auf Deutsch ist schon sehr selten. Also, die Sache ist halt, wenn dieser Mensch wirklich drei Wochen auf seine Bestellung gewartet hat, ist natürlich absolut unkorrekt. Dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wenn der aber zum Beispiel One Piece Double Packs bekommen, äh, gekauft hat, kann ich halt nichts machen, weil die haben wir halt nicht geliefert bekommen. Ähm, ja. Das ist halt die Sache. Ich weiß halt nicht genau, was los ist. Aber, ich kann es halt nicht wissen, weil ich schreibe keine Bestellnummer dazu. Kann halt jeder so schreiben. Das macht halt keinen Sinn. Eine Raichu-Promokarte aus Hidden Fades. So, dann geht's weiter. Dragon Ball Manga haben wir auch im Laden, klar. Komplett tot. Moment. So, vier Euro für Elisad. Glückwunsch. So, das ist die Nummer 38. Moin NPC Alex, bester Mann. Bund der Gleichgesinnten. Coco bei... Oder ist das Tag Team? Ne, das ist... Ich meine Bund der Gleichgesinnten. Minimal Waitening, sonst alles fresh. Auf Deutsch. Sehr coole Karte. Die letzten drei Bestellungen sind, glaube ich, nicht durchgegangen. Ich glaube schon, wenn ich eine Karte für 1 Euro verkaufe, dann sind es original irgendwie 60 Cent oder so, die ich bekomme oder 50. Und dann auch steuern. Warte mal, ich muss praktisch abziehen. Sagen wir mal einfach 30 Prozent muss ich abziehen. Dann ist das, was übrig bleibt. Das heißt, 30 Prozent weniger. 70 Cent für eine 1 Euro Karte. Ja, keine Ahnung. Passiert halt, ne? Was willst du machen? Oh, der sieht cool aus. Arctos, Zapdos, Lavados, Nirmand, des Windes. Auf Deutsch. Let's go. Auf Deutsch ist Hidden Fates auf jeden Fall viel seltener. Das gab es gefühlt gar nicht irgendwie. Also am Anfang klar, aber dann als es heißer Shit geworden ist, war nichts mehr mit Hidden Fates auf Deutsch. In Englisch gab es noch ein Reprint, auf Deutsch einfach nichts. Oh, hier sind ein paar coole Karten. Ein paar coole Karten haben wir am Schlüsselmissl. So. Ja, aber wann? Wann gab es ein Reprint? Also ETBs wurden, glaube ich, nicht geprintet. Karador's Hidden Fates. Also ich weiß nur, der letzte Reprint waren englische ETBs. Das war der letzte Reprint, den es gab. Ich habe keine deutschen ETBs gesehen. Mann. So, Fünfer für Yanniboy. Darf Yanniboy. Dann gehen wir rein in Heatwen aus. Der dürfte, glaube ich, echt teuer sein. Ich verstehe nicht, wieso bei YouTube immer so viele Menschen sind, die so Random-Scheiße reinschreiben. Das ist sehr, sehr seltsam. Was ist denn da mit dem Algorithmus eigentlich los? Einzelkarten gar nicht von anderen Spielen. Nur Jogion-Pokémon-Einzelkarten. Glückwunsch. Auch sehr krasse Karte. Agoyon GX. Das ist auch bunt, der Gleichgesinnten. Ich glaube, die Trainerbox davon kostet 200-300 Euro. Gar keine Lust, Nico. Das ist viel zu viel Arbeit. Das ist die 43. So, dann gehen wir rein in Hidden Fades auf Deutsch. Arctus, Zapterdoss, Lavados. Let's go. Ein paar stabile Karten am Stüssel-Missal. Das ist die 44. Montecarbo V-Makes aus Farben-Schock auf Deutsch. Auch fetter Dude. Ah ja, in 10. Ah ja. 45. So. Dann gehen wir rein in Lugia auf Deutsch. Achtung. Wunderschöne. Das ist das letzte TCG-Produkt, was ich mir gekauft habe. Was ich mir selbst ausgesucht habe und danach habe ich Pokémon nicht mehr gesammelt. Ich habe dann auch einmal zu Weihnachten eine Tint von Schwarz und Weiß bekommen, aber da habe ich nicht mehr gesammelt. Wunderschöne Karte. Achtung, abgerundete Ecken, Kinder sicher gemacht, die Karte, also played bis pur. Aber von vorne sehr nice für den Binder. Auf Deutsch, legendärste Promo. Da war so ein riesen Poster drin. Weiß ich noch ganz genau. So, Giveaway startet sich sofort. So, 3 Euro und weiter geht es mit Giveaway. So, das ist die Nummer. 46. Zack. Dann geht es weiter mit einem mächtigen Lugia schon wieder. Auf Deutsch. Niermend. Promo. Rheiner. Da. Okay. Sneeko möchte das Lugia besitzen. Zieht euch den blauen Honig rein, Leute. Spirulina Honig. Sehr, sehr interessant. Mhm. Kann man feiern. Ich habe noch den Energy Riegel. Geh mal das Lugia jetzt hier weg. Das ist die 47. Jetzt wird es hier klebrig, Leute. Ich habe keinen Löffel. Weil ich möchte das jetzt gerne mir einverleiben. Der Energy Riegel, der von Fliegen halb aufgegessen wurde, von letzter Woche. Aber mehr besitze ich nun mal nicht. So, jetzt müssen wir das ganz kurz hier machen. Das ist schon crazy. Guckt euch das an. Das ist schon wild. Mhm. Komm schon. Ah, okay. Boah, es wird wild. Guckt euch das an. Boah, das wird nice. Komm schon. Es wird niemals, niemals. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht. Ich brauche was, um das Ganze aufzuhalten. Wir haben hier eine Haribo-Kirsche. Die würde sich darum jetzt kümmern. Boah, das wird so klebrig. Scheiße, Mann. Boah. Also, Honig geht gar nicht. Das ist einfach unrealistisch. Okay. Und jetzt haben wir den Energy Riegel hier. Die Kirche hat jetzt hier den Job gemacht. Also, das war ganz schlecht gemacht. Mhm. Die Kirche kann ich ja nicht mehr zumachen. Das klebt ja alles. Mhm. Mhm. Ah. Nice. Der ordentliche Investor. Mhm. 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 Das ist Spirulina-Honig. Kommt ganz krass. Kommt man hier wieder rein und auf der Investor schlabbert sich gerade nicht schlumpfen. Mhm. Ach. Also, das Problem ist nicht der Honig. Dieser Power-Riegel ist eine Woche alt. Der schmeckt komplett scheiße. Der schmeckt, als würde man Staub essen. Ähm. Also, dieser Honig schmeckt gut. Es ist halt nicht so flüssig, ne, wie der andere. Aber, ey, wir haben einen Garados aus Hidden Fades. Jetzt auf Deutsch. Gehen wir mal rein. Also, Honig ist schon ordentlich. Ey, Fritte, was geht ab? So, 48. Also, Fritz, ich war heute im Laden und ich war irgendwie, irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, da aufzuräumen und zu sortieren und Staub zu wischen. Und ich hatte richtig Bock, da zu sein einfach. Es fehlt mir so sehr. Aber du musst wirklich, wenn du jetzt da hinkommst, Fritti Boy, musst wirklich einmal richtig abchecken, dass es wieder richtig nice aussieht. Und jede einzelne Sache muss angepasst werden. Ich habe richtig Bock und sobald ich Zeit habe, bin ich wieder am Start. Ich sage es dir, es wird wieder mega. Also, ich habe richtig, richtig Bock auf Gladbach. Aber im April sieht es sehr schwierig aus. Ich bin von Donnerstag bis Samstag weg. Fritzi, der ist auf Japanisch, der ist auf Deutsch. Kann sein, dass ihr ein bisschen Schoko drauf habt. Das ist aber nicht weiter schlimm, würde ich sagen, oder? Dann alle zwei auf Deutsch, eine auf Japanisch. Also, Donnerstag bis Samstag bin ich in Berlin. Und ich hatte vor Samstag, wenn ich früh genug zu Hause bin, noch in den Laden zu kommen. Müssen wir diese Woche gucken. Ich hoffe, dass mein Bruder helfen kommt. Aber insgesamt müssen wir gucken, dass Wayne, du, Christian, dass ihr euch gegenseitig helft. Viva freut sich schon alleine im Laden zu chillen, alle Packs zu öffnen. Also, Christian wollte Viva einfach in den Keller lassen, müsst ihr euch vorstellen. Bei Lorcaner bin ich erst dabei, wenn der Koch auch da ist. Christian wollte Viva in den Keller schicken. Jetzt passt auf. Er versteht aber nicht, dass Viva dann nicht mehr zurückgekommen wäre. Der wäre tot gewesen. Der wäre für immer verschollen. Man muss doch erst mal eingewiesen werden in den Keller. Machst du eigentlich Gutscheine, wofür? So. Wir haben ein bisschen Vintage. Lapras auf Englisch. Fossil, eins der coolsten Pokémon. Die hat Silverwing, wie ihr sehen könnt, ringsrum. Und hier unten ist ein Längsknick. Ich weiß nicht, wie sowas passiert. Aber sieht trotzdem wunderschön aus. Und ist auf Englisch. Gehen wir mal rein. So. Also irgendwann, ich sag dir Nico, wie es ist, irgendwann wird Viva im Keller leben. Der wird dann einfach nicht mehr nach Hause gehen. Aber er wird auch trotzdem nicht jeden Tag arbeiten. Der ist dann einfach da. Vier Euro für eine Vintage-Karte. Der ist dann einfach im Keller. Und wir rufen ihn so hoch. Und er sagt heute nicht. Und dann bleibt er einfach im Keller. Das ist dann einfach da. So. Wir gehen rein in zwei Eccognitus. Und ein Choraydon. Und ein Vogel. Eine bunte Gleichgesinnten-Karte. Eine, keine Ahnung, wie das Z heißt, Karte. Und der Typ hier. Und der aus Aufziehen der Sturmrote. Der sehr cool aussieht sogar. Boah, ich hab... Der Fiebertraum hat noch nicht angefangen. Also wenn ihr solche Fiebertraum-Artikel haben möchtet, dann müsst ihr warten bis um circa Mitternacht. Denn dann geht's wieder los mit dem Fiebertraum. Also vier Euro für Labras war schon frech. Ansgo, heute ist dein Tag, ne? Dann sag ich dir, wie es ist. Ich hab Harry-Potter-Karten dabei. Hier mal 20. Ich bring dir morgen mal richtig geile Karten. Ja, schenk mal was. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, hören wir mal auf mit der Pappe. Und gehen rein in die nächste Pappe. Nämlich Displays. So. Wo gehen wir rein? Welches Spiel? Ich würde sagen, One Piece is immer noch der heiße Shit. Da hol ich mal das neue Case, Leute. Frisches Case. Frisches Case. One Piece. Boah, ist das... Sorry, Leute. Gib mir eine Sekunde. Äußert. Das Ding wiegt wirklich 10 Kilo. So. Dann gönnen wir uns mal End-Display. Boah. So. No joke, boy. Hast du all diese One Piece, ist geil. Aber du bist gefühlt, der einzige Ladung gegen Düsseldorf, die die Sachen hat, richtig an Viva. Weil ich auch Thanos bin. Ich hab in der Zwischenzeit nachgekauft. Ich hab eine Nachlieferung bekommen. Und... Einfach Onkel Karten-Vestor. Ey, der Koch, was geht ab? Wo ist dann? Äh, wir haben... Ich hab ein neues Locana Case gekauft. Äh, beziehungsweise hab ich eins geholt. So. Wir machen ein Display. Koch, bist du dabei? Locana oder was ist hier los? Der Koch, neues Case. Das ist frisch. Ich mach jetzt hier nicht den Geringverdiener-Move. So, wir gehen rein in... Wie viele Packs machen wir? Vierer-Schritte, Sechser-Schritte. So, 47 Euro ist noch so zwischen 24 und 28 Euro rein in die vier Booster. Vierer-Schritte. Let's go. Hm, hier ist Wasser. Was für Bezahlung. Ey, Jiva, du warst nicht, bist gerade noch sympathisch. So, wir brauchen... Bevor wir das aufmachen, brauche ich nochmal Honig. Seht ihr, da ist jetzt auf einmal Schokolade reingekommen. Wie ist das denn da reingekommen? Verstehe ich nicht. Total scheiße gelaufen. Wo ist denn mein scheiß Löffel? Das kann doch gar nicht sein. Mann. Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz mal was holen. Okay. Okay. So, vier Booster für ein Zwanni ist absolut legit, würde ich sagen. Das ist UVP-Datei, das heißt Schnapper. So, passt auf. Jetzt machen wir mal hier drauf, auf die Holzkabel, ein bisschen Honig. So. Und jetzt gehen wir hin und nehmen ein Schokopowerriegel des Windes. Jetzt machen wir das da drauf. So. Und jetzt haben wir hier eine... Ah, warte. Okay. Mhm. Schmeckt sehr gut. Mhm. Und jetzt... Penis-Sleeve, Gabel drauf. Und das jetzt zumachen. Mhm. Okay. Ich brauche bitte die Ripp-Nachricht, dass du das öffnen möchtest, Buri. So. Dann gehen wir mal rein. Mhm. Sind die ersten vier aus frischen Display richtig? Ah, Liederpack. Nice Kombo. Brauchst du trinken. Ah. News macht Monster-Auge. Da ist was drin, nämlich ein Shuraya des Lichtes. Ich weiß nicht, ich kenne den Charakter gar nicht. Wo war der? Wieso hat der eine Schaufel? Oh, Liederpack. Nami. So. Und wir haben... Sieht schon cool aus. Momonosuke des Windes. Filler-Folge. Was ein Scheiß, ne? So. Dann packen wir das mal ins Tütchen rein. Ich würde sagen, wir machen sechster Schritte. Vier ist viel zu wenig. Oder? Also, lass mal kurz überlegen. Big Mom habe ich, meine ich. Holy Leader habe ich auch. Safe. Oder? Und wer ist der andere? Rebecca. Boah, Rebecca weiß ich nicht. Kann sein, dass ich die habe. Ich habe richtig viele Karten. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, was ich noch habe und was nicht. So, dann gehen wir mal rein in einen Stapel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs Booster. Sechs mal sechs wären 36. Also zwischen 36 und 40 ist der aktuelle Wert. Ne, ich habe gar nichts mit dem Market rein. Ich stelle morgen Sachen bei Market rein. Weil, ich brauche dringend Geld. Ich muss die jetzt ganz schnell verkaufen, die Sachen. Ich habe viel zu lange gewartet. Ich habe letzte Woche wirklich viel gekauft. Ne, Freddy. Leider nicht. Ich stelle die Sachen morgen alle rein, weil ich habe ganz, ganz akute, schnelle Probleme. Ich brauche unbedingt ganz schnell Geld. Du kannst morgen irgendwann gucken, wenn ich die Sachen reingestellt habe und dann können wir die rausnehmen. Ähm. Aber ich habe zum Beispiel auch die ganzen Superwares. Die sind alle schon runtergegangen. Das war richtig schlecht. Patsy, wann kommt denn endlich mein Versand? Was meinst du mit deinem Versand? Von was denn? Buri Ripp. Ich habe ganz große Rechnungen offen. Und ganz starke Probleme wegen den Steuern. Also das heißt ganz stark. Es läuft alles super. Aber es ist ein paar Sachen sind verschoben worden. Ich musste jetzt... Ich hatte eigentlich für eine Rechnung einen Monat Zeit. Und die Rechnung war... Ich sage es euch, wie es ist. Ein mittlerer, fünfstelliger Betrag. Das ist viel Geld. Also... Lass mich nicht lügen. Es waren 30.000 oder 40.000. Ich glaube eher Richtung 40.000. Und dann hieß es auf einmal, Onkel Karte Investor, du musst das jetzt bezahlen. Die Frist von einem Monat funktioniert nicht. Und damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Und da war ich halt komplett am Arsch. Und dann habe ich das jetzt bezahlt. Und jetzt fehlt das Geld an anderer Stelle. Und dementsprechend muss ich jetzt gucken. Superweil Perona. Schreib WhatNotSupport. Was meinst du? Ich habe Jogio Sticker Set gekauft. Und das ist schon zwei Wochen her. Das ist schlecht, Dennis. Weil alles, was vor zwei Wochen war, wurde mit Sicherheit schon verschickt. Also es sind nur zwei Streams offen oder sowas. Das heißt, die Sachen sind dann wirklich wahrscheinlich weg. Aber du kannst ja in deinem Profil gucken nach Sendungsnummer und so. Weil das muss ja verschickt worden sein. Du kannst mir auf jeden Fall mal eine Nachricht schreiben bei WhatNot. Und reinschreiben. Boah, das war leider Bruch. Schreib mir eine Nachricht bei WhatNot und sag, die und die Bestellnummer fehlt von dem und dem Stream. Und dann kann ich gucken nach der Sendungsnummer. Aber die müsste ja auch hinterlegt sein normalerweise. Dementsprechend mysteriös. Was ist jetzt schon vorgekommen? Also die Post, wir haben halt sehr viel Posten, müsst ihr euch vorstellen. Wir haben jeden Tag 200 Briefe oder so. Und zwei bis dreimal die Woche ist was weg. Natürlich können die Leute natürlich auch ab und zu mal einfach labern und sagen, mein Paket ist nicht angekommen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute die Wahrheit sagen, bis auf die Leute bei Cardmarket, weil da passiert das zufällig öfter und das ist halt kein Zufall bei Cardmarket bei den Leuten, bei den meisten. Natürlich ist bei nicht allen, dass es immer Fake ist und dass sie immer nur das Geld zurückhaben wollen. Aber zufällig die Bestellungen, die immer 10 Cent unter den Prio-Fasern sind, zufällig, die sind immer natürlich weg. Das ist immer mega dumm. So, wir gehen rein in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster. Also es sind halt, also bei der Post, wie gesagt, so 3, 4 Bestellungen in der Woche, die sind schon wirklich weg. Auch teilweise Prios dabei. Aber das ist halt normal, wenn du 1000 Bestellungen in die Woche hast. Das ist eine Verlustquote von einem halben Prozent oder sowas. Das passiert halt. Das ist ganz normal. 36. Ja, es ist halt, seitdem wir halt Whatnot haben, haben wir nochmal mehr Bestellungen. Wenn man jetzt 10 Sachen verschickt oder so, dann fällt es, Pokemon, ich brauche bitte eine Bestätigung, dass wir öffnen können, was du mit dem Bulk machen willst. 1000 Bestellungen die Woche ist wirklich, ist schon viel und ist schon nervig. Glaube ich nicht an Sko. Also ich habe jetzt, ich habe nicht genau gerechnet, aber sag mal einfach, damit es realistisch ist, 5 die Woche. Das heißt, wie viele sind das 5? Sind das nicht 0,05 oder sind es 0,5? Bei 1000 Bestellungen sind es 0,5. 1% wäre, ne es sind, 1% sind 10. Das heißt, 0,1% ist 1, also müsste es 0,5% sein oder nicht? Oder, ja doch, 0,5%. Oh, der sieht immer aus wie ein alter, aber ich glaube, das ist so an Sko. Ich glaube, da kannst du, also ich glaube, bei 1000 Stück, das 5 Stück weggehen ist schon, weil du hast halt immer irgendwie was. Ähm, jeiden. Also, ich habe das schon gekündigt, aber das lief noch ein paar Monate. Ich weiß nicht genau, wie lange das lief. Sanji, der ist gut, der steigt. Das ist ganz schlecht, Sneeko. Guten Abend, Niklas und Fortnite, Gott. Judge. Und letzte Pack. Also, am meisten ärgert mich halt, also bei Card Market ist die Verlustquote nochmal höher, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht daran, dass die Briefe wirklich nicht angekommen sind, weil es ist halt immer, es ist immer zufällig teure Bestellungen. Ich habe nie, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass eine 4-Euro-Bestellung nicht ankommt, aber dieses 20-Euro- bis 25-Euro, das sind 99% aller Bestellungen, die als verloren gemeldet werden und das ist halt schon random. Weil wir gucken halt, also gerade bei den WhatNot-Sachen hast du ja immer diese Sendungsnummern dabei, dementsprechend sollte nicht so viel da verloren gehen, hoffe ich jedenfalls. Bei mir ist es oft jetzt schon so gewesen, dass die Leute einfach wirklich sagen, und ich kann es mir auch vorstellen, weil Post ist halt komplett tot, also die Sendungsnummer, sogar bei Paketen habe ich das schon oft gehabt, die Sendungsnummer sagt, es ist angekommen, das sind 6 Stück, und die sagen trotzdem, es ist nicht da, immer ganz schwierig dann. Eros, bei dir kann aber gewesen sein, weil das war einer der ersten Streams, dann kann das auch tatsächlich unser Fehler gewesen sein und nicht von der Post, ne? Also, es sind noch insgesamt 8 Packs übrig, eine alte Art, das war, beziehungsweise eine Siko, das ist raus. Auf dem Brief ist wild, da machen die bei der Post auch extra Auge. Ja, ja, das stimmt. Wenn Karteninvestor draufsteht, ist das mal sehr belastend. So, Hyper Sonic, dann geht's los rein in den Bauchschmerz. Ist das schon die alte Art? Oh, shit, der ist sogar ganz cool, finde ich. Also, schwarze Altarzt gehen immer fit. So. Vielleicht haben wir ja entweder ein Leader-Display oder ein Special-Display, ansonsten ist das Display schon tot, müssen wir mal gucken. Ja, die Sache ist halt, ich sag euch ehrlich, wie es ist, wenn bei mir was weggeht, dann mache ich nicht mal einen Nachforschungsantrag bei der Post, wenn mir das einfach zu nervig ist. Sorry, Leute. Das ist wirklich ultra nervig. Ich hatte bei der Post vor Weihnachten, da war Landessugger von betroffen und so, also da waren viele Namen dabei, die ich selber kenne und wo ich weiß, also wo ich wirklich, wirklich weiß, dass es nicht angekommen ist und die mir keine Scheiße erzählen von drei, vier Leuten, die wirklich 100% legit sind und die haben bei mir bestellt für über 1000 Euro und die Sachen sind leer angekommen. Da hat der Postbote die aufgeschnitten, zugeklebt und alles rausgenommen. Das war wirklich geisteskrank. Und da habe ich einen Schaden gehabt von ungefähr roundabout 5000 Euro, die ich erstatten musste und schon mit Deals und so weiter. Also 5000 Euro Schaden und ich habe von der Post genau zurückbekommen 0 Euro und 0 Cent. Und da war sogar ein Paket dabei, das war mit Versicherung, weil das über 1000 Euro war. Also komplett. Also ich habe die Nachsendaufträge alle gemacht, weil 5000 Euro war halt wirklich, das war vor Weihnachten, das war komplett, komplett Bauchschmerzen. Ja, aber die Sache ist, die Post hat halt nicht nur diesen einen Mitarbeiter und die juckt das halt auch wenig und dann ist das schon wieder einen Monat her und dann haben die zu mir gesagt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe es wirklich so schnell wie möglich geballert. Das sind die letzten zwei Booster des Displays. Die letzten zwei Displays, eine Secret, eine Alter, also raus. Don't sind raus. Also ich habe wirklich, wirklich nach zwei Tagen, nachdem ich erfahren habe, dass die Sendung geklaut wurde, habe ich den Nachverfolgungsantrag gestellt und ich muss hier auch warten, bis die Leute mir schreien. Also ich habe nach zwei Tagen den Sendungauftrag gestellt und nach drei Tagen habe ich praktisch von den Kunden auch das gehabt, dass die sagen, das ist nicht angekommen und die sagen, ging nicht in der, war nicht in der Frist. Das war auch komplett Fragezeichen. Mann, meine Haut ist eingerissen, was soll das? So, was soll das? Ohne Sinn. Also, eine Secret, eine Alter, also draus, entweder ist hier ein Leader und eine Speciale drin oder gar nichts tatsächlich. Ich würde jetzt hier nicht übertreiben, warum, das ist immer wieder dieses typische Whatnot-Findung, was ich nie verstehe, warum man da übertreibt. Ganz schön viele Karten noch hier rumliegen. Wann eigentlich Harry Potter Karten? Tim Jan, ich brauche noch deinen RIP in den Chat. Für solche Sachen würde sich echt vielleicht ein Mitarbeiter lohnen. Was meinst du? Ganz komische Karte. Und? Ist kein Leader drin. Ah, okay, das war sogar noch okay. Die geht 15 Euro knapp. War okay, würde ich sagen. Dafür kann man das Risiko schon ballern. Aber schon wild. Also, diese 5000 Euro vor Weihnachten, ich sage euch ehrlich, das hat mich damals schon sehr genervt, weil vor Weihnachten, man möchte halt immer zu Weihnachten ein bisschen, wisst ihr schon, so ein bisschen Geschenke kaufen, viel Geld ausgeben, vielleicht noch dem Geschenk holen, dies machen, zu den Großeltern fahren. Immer alles mit sehr viel, sehr viel Geld. Zeig mal bitte die Hits ein bisschen länger in die Kamera. Wie meinst du das? War doch noch eine Super-Ware. So, jetzt brauchen wir, ist der Koch da oder nicht? Hm? Sollen wir One Piece oder Locana? Locana? Na gut. Neues Case, neues Glück. und nochmal rein. Ist hier etwa Dagobert Evelyn Duck drin? Es fühlt sich gerade an wie eine Schatzkiste, die ich öffne. Legendär Evil Juli, das ist eine Hammer-Aussage. Mich wundert das, ja... so... dann gehen wir rein in Locana, Evelyn Stamps, ein Booster kostet 6 Euro, das heißt, wir machen 6 Booster, Startpreis 30 Euro auf korrekt angelehnt. Oder machen wir 29 Euro, um fair zu sein? So, wir gehen mal rein in 4 Booster, erstmal auf süß. 6, 12, 18, 24 Euro, machen wir Startpreis 23. So, Sneakow, hör auf damit. Wir machen das nicht im Chat, lassen Sie das. So, also Sachen mit Vorsicht, Leihsticker werden extra rumgeworfen, 10 Meter durch die Halle, wirklich spruchenlos. Tot. So, Baby, die ersten 4 Booster des Displays, wir haben seit anderthalb Cases oder sogar 2 Cases keine Altert gehabt. Wenn hier keine Enchanted drin ist, machen die Polio jetzt wirklich gar keinen Sinn, weil wir haben wirklich, im letzten Stream haben wir 4 Displays geöffnet, also ein ganzes Case. Ich habe ein ganzes Case alleine geöffnet auf meine Gaia-Basis und ich habe auch nicht gezogen. Also wir haben wirklich lange, lange nichts mehr gezogen. So, Baby, wie sieht es hier aus? Wir haben nichts. So, Mr. Sneakow-Kopf. Bauchschmerzen. Gucken, ob was kommen kann. So. Also ich freue mich schon, wenn ich Samstag in den Laden komme, Fritz. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wie gesagt, alles cleanes Fuck ist und so Staub und so weg und natürlich auch, wenn hinter der Theke nichts mehr liegt, gar nichts mehr, nicht mal bulk, weil nächste Woche dann, also nicht diese Woche bin ich ja in Berlin, nächste Woche dann wollte ich halt auch mal da hinkommen und ein bisschen mit dir umsortieren und dann wollte ich meine Frau vorbeischicken, wenn du mal keine Zeit hast, dass sie dann mal zwei, drei Stunden den Laden übernimmt und dann mal richtig putzt, würde ich auch sehr fühlen und dann ist der Laden wieder schön, weil im Mai, sage ich dir, wie es ist, Fritz, ich werde mich im, ich werde den April, werde ich alles, ich werde alles auseinander fetzen und ich werde den April zu einem Umsatz Monat des Windes machen und wirklich alles auseinander nehmen, weil, ich sage dir, wie es ist, ich möchte, dass April wirklich der Game Changer Monat wird, ich werde Whatnot hier auseinander fetzen, also wirklich fetzen und ich werde komplett versuchen, so viel Geld zu machen, wie möglich und alles verkaufen, Einzelkarten, teure Sachen, alles, alles weg, einfach nur, um alles bezahlt zu haben, dann gibt es erstmal eine Gehaltserhöhung auf süß und dann, und dann, wann hast du Geburtstag, Frittensohn, beziehungsweise machst du das? Wir wollen nur Dagobert Duck ziehen, teure Karten sind egal, es geht nur um Dagobert Duck, alles andere ist Schnupperschubs, ich glaube, Ursula und Robin Hood sind teurer, es juckt aber niemanden, es geht wirklich nur um Dagobert Duck, wo ist denn deine Pizzeria, Eros? Digga, wo eigentlich mal ein Goldener? Hast du eine Pizzeria oder was? Oder arbeitest du in der Pizzeria? Hast du die Pizzeria? Wahrscheinlich hast du die Pizzeria, weil du so reich bist und immer auf WhatNot chillst, WhatNot Menschen immer reich, habe ich vergessen, also wie war, wenn du noch einmal über Sternzeichen redest, ich sag es dir mit Ansage, ich möchte nicht schwören, weil das unanständig ist, dafür bin ich viel zu gut erzogen, ich gebe dir eine Monsterfingerpistole voll in dein Bauchnabel rein, ich sag es dir, wie es ist, kann nicht sein, hört doch auf Leute, bitte nicht, bitte nicht, ich bin auch Wassermann, da sind wir ja richtig Dicke, ey Fritz, du bist genauso cool wie Viva, ihr habt das gleiche Sternzeichen, ihr gehört zusammen, guck mal, boah, guck mal, ich bin wieder, oh man, was ist denn hier im Chat gerade los, ich verstehe nichts, ich habe etwas Falsches gesagt, was war los hier, wenn man falsche Sternzeichen hat, passt nichts mehr zusammen, könnt ihr mal googeln, was mit Viva zusammenpasst, so Baby, dann gehen wir rein in, ein, zwei, drei, vier Booster Packs, let's go, Löwe auf süß, Fritz, wer ist denn dein Löwe, hm, es töte mich komplett, also wer Sternzeichen feiert, raus aus dem Chat, möchte nichts mit euch zu tun haben, auf gar keinen Fall, ich kriege Magenkrämpfe, ich weiß nicht mal, wie das funktionieren soll, Ah, Fritz, legendärer Flauch, warum ist Lorcaner so teuer, weil das Disney ist, Disney ist komplett tot, also ich, ich, ich werde gleich den Chat einfach auf stumm schalten, ich kann das nicht lesen hier, wir haben immer noch keine goldene gezogen, das ist ein bisschen wild, die müssten jetzt eigentlich mal spawnen, wie nichts, so, Uysten schreibt mir, warum schreibst du mir das privat, ich hab dir gesagt, immer wenn du mir privat dumme Nachrichten schreibst, werde ich das veröffentlichen, Uysten schreibt mir, ob Bannen erlaubt ist, wisst ihr doch, das letzte Mal, als Uysten einfach jemanden weggebannt hat, wo ich aus Spaß gesagt habe, Bannen, er konnte nicht mehr zugucken, könnt ihr einmal den Horoskop der Woche vorlesen, er wirkt unentspannt, wir brauchen vielleicht doch lieber Pokéboy als Mod, Digga, es ist noch keine goldene Karte raus, ich mach das Display jetzt selber auf, Triple A sein im Halbmond, deswegen wieder aber in meinem anderen Geschlecht doppelter Zwilling, ich will nach Hause, ich will ganz schnell weg, wow, okay, jetzt ist krass, weil, jetzt wäre der Pro Gamer Move, der Scam Investor Move wäre, Danny, tut mir echt leid, Digga, oder Danny, jetzt wäre der Pro Gamer Move, das Display für mich selber zu öffnen, warum, weil alle teuren Karten noch drin sind, alles ist noch drin, es sind ja nicht mehr so viele Packs, also hier sind nochmal, ah, aua, so, wir gehen rein in sechs Booster, und jetzt sollten zwei, drei goldene Karten schon ziemlich safe sein, let's go, komplett wehgetan, was ist denn Ascendent, das kenne ich nicht, Fritz hat heute einen Clown gefrühstückt, ich habe richtig Bock, dich wegzuboxen, Fritz, sag dir, wie es ist, richtig mit Boxhandschuhen und so, sparigen, einfach voll in den Bauch rein, ich wette, du wirst dann richtig, es dauern, du wirst dann ganz rot, so, alle Zwingen kriegen einen Star Wars Booster, boah, tot, der K-Investor, Error-No-Hit-Display, Fritz liebt das, also, wenn da jetzt keine goldene Karte drin ist, dann bist du wirklich, dann kannst du auch einfach schlafen, gehen auf den nächsten Tag warten, hier ist die erste goldene, 10, 15 Euro meine ich, Paddy, wann Star Wars, können wir später machen im Fiebertraum, Fiebertraum startet ungefähr um 12, Jim Hawkins, guck mal, da hast du schon dein Geld wieder raus, fast, ah, du hast 45 bezahlt, das sind ja viele Packs, so, ganz viel Schmutz, und, nix, so, jetzt gehen wir rein in, wo eigentlich, also wirklich, Enchanted Rare ist wirklich so selten, nicht mal eine Pro Case, also eine Pro Case wäre auch scheiße, aber ich würde anderthalb Pro Case fühlen, was ist das Aszendent, was heißt das, oh, okay, du hast Plus gemacht tatsächlich, das war gut, so, das Schmutz war gut, also du hast wirklich das Display schon gut hops genommen, ich glaube, es können noch zwei Karten drin sein, aber ganz ehrlich, natürlich sowas ist halt, wieso ist die Ursula ein Missprint, was heißt das, hm, was, da steht Sagengestalt, ja, und, Hä? Das ist, aber kein, das ist ein Error sozusagen, die haben es falsch gemacht, die haben es falsch gemacht, das heißt, das ist kein Missprint, sondern allgemein, die haben es einfach falsch gemacht, errata mäßig, ja, okay, okay, so, dann gehen wir rein in die 29, boah, Pokémon geht ganz tot, Aszendent, so viel, um es in einer Word-Nachricht zu erklären, aber es ist ganz wichtig für deine Persönlichkeit, als Strafe kriegst du gleich ein paar Digimon-Karten, so, ich würde das gerne, könnt ihr mir das in 80 Nachrichten reinschreiben, die restlichen Booster aus dem Display sind, das sind zu viele, machen wir mal vier Stück und danach drei, komm, wir machen alle auf einmal Scheiß drauf, sieben Stück, keine Lust zu warten, sieben mal sechs sind, 42, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, hier findet ihr eigentlich mal ein cooles Messer, Leute, ich habe überlegt, Messer einen Karteninvestor aufzunehmen, weil die einfach so krass aussehen, das ist halt scheiße, wenn irgendjemand ein Messer bei mir kauft und dann jemanden umbringt, damit würde ich gar nicht fühlen, deswegen überlege ich mir das lieber nochmal, ey, der Koch 1, was geht ab, mach mal natürlich auf, legendär Fritz, warum bist du denn so heiß drauf heute, du hast richtig Bock, ich merke das richtig, du hast richtig Bock, wahrscheinlich, weil du wieder ein Leben hast, weil den Klapper so früh zugemacht hat, und du nicht komplett sterben musstest, tot, tot, so, jetzt gönn einmal, Dagobert, Evelyn, Duck, so, der Koch 1 hat gesagt, wenn er Dagobert zieht, schenkt er mir den, der hat gesagt, wenn ich ihn für ihn ziehe, schenkt er mir sogar alles, was er gezogen hat in dem Tag, das ist geisteskrank, er will mir, er schenkt mir sogar den Bulg, er hat gesagt, alles, was er zurückhaben will, ist ein Danke, Danke Mr. Koch, mehr will er gar nicht, richtiger Ehrenmann, richtiger Ehrenmann, also ich werde diesen, ich werde den so klauen, die teuerste ist Dagobert und Ursula, aber am Anfang war der Dagobert nicht der teuerste, der ist erst teuer geworden, weil ich den unbedingt haben würde, die Leute mir alle wegkaufen, letzte Pack, die Sache ist, ich könnte mir den ja auch einfach kaufen, aber ich will ihn halt ziehen, oder ankaufen, Robin Hood nochmal, im letzten Pack, ich weiß nicht, 200, 300, was für ein Nachtara-Move, würdest du sehen, wenn es so bald ist, beziehungsweise nicht sehen, wenn es so weit ist, ich mach mal ein Giveaway an, Legendär ist Nico, das ist ein richtiger Boss-Move, irgendwann bringt es mir 20, weil ich liebe Dagobert Dack, er ist so ein Ehrenmann einfach, er ist die reichste Ente der Welt, das ist krass, er hat erreicht, er schwimmt im Geld, buchstäblich, 30, jetzt müssen wir mal ein bisschen, mal hier was ziehen, würde ich sagen, ein bisschen mal, was ist da los eigentlich, wir gehen direkt rein, ins nächste Dizie, wir gehen rein in 6 Booster, Leute, ich mach schon mal die Auktion an, 6 Booster, 6 Stück, Insane, das ist ja das Problem, ich kaufe immer alles an, und das Problem ist, kann ich dir genau erzählen, ich habe keine Zeit mehr, weil ich den ganzen Tag am Packen bin, deswegen brauche ich neue Mitarbeiter, einen habe ich jetzt schon gefunden, der andere kommt im Juni, ja, Yo-Yo können wir auch ballern, ich wollte heute ein bisschen länger streamen, bitte direkt Rippe in den Chat, 6, 12, 18, 24, 36 Euro, 34 Euro ist okay, los geht's, schreib Rippe in den Chat, dann machen wir das Ding auf, jetzt go, ich mach nichts anderes, Eros, so Baby, Glitzerpappe, materieller Konsum ist das Einzige, was uns glücklich macht, Leute, let's go, oder was uns glücklich macht, wie viel zahlst du im Monat, vielleicht kündige ich und komme zu dir, ähm, du kriegst pro Tag, wenn du gut bist, einen Booster, und je nachdem, wie gut du warst, entscheide ich dann, welches Pack, zwischen LED 9, und ein Star Wars Pack, roundabout, Eros, du zählst natürlich nicht, als Mitarbeiter, hä, du hast doch keinen Vertrag, LED 9 ist dann schon krass, ey, ich möchte ja meine Mitarbeiter in Gold aufwiegen, das ist natürlich ganz wichtig, dass, äh, dass man auch die guten Sachen bekommt, beim Amplikatinvestor, und wenn du ganz krass bist, einmal im Jahr, oder einmal im, nee, einmal im Quartal, damit es fair ist, ich rechne das mal gegen, melde mich, korrekt, Digger, ähm, ja, wie war, du musst auf Sport machen, und auf deine Figur, und auf deine, äh, auf dein ganzes Körper-Image achten, oh, das ist eine Enchanted, weil wir brauchen nur Thanos-Mitarbeiter, ich werde, ich werde so viele Liegestütze mit dir machen, bis du nur noch 40 Kilo wiegst, so, pass auf, legendär, Fritz, also, ich glaube, das ist Jafar, oder die Hydra, wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass das Dagobert ist, komm schon, Herz der Karten, komm schon, Herz der Karten, komm schon, Herz der Karten, einmal auf korrekt was ziehen, einmal auf korrekt was ziehen, ah, es war nur die Hydra, komm schon, nein, das habe ich noch nie gesehen, was ist das denn, was ist das, das habe ich noch nie gesehen, was ist das für eine Karte, sieht aus wie eine Trainerkarte, oder so, was ist das, 80 Euro Karte, was ist das, es ist so tot, dass wir die ziehen, das ist so tot, ich bin so sauer, ich bin komplett tot, komplett am Arsch, ich weine gerade, komplett, komplett tot, gar kein Bock mehr, gar keine Lust mehr, wirklich, komplett am Arsch, scheiß drauf, lasst die Maus machen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf jetzt, na das ist scheiße gelaufen jetzt, Moment, ich muss noch etwas gucken, ich habe etwas falsch gemacht, hä, 26, 27, 28, 29, 30, und jetzt sind wir bei der 31, hmm, ist komplett tot, ne, ich bin so enttäuscht gerade, könnt ihr euch nicht ausmalen, ich bin richtig enttäuscht, also Glückwunsch, für den Hit, so was natürlich, 80 Euro ist natürlich plus, aber wir haben jetzt wirklich, 10 Displays oder so geöffnet, und das war jetzt die beste Karte, nach 10 Displays, ein Display kostet 130 Euro, das ist sehr schlecht gewesen, also, boah, das wäre schon krank, also, das war schon echt scheiße gezogen, sehr, sehr schlecht gemacht, boah, mh, ah, mh, boah, fühle ich gar nicht gerade, ja, was machen wir denn jetzt, boah, da seh ich mich gar nicht drin, mh, boah, mh, gar keinen Bock mehr jetzt, mh, also, ich bin bei Lokane jetzt erstmal raus, bis ich da wieder Lust hab, dauert ein bisschen, wir gehen rein in One Piece, würde ich sagen, so, 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 jetzt Star Wars ballern, aber, es kommt halt auch übertrieben krass, wenn man jetzt einfach One Piece Zorro zieht, als Wiedergutmachung, wobei Star Wars seh ich mich gerade gar nicht drin, wieso wollt ihr den Star Wars unbedingt aufmachen, was ist denn mit euch, wir können Star Wars gleich aufmachen, da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ist egal, also, wie viele Booster gehen wir rein bei One Piece, 10, 20, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann machen wir mal 8 Booster, 8 mal, keine Ahnung wie viel das ergibt, äh, das müssen 50 Euro oder so sein, bisschen mehr als 50, 8 Booster, 4, 8, Was für 42, also die sind 48, das, selbst wenn du 6 Euro pro Pack rechnen, sind das 12, 24, 26, 48, ja, so um die Fuffis aktuell, aber 47 Euro ist auch okay, Samiga, schreib rein, möchtest du öffnen den Spaß, oder war das da los, 32, dann gehen wir mal rein, komm, jetzt hauen wir mal rauf, äh, möchtest du den Bulk behalten, oder kann ich den Backpacken und den Ubi Hits schicken, beziehungsweise die letzten beiden Karten, damit wir beim Versand ein bisschen nicht so Bauchschmerzen bekommen, man kann es natürlich auch den Bulk haben, und Nami, so, dann gehen wir rein, oh, Leader Pack, oder komm, Nami SP gibt's doch gar nicht, oder, Nami, ey, dieser Buggy der Clown ist ja geisteskrank, ne, den muss ich auch haben, also Buggy der Clown sieht so cool aus, Darko Bad Duck mäßig, feier ich komplett, oh, ein Leader Pack nach dem anderen, nice, ganz tot, komplett tot, ach so, die Nami ist scheiße, ey, boah, tot, das Schiff hat kein Top Law da bekommen, und die Bestellung kriegt leider auch kein Top Law, das war leider, wie, das waren sieben, das waren acht, ich habe alle aufgemacht, die da lagen, ähm, zwei Holos, vier Holos, sechs Holos, hier ist eine, keine Ahnung, also, acht Holos, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, alles gut, kein Problem, und ging, ich habe ja auch sehr schnell geöffnet, er war komplett tot, das war wirklich, das waren ungefähr so gut, wie die Paxi ein Newtz immer hat, nur ein Newtz hätte noch einen Don gehabt, auch süß, auch korrekt, aber das ist so tot, das zu verschicken, da brauche ich einfach, ich muss einfach zwei Euro Versand mehr bezahlen, das ist so unnötig, das ist ein bisschen schlecht gemacht, bei Whatnot, finde ich, ich finde, man müsste eigentlich bei Whatnot so machen, dass man einfach immer ein Fünfer bezahlt, pro Tag, also fünf Euro am Tag bezahlt, und dann muss man gar keinen Versand mehr bezahlen, bei dem Streamer, und dann kann man immer als Paket verschicken, da würde niemals was wegkommen, das wäre viel besser, 1, 2, 3, 4, 5, das ist Locana, GTF, komplett am hängen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Büsterchen, los geht's, also diese GTA-Namen, die finde ich richtig scheiße, bin ich ehrlich, die feiere ich nicht, 1%, 12 Euro für 8 Booster, klingt sehr nice, ist ihm egal, also ich sag mal so, wir hatten, also die ist 0 bis 2 Mal pro Case, das heißt, die Karte gibt es schon relativ oft, aber, nicht garantiert pro Case, deswegen wird die, ich denke mal so 70, 80 Euro, ist schon okay, würde ich behaupten, das ist wirklich legitomatico, ich mach das nächste Giveaway sofort an, wenn du jetzt nichts ziehst, ist der Trümmerbruch des Windes, tot, das ist der gute Don, mal ganz kurz einmal zählen, weil eben meinte, wir haben 9 Packs aufgemacht, das kann nicht sein, es sind noch 8 Stück übrig, das heißt, es ist alles richtig, unsere Superwear Schankese, ich verstehe nicht, dieser Shanks, ne, ein Alter, der kostet 10, 15 Euro, der sieht aus wie Thanos, der ist richtig krass, kostet nix, das ist, ich verstehe das nicht, Shanks ist doch mega beliebt und so, ich verstehe das gar nicht, warum der so billig ist, das macht für mich gar keinen Sinn, Momonosuke, das ist sehr schlecht, Hiyori, ja, was heißt nicht, ist das Wafi, ah, Hoodie Jones, der ist auch jedes Mal drin, der ist jedes Mal drin, und wirklich jedes Mal ist der Typ drin, das ist schon wild, aber schon mal eine Alter zu mitnehmen, eine Alter ist raus, das heißt, alles noch possible, immer nix, wenn der ein Alter drin ist, ist immer Bauchschmerzen komplett, das war okay, es hat halt sowas gefehlt, hier guck mal, du hast drei, ah, die ist okay, glaube ich, du hast vier Superwares gezogen, aber nur eine gute, wenn der jetzt irgendwie gewesen wäre, Moria oder so, dann wäre halt okay gewesen, denn die Superwares waren halt der Bruch, ich schreibe mich, was Nudes da geschrieben hat, weil ich kann das leider nicht lesen, so, alles da rein, in die Tüte, was schreibt der denn da rein, Mann, du musst aufpassen, wenn du zu viele Schimpfwörter benutzt, wirst du vielleicht komplett gesperrt, was hast du da geschrieben, alles da rein, so, ich sag mal, das war jetzt nicht der Trümmerbruch, aber es war auch nicht toll, dickes Minus, ohne ES am Ende, ach so, dick Minus einfach, wieso spänen die das, das hat gar keinen Sinn, 33, also, 8 Packs finde ich, ist zu viel, weil das passt nicht in die Tüte rein, das macht mich sehr aggressiv, aber ist egal, so, jetzt haben wir noch, 2, 4, 6, 8 Packs übrig, was ist denn das, wieso habe ich denn die 32 hier, gleich können wir auch Yogi Oberland, klar, Achso, ein Hit ist garantiert, ne, also eine Secret oder Alter hat 100%, vielleicht sogar 2, gehen wir mal rein ins nächste Giveaway, also in 2 Stunden startet der Fiebertraum, Leute, ihr wisst Bescheid, in 2 Stunden wird es wild, egal, Samiga, du kannst doch nicht das ganze Display kaufen, das macht gar keinen Sinn, es ist immer, es ist immer das gleiche, was ist denn mit dir, äh, ich bin raus, wenn da nichts ist, ja, ein Hit ist ja auf jeden Fall safe, also Samiga, bei Whatnot ist der Sinn, es ist der Sinn, dass man snipert, du musst wegsnipern, die guten Hits raus, snipern, genau, dann gewinnen, wenn der Hit drin ist, das ist auch die Kunst, das wegsnipern, du kaufst das ganze Display, dann kannst du auch ein Display einfach bestellen, snipert, schnippert, wenn jetzt Holy Leader kommt, ne, ich boxe jeden weg hier, der ist okay, das ist ein bisschen Kohle wert, 13, 14 Euro oder sowas, Nudes, hör auf damit, das töte mich komplett, die Nami kostet auch so 50 Cent, oh, das sieht aus wie eine Special Wear, nein, das ist so scheiße, das ist so gottlos, gottlose Kreatur, dieser Judge, wenn jetzt kein Leader Display ist, ist es komplett tot, also wenn jetzt kein Leader Display drin ist, oder Special Wear, oder die Nami, oder Manga Zoro, ciao, dann würde ich auch nach Hause gehen, nein, nicht der zweite Don, komplett tot, Kopfschulden, Boah, wieder der Spinner, letzte Pack, wir sehen uns dann morgen, oder so, hau rein, Mann, Samiga einfach auf korrekt zieht, er ist einfach, heute Nacht, träumen einfach von ihm hier, guck mal wie er aussieht mit seiner krassen Schaufel, er ist der krasseste Side-Charakter aus einer Filler-Episode, das Crazy Frog, also den hier zu sehen, und er sieht von der Seite aus wie eine Special Wear, das Böse, das ist wirklich, da ist Böses im Busch, sag ich dir wie es ist, so, schmutziger Schmutz, Display war wirklich nicht gut, was heißt denn Bait, das Wort kenne ich nicht, Bait, was bedeutet das, Bait ist Köder, okay, krass, so, Quetschung der Tüte des Windes, Geh da rein jetzt, was machen wir jetzt, Leute, wo geh mal rein, ich hab auch noch Dragon Ball am Start, Go-Go's hab ich auch, Star Wars, warum wollt ihr das alle, 34, was ist denn S&S, S&S, Pokémon Gewalt in der Zeit, Mischtüten, so Gimmböhrchen, Lass uns keinen Spaß haben, was meinst du in S&S, was meinst du in S&S, ich sag euch eine Sache, nur dass ihr Bescheid wisst, ich feiere das persönlich nicht 1%, also ich mag die Artworks gar nicht, wir gehen auch nicht in das ganze Display rein, lass uns kurz paar Booster schnappen, vier, acht Booster und dann ist okay, ein Booster kostet 5 Euro, machen wir aus Spaß ganz kurz vier Stück auf, oder aus keinem Spaß, so, die Sache, nur ganz kurz, dass die 5, 6 Leute, die das haben wollen, kurz beruhigt sind, die Sache ist, das wird ganz teuer, es wird ganz teuer, das wird richtig teuer, ich schwöre, ich wette, das Schwören macht man nicht, das ist schlechte Erziehung, aber, das Spiel wird teuer, dieses Set, in Amerika ist es schon richtig teuer, und bei uns wird es langsam, also die sind jetzt schon bei, bei Market ist schon UVP, und das ist halt schon mal das Anzeichen dafür, also zwar nie, 8 Euro tut schon ein bisschen weh, 2 Euro pro Pack, ah ja, das Nico macht auch kein Slowwall, Mann, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich pack da Star Wars, ich hab auch gar keinen Bock mehr drauf, ich lass dir glaube ich auch das Ziel, ich hab gar keinen Bock die aufzumachen, bitte, nie wieder Star Wars, 35, die Auktion dauert 10 Minuten, immer noch am Laufen, das gibt's doch nicht, 15 Euro für Gengatv.de, so, weg damit, vielen Glück, ich pack das einfach weg, scheiß drauf, los geht's, viel Spaß damit, und, dann gehen wir rein in, zweimal Zinniger Könige, und ein Yu-Gi-Oh! koreanisches GX-Duelist Pack, let's da go, also dieses Schiff bei Lokana, hat mir den ganzen Tag versaut, oh du Scheiß, was für eine Müsche, was meint ihr, also ich kaufe meine Kartons nicht bei der Post-Viva, das Schiff hat mich getötet, das war wirklich gar nichts wert, Niklas, machen wir auf oder nicht? Nicht mischen, was für mischen, was meint ihr mit mischen? Das muss da rein, das gehört dazu, das ist, man kauft immer Zenit mit GX-Koreanisches Duelist Pack, das ist normal, machen eure Locals das nicht? Ohne Sinn, die haben halt keine Ahnung, was soll ich euch sagen? Boah, boah, beste Karte gezogen, mega nice, Glückwunsch, cool, ich habe keine Sleeves mehr fast, ich muss gleich nach unten Sleeves holen, ich wette mit euch, wir ziehen Palkia, Gold, ah, der sieht auch cool aus, der ist eigentlich ganz cool, ja, okay, war natürlich jetzt keine Altart, aber ich sag mal so, Charakter-Wares nimmt man mit, Bull kannst du behalten, was ein Ehrenmensch, so schöne Kreatur wie du, da gibt es selten, so schöne Kreaturen, jetzt habe ich ganz, guck mal, Pappe, boah, cool, danke man, nee, ist wirklich besser, weil dann kann man sich viel Versand sparen, das ist immer sehr, sehr aufwendig, das Verpacken, und so geht es nicht nur schneller, sondern kostet auch weniger, so, korrekt der Ehre, Niklas, wir gehen in ein Zenit der Könige, und ein Yogi OGX Pack, let's go, so, und ein Tinten-Lander, 6 Euro, 6 aus dem 12 Euro, und das kostet 1 Euro, oder 2, 13, 14 Euro, Sneeko, geh rein da, so, das ist die Kombo des Windes, Leute, also wer da keinen Bock drauf hat, Warrity Collection habe ich dabei, Bandai habe ich glaube ich nicht dabei, 8 Euro, tut weh, uff, ah, 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 muss aber sein, ich musste, ich wusste 100%, dass ich Minus machen werde, aber ich musste das machen, einfach um euch zu ärgern, machen wir auf, oder lassen wir zu, hau raus, auf, ah, das ist nicht mal, der gekauft hat, hallo, brauche ich ihre Nachricht, dass ich öffnen darf, okay, dann pack ich es weg, so, okay, Baby, dann, was machen wir jetzt, oh, Mann, kurz überlegen, was wir jetzt ballern, es gibt One Piece, es gibt Pokemon, oh, so, ich habe hier noch, aus dem restlichen Display, sind noch übrig, drei, sechs, neun Booster, ich habe aber auch neue Booster davon, die kosten so um die sieben Euro, Lokaner wollt ihr, ey, wieso bin ich so durchsichtig, die sind ultra teuer, die Digger, drei Booster, drei Booster, Leute, boah, sechs Euro, ich wollte gerade schon sagen, als ich heute ist angekommen, ich fand krass, ihr kennt bestimmt alle, die schon mal gestreamt haben, die Marke Elgato, die machen halt so komplett Premium Zubehör für Streamer und ich habe halt ein paar Sachen von denen gekauft und jetzt müsst ihr euch vorstellen, habe ich mir gekauft, weil ich musste jetzt noch ein zusätzliches Studio kaufen, äh, machen, das ganze Zubehör dafür und damit ich von zu Hause aus streamen kann, damit ich öfter streamen kann und das ein bisschen entspannter ist, weil ich mir so lange streamen ist, immer sehr unentspannt und das wilde war halt einfach, oh, sorry, ich wollte nicht so krass spoilern, ich habe halt so die Sachen gekauft, aber von einer anderen Firma, weil ich habe mir vergleichbare Produkte angeguckt und weil diese Elgato Sachen sind halt geisteskrank teuer, diese Lampen kosten 180 Euro das Stück und du brauchst halt Minimum zwei, wenn nicht sogar drei und Lederpack kann nichts drin sein und dann habe ich halt einfach mir alles angeguckt, was es so gibt und dann habe ich eine Marke gefunden und es ist wirklich, auf den Bildern habe ich gesehen, es ist das gleiche Produkt und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, das ist Scam, ich habe es bestellt, weil die Marke eine richtige Marke ist und weil ich habe die Marke schon öfter gelesen, also es ist jetzt nicht bei Alibaba bestellt oder so und die Sachen sind angekommen und es ist wirklich zu 100% das identische Produkt, es ist identisch, es ist nicht irgendwie leicht verändert. Hallo Jason, es ist exakt das gleiche Produkt, will ich jetzt lieber nicht sagen, weil ich habe Elgato erwähnt und wenn ich jetzt die Konkurrenzmarke erwähne, dann hört sich das sehr nach Werbung an und dann kriege ich Bauchschmerzen und Ärger, aber wenn man das googelt, dann kommt das sofort, das ist geisteskrank. Einzelkarten können wir später wieder machen, Giveaway startet sofort, so ich würde sagen, wir gehen nochmal ein One Piece Display rein, also ihr müsst euch vorstellen, es ist exakt das gleiche Produkt für 100 Euro weniger, 100 Euro. So, One Piece Display Nummer 3. Also ich finde das wirklich spektakulär, also dieser Greenscreen den ich habe, der kostet ich glaube 180 oder 185 Euro. Und exakt der gleiche habe ich gekauft von einer anderen Marke, es ist halt wirklich witzig, weil es exakt das gleiche ist, sogar die gleiche Verpackung und nur halt ohne Branding. Und einfach, ich glaube entweder 80 Euro oder 100 Euro hat das nur gekostet, das ist mehr als 50%, das ist so krank, das kann doch gar nicht sein. So, Go-Go Patty Packs, was ist denn Go-Go, was meinst du damit? So, wir gehen rein in, keine Ahnung, viele, also 8 war auf jeden Fall zu viel, wir gehen rein in 7 Booster, 4, 6, 7 Booster. Oder 7 mal, keine Ahnung, wie viel kostet das dann, 7 mal 7 wären 49, also irgendwas zwischen 42 und 47 ist der aktuelle Wert. 7 Büsterchen. Ja, das ist krass. Ich habe mir jetzt mal andere Lampen geholt, ich glaube die sind viel besser als Legato-Lampen und haben wirklich, ich glaube 70, 75 Euro mit Versand gekostet, also 150 für zwei. Die sind zwar ein bisschen kleiner, aber 150 für zwei Lampen im Gegensatz zu 360 ist schon ein gewaltiger Unterschied, oder? Das ist schon wirklich, finde ich, heftig einfach. Ich muss mal die Locana-Sachen wegpacken, ich habe hier wieder viel zu wenig Platz. Einfach alles übereinander liegen. So, dann brauche ich noch bitte das Rib in den Chat. Das sind 7 Stück, er kauft das ohne zu wissen, wie viele es sind. Was für dich, war weg? Du hast es doch gekauft, was redest du denn? Hä? Soll ich aufmachen, oder willst du das stornieren? Ich check das gerade nicht. Möchtest du es geöffnet haben, oder geschickt haben, oder stornieren? Mach auf, alles klar. Ich habe gerade gedacht, du hast aus Versehen geboten. Oh, Nami. So, Schmutz. Diese Leader-Packs, ne, wenn ich das schon sehe, ich kriege den Krampf. Ahnung. So, Leader-Pack. Ich glaube, Leader-Pack kann aber Don-Pack sein, ne? Was ist das? Ah, boah, cool. Ist eigentlich ganz nice. In dem Pack gibt es gar keine Trainer-Karten in Alt-Art, oder? Also sowas. Event-Karten. Das gab es bei OP03 oder so. Das fand ich eigentlich mega cool. Dann gab es dann so Ace-Feuer-Fausten und so ein Alt-Art. Das sah richtig crazy aus. Moim, Blau-Adler. Also, dieses Gesicht, das gibt es immer, wenn man so scheiße zieht. Bei mir im Laden auch immer tot bin, wenn die Leute so ziehen. Das tut mir immer so leid. Ich hole mal kurz alle Packs raus, das ist einfach zu viel. So, Display-Karne-Müll. Eins, zwei, drei. Warte mal kurz. Drei, sechs Stück von hier. Und eins aus der Mitte. Ich habe zwar schon gemischt, aber wir mischen immer weiter. Bis wir einfach nur noch Dons ziehen. Also bei jedem Mischen gibt es einen Don mehr. Das heißt, bald haben wir 24 Don-Packs. Bis denn noch, als ich zehn Minuten gemischt habe und einfach trotzdem im letzten Pack die Hode war, war er ist krank. Ich hoffe, Samirga kauft diesmal nicht das Gleiche. Ganz Angst. Aber wenn dann der Leader kommt, ist er tot. OP-02. Was heißt gute Pull-Rate? War halt normal. OP-03 hatte die beste Pull-Rate. Sieben Büsterchen, meine Lieben. Sieben Stück. Ich mache direkt das nächste Gewoll an, meine Süßen. Und los geht's. Digga, Uslin schreibt mir schon wieder privat. Ich raste aus. Das kann nicht wahr sein. LOL. Niklas will einfach Regional-Turnier mitspielen. Der Sack. Pokémon 4 ist drin. Let's go. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Auf ganz entspannt. Gucken wir mal rein, was abgeht. Was heißt das in zehn? So, Baby. Das sieht doch schon mal heftig aus. Gum-Gum-King Kong-Gatling. Das ist der Hit. Also bei OP-02 habe ich so viele Utas gezogen. Ich habe zwei, drei Stück zerrissen. So, Pokémon 4. Da sind schon mal... Oh, da ist was drin. Das könnte Ray-Ju Altart sein. Nee, es ist Ray-Ju Super-Wear. Trotzdem, Fasten-Zwani raus ist schon mal besser als von dem davor. Der arme Mann, wie der gezogen hat, war komplett Bruch. Super-Wear, Schankeser. So. Don. Habe ich schon gedacht. Unami ist auch dabei. Und Hiyori. Boah, guck mal, du holst das Geld mit den Super-Wears raus. Nicht schlecht. Noch ein Pack. Nochmal ein Don-Pack. So, das war eigentlich sogar gut gezogen, finde ich. Natürlich vom Wert her ein bisschen Minus. Bei insgesamt war es auf jeden Fall nicht scheiße. Ein paar Tüten hier hinlegen, dass ich überall Tüten am Start habe. Halber Bruch. Würde ich jetzt nicht als Bruch. Also, das war für mich nicht Bruch, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt eigentlich nicht so scheiße. So. Waren schon die Hits? Nee, gar nichts. Alles noch drin. Hattest du schon mal einen Ankauf von Metacral gemacht, der einfach maximal gesunken ist, bevor du reingestellt hast? Klar. Zum Beispiel jetzt in Sandy One Piece Karten. Ich habe für bestimmt 5000 Euro One Piece Einzelkarten nur alte Arzt und Super-Wears gekauft. Und die sind fast alle runtergegangen. Also wirklich fast alles ist runtergegangen. So. Alle Hits sind noch drin. Alle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Packs. Alle Hits sind noch drin. Danach müssten noch 3 Stück übrig sein. Ich kann es euch nicht sagen. Also, warte. Lass mal kurz gucken. Wir haben 10 Packs übrig. Okay, pass auf. Wir machen die... Also, 7 Packs sind es, Leute. Und wir machen es diesmal so. Ihr schreibt mir jetzt rein, welche... Ihr schreibt mir... Das sind 10 Stück. Hier unten ist Nummer 1. Hier oben ist Nummer 10. Und ihr schreibt mir rein, welche Nummer ich raus tun soll. Ganz krass. 7 Booster, Leute. 7 Stück. 7 Stück. 7 Pakete. Kostaki will ganz dringend. Übertreibt aber bitte nicht, Leute. Chillt ein bisschen. 7 Stück sind das. 2 Hits sind garantiert. 3 sind möglich. So, Samiga, schreib mir, welche 3 du raushaben möchtest. Hier oben ist 10. Unten ist 1. 3 Stück, die entfernt werden. Hallo und herzlich willkommen. Ach, ein Zähentod. Was ist mit dir los, Junge? 8 bis 10. 8. Also, 9. 8, 9, 10. Ah. Okay. So, Baby. Dann gehen wir rein in die Bauchschmerzen. Gucken wir mal rein. Leaderpack. Das war schon mal scheiße. Dann haben wir noch ein Leaderpack. Das ist einfach das gleiche... Tod. So. Hier, ja, Monosuke. Vielleicht wenigstens so Reju oder wie die heißt. Oder Moria, auch süß. Ich bin ganz ruhig. Ich sag nichts mehr. Uff. Uff. Digga. Wo ist Storno-Anfrage eigentlich? Wirklich die Bioli. Das Coole ist... Er hat wirklich gedodged die Packs. Du hast wirklich die drei Nummern gesagt, wo jetzt alle Hits drin sind. Das ist krass. Das ist wirklich... Das ist sehr intensiv. Ich bin froh, dass ich das nicht ausgesucht habe. Ich hätte die Packs auch weggelegt. Sag ich euch, wie es ist. Sehr, 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 sehr unlucky. Also, wenn ich du wäre, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich hoffe, du bist zu Hause und musst nicht in ein Auto fahren. Geh ins Bett und geh schlafen, Junge. Und komm morgen wieder zurück. Geh ein bisschen beten. Weiß ich nicht. Chill ein bisschen. Äh, unrealistisch. Ganz unlucky. Drei Stück zur Auswahl. Zwei davon sind die Hitpacks. Wenn du wenigstens eins gehabt hättest, hätte ich nichts... Oder es ist Error-Display. Wir haben gar keine Hits. Also, wenn das jetzt ein lila-Display ist, dann bist du wirklich der unglücklichste Mensch. Der Trick wäre es, die zu behalten. Was wäre das für ein schöner Scam-Investor-Move eigentlich? Das ist zu wild. In Zukunft einfach scammen. Leute, übertreibt es nicht. Leute, es sind nur drei Booster. Ihr zahlt zu viel. Ich möchte das nicht. Das ist mir unangenehm. Es ist unrealistisch. Wieso ist das auch so schnell gegangen? Was ist denn mit euch? Ich sag dir, wie es ist, Amiga. Ähm, was soll das? Bist du lost? Das ist zu viel gewesen. Das müssen wir stornieren. Das ist unrealistisch. Das machen wir hier nicht. Wir machen das hier nicht. Hm. Also, ich mach das nicht. Ich kann das nicht machen. Ich mache das nicht. Das ist zu viel. Das sind 23 Euro für einen Booster. Das ist viel zu viel. Das können wir nicht machen. Das müssen wir auf jeden Fall stornieren. Das ist unrealistisch. Also, Zähne oder so sage ich nichts. Aber, äh... Nee, nee, nichts rein da. Ähm. Na, das können wir nicht machen. Das ist unrealistisch. Was machen wir jetzt? Das ist viel zu viel. Was sollen wir jetzt machen? Das ist wirklich... Du kannst nicht. 23 Euro. Das ist unvernünftig. Eigentlich sollte ich alle bekommen. Hatte fünfmal Bruch. Was heißt das? Ähm. Weil Bruch Lokana Booster dazu. Passt da, wo es mit Ränen? Also, ich würde sagen, wir müssen ein bisschen... Würde genau so öffnen. Nee. Also, ich würde sagen, das war auf jeden Fall viel zu viel. Wenn du jetzt die Hälfte bezahlt hättest, wäre okay gewesen. Ich glaube so... Was wäre das Maximum bei zwei Hits? Wenn du jetzt eine Secret-Ware und eine Alt-Art ziehst, hast du 40, 50 Euro raus. Das heißt, du hast so 20, 30 Euro auf jeden Fall zu viel bezahlt. Also, so 20 Euro zu viel auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich gebe dir ein paar Booster. Was? Du schreibst 30 Euro rein und du hast doch 69 bezahlt, du Lachs. Nicht ich. Du hast das gedrückt. Hä? Das hat gar keinen Sinn. Also, wie viele Packs können wir machen? Also, das sind, sagen wir mal, 40, 50 Euro Safe-Wert. Das heißt, 20 Euro auf jeden Fall. Ein Pack kostet 6,26 Euro, 18,24. Dann machen wir das so. Ich packe dir vier Booster zusätzlich ein. Das sind wert 24 Euro aktuell. Oder dann machen wir fünf Booster auf süß. Und als Strafe noch ein koreanisches Yo-Gi-Oh-Pack. Aber das ist eine einmalige Sache. Das machen wir jetzt nur einmal. Nur einmal. Und danach nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Danach, wenn ihr 100 Euro für ein Pack bezahlt, seid ihr selber schuld. Aber es soll nicht so sein. Das ist ganz blöd. Ihr müsst damit aufhören. Das ist wirklich nicht schlau. Das ist zu extrem, wirklich. Das ist zu heftig. Das ist unkorrekt. Ich finde das nicht gut. Es ist okay, wenn die Packs ein bisschen teurer sind. Weil da sind ja wirklich garantiert Hits drin. Zum Beispiel. Ah, der ist okay. Momonosuke. Wenn du jetzt den Manga-Zoro ziehst, dann klau ich den einfach. Der ist dann weg. So wie beim letzten Mal, als es zu viel bezahlt wurde. Aber ich sag's euch, wie es ist. Man kann ruhig 10, 12 Euro bezahlen, wenn wirklich Hits garantiert sind. Aber chillt doch, euren Lifestyle. 23 Euro für einen Booster ist komplett am Arsch. Secret Rare Sanji. Was kostet denn der Momonosuke? Der kostet, glaube ich, 25 Euro. Zwani. Sie ist 45 Euro. So, jetzt vielleicht noch ein Leader hinterher. Leider nicht. So, okay. Das war also, wie gesagt, das sind Wert 25 und 25 sind 45 Euro wert. Das heißt, du hast 25 Euro Minus gemacht. Das heißt, du bist jetzt Plus, Minus, Null oder sogar ein Plus. Und das ist eine einmalige Sache gewesen. Beim nächsten Mal wird das komplett wegignoriert. Sag ich euch, wie es ist. Aber du hast auch, man muss auch sagen, Samiga war wirklich, der hat fünfmal gekauft, der hat eben das ganze Display gekauft. Und das Display war ein Haufen Scheiße. Muss man auch dazu sagen, auf korrekt. Weil er hat wirklich schlecht gezogen. Der hat, weiß ich nicht, 200, 300 Euro ausgegeben. Er hat gar nichts gehabt. Deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall okay ist. Aber ich muss das nicht machen, Leute. Mir ist wichtig, wir wollen legitte Streams ballern und nicht Scam-Investor-Streams. Auch wenn der Onkel Scam-Investor gerne Geld verdient. Ich habe mit Geld verdienen gar kein Problem. Ich habe Bock auf Geld verdienen. Aber ich sehe mich da gar nicht drin, wenn ihr dumm seid. Macht keine dummen Fehler. Das ist nicht schlau, wirklich. Investor mit Herz und Seele. Nein, wirklich. Ich verdiene gerne Geld, Leute. Aber nicht auf diesem Scam-Investor-Weg. Da sehe ich mich gar nicht drin. Feiere ich nicht. So, ich brauche Tesafilme. Da sehe ich mich drin. Da sehe ich mich drin. Wir sind einfach American Express. Du kannst einfach Flugmeilen sammeln. Da sehe ich mich auch drin. So. 42. Ne, ihr habt mich jetzt ganz abgefuckt. Mit 23 Euro pro Booster. Seid ihr ganz... Es muss ja, wenn er... Wie viel war das? Wenn er 69 geboten hat, war ja auch irgendein anderer Lappen, der 68 geboten hat. Wer bist du, der 68 geboten hat? Was ist denn mit euch? Hört doch mal auf damit. So ein Quatsch mit Soße, wirklich. Was ist das? Komplett tot. Wo ist King Tee eigentlich? So. Ich los jetzt mit Blödsinn. Dann gehen wir rein in den nächsten Scam. So. So. Wir gehen rein in sieben Booster. Neues Display. Neues Glück. Ey, King Tee ist wirklich am Start. Bitte nicht diese Lokana Displays. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Gibt es von Kleiner eine Kreditkarte? Das ist ja teufelig. Diesmal ich fast nicht an. Ich mische nicht. Mir scheißegal. Die nehmen einfach raus. Okay, ich mische doch. Ja. Oh, Pappe. Da sehe ich mich drin. Schöne Pappe. Der in Pappe investierende Investor. Oh. Oh. Also ich sage es euch, wie es ist. Wenn jetzt wieder die Alters unten sind, einfach wegboxen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ich habe rausgefunden, und ich sage euch das ehrlich, wie es ist, dass Scammen gar nicht der Sinn ist. Das hat halt keinen Sinn. Weil du brauchst möglichst viele Kunden in meiner Branche und nicht ein paar Kunden, die du wegscamst und die nicht wiederkommen. Hat gar keinen Sinn. Du brauchst wirklich viele Kunden, sonst hat alles keinen Mehrwert. Aber ich sage mal so, dieses Scammen. Was soll das? Du kannst halt auch einfach so. Man sieht ja bei mir, du kannst es auch ohne Scammen. Du kannst auch so Geld verdienen. Du musst nicht die Leute abfacken. Du musst nicht die Leute den letzten fünf Euro Schein aus der Tasche rausziehen. Niklas gönnt sich komplett. Guck mal hier, Schmutz. Ich muss nicht scammen, Bandai scammt schon genug, wenn man sowas zieht. Oh, Moria ist auch nicht schlecht. Ich habe halt keine Sleeves mehr. So. Tod. Tod. Okay, das war gar nicht mal so toll. Es ging. Es war okay, würde ich sagen. Die Packs sind sogar günstig weggegangen. Wie kommt das denn? Musst dir extra Boosters. So. 43. Dann gehen wir jetzt einmal rein in fünf Booster. Fünf Packs auf ganz gut Glück. Aber erstmal ohne Spaß. Eben, was war das eigentlich? Für drei Booster 69 Euro. Das war total krank. Total verrückt geworden, wirklich. Also, ganz crazy. Wow. Was hast du denn dabei gedacht? Bei 69 Euro für drei Stück. Dass das legit ist? Das ist ja... Überleg mal, du hättest wirklich... Also, man kann es rausziehen, keine Frage. Aber das ist schon wirklich sehr viel, ne? So, dann schreiben wir noch RIP in den Chat. Dann gehen wir rein da. Ah, er hat das schon geschrieben. Ich habe das gar nicht gelesen. So. Hiyori. Und... Perona ist auch gut. 6, 7 Euro oder sowas. Hatte das auch schon mal. Irgendwann werden die Schritte für die Gebotegröße. Man hat auf einmal zu viel geboten. Tot. 69 Euro. Das war schon unrealistisch. Sagen wir es so, man will eh nur die Hits. Und 69 günstiger als ganzes Display. Heute meinst du meinen besten Hit Rockstar oder wann? Oder Blackstar, sorry. Oh, ein Verpackst runtergefallen. Scam. So. Bull kannst du behalten. Boah, tschüch. Das ist natürlich sehr ehrenvoll. Haben wir direkt 2 Euro für den Versand gespart. Ja. Also, ich brauche immer noch eine coole Idee, was ich mit dem Bull machen, ne? Boah, tot. Boah. Auch das von Bull. So. Der verwirrte Investor wieder am Start. Wie? Was machst du das, Patty? Einfach die Hits kommen nie. Ich sage dir, wie es ist in Zäden. Wenn ich privat öffne. Ich habe ja natürlich auch ein paar Displays so geöffnet, ne? Jetzt von der Nachlieferung. Ich habe ein paar coole Karten gezogen auch. Aber egal, wie ich mische. Immer. Immer. Ich habe erstmal direkt erste Booster immer Donnpack. Direkt Bauchschmerzen. Egal, wie ich es mache. Ich habe immer in den letzten Packs. Wie man einfach irgendwann Eigenheimen bauen aus Bulg. Ja, die Sache ist halt, ich will halt irgendwas Cooles bauen, dass man das wirklich lustig findet, wenn man das sieht. So dass du einen Tisch oder einen Thron oder so, wäre ich schon geisteskrank. So, jetzt gehen wir rein in nochmal 5 Packs. 5 Boosterchen und los geht's. Also es gibt halt 2 Dons pro Display. Und die Dons kosten 1, 2 Euro oder so. Das ist halt komplett tot. Und du hast halt garantiert 2 Stück. Das heißt, es ist halt, sie sehen cool aus und so. Wenn man nicht hat, kann man sich darüber freuen. Aber es ist halt garantiert und deswegen halt langweilig. 5 Stück Leute. 7, 14, 21, 28, 25, 25, 25. Wieso schon wieder? Achso, es sind keine Hits draußen. Okay, ich verstehe. So. Aufmachen oder war das hier los? So. Welches Sternzeichen bist du? Wie heißt der Nummer hier von eben? Samiga. Fritz wollte das wissen. Er wollte wissen, ob du sein Löwe bist. Wassermann. Kein Wunder, dass du so schlecht siehst wie ich. Ich bin auch Wassermann. Daran muss es gelegen haben. So. Da ist was drin, glaube ich. Tod. Also wenn ich das schon... So meine Displays immer. Wie Sternzeichen gibt es nicht. Alles Gute nachträglich. Zu was? Uff. Uff. Digga. Ah, okay. Zorro. Secret Grae. Isokai. Sieht halt krass aus, aber... Die beiden hier waren... Tuff. Sind noch relativ viele Packs übrig. So. Das ist schon geisteskrank, ne? Also wenn ich so überlege. 69 Euro für drei Packs. Aber wäre auch... Also ich bin ehrlich, wäre sehr unkorrekt, wenn ich nichts gesagt hätte, ne? Hätte man mir das safe nachgetragen. Also das sah schon gottlos. Das sah schon... Das war zu krass. Das hatten wir auch noch nie. Also so heftig hatten wir das noch nie. Das sind fünf Booster. Wo ist denn dein Wassermann? Aha. Ist das ein Hit draußen. Ja, wir können nochmal Jogi Oberland, klar. Ich müsste gleich mal pinkeln. Rarity. Und... Nach dem Pinkeln würde ich sagen, müssten wir mal... Hüllen holen. Das war das dritte Display. Ich meine, ja. Vielleicht können wir Einzelkarten aufbauen. Ach klar. So, gehen wir mal rein. Magenkrampf. Lederpack. So. SP noch gar nicht. Denn es später kommen ein bisschen Fiebertraumsachen, ja. Oh, das ist eine SP. Wo wir gerade drüber geredet haben. Nice. Sehr... Also wenn der nicht teurer wird, weiß ich auch nicht. Also wenn der nicht teurer wird. Der kostet gerade nur 50, 60 Euro. Fiebertraumsachen, komplett. Der kostet gerade 50, 60. Der wird aber safe teurer, weil guck mal, wie der aussieht. Guck mal, wie dieser Hund aussieht. Boah, Saline oder Swinders. 40 nur noch, der wird safe teurer. Letzte Pack. Okay, das heißt, in der Regel zu 99,999% haben wir jetzt noch eine Altart drin. Weil eine Secret Rare hatten wir schon. SP ist raus. Das heißt, es muss eine reguläre Altart sein. So. Kann ich dir nicht helfen, Dennis. Wenn du nicht dabei bist, warst du selber schuld. Da hast du was verpasst. Genau, es muss noch eine Altart kommen. Es ist immer so. Wir hatten nur einmal... Oh nein, oh nein, oh nein. Mir ist was umgefallen. Sorry, Leute. Das darf nicht passieren. Es fehlt am Ende was. Das ist die 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46. Wo ist die 43? Ah, dahinter geklebt. So. Die Tüte kommt hier rein. Die Mühle kommt weg. Wir gehen rein in vier letzte Booster mit garantiertem Hit. Und wer jetzt zu viel bietet, hat Pech gehabt, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Garantierter Altart-Hit zu 99,99%. Wir hatten nur ein Error-Case, wo es nicht so war. Also ein Display. Oh. Oh. Also Fiebertrauben ist die Zeitschleife, in der wir uns befinden. Weil wir nur noch am Stream sind und immer alles random ist. Ist legit alles random. Und bin es auch in der Zeitschleife gefangen komplett. So, dann gehen wir rein. Domi aufmachen oder war das hier los? So. Schmutz. Na, das war totaler Durchfall. Also diese Karte, wenn ich die schon sehe. Ich kriege Magenkrämpfe. So ein Hund auch in der Serie gewesen. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Hier nochmal den Baumann auf ganz krass angelehnt. Und im letzten Büsterchen. Einmal Janix. Bauchschmerzen. Also nur, dass ihr es wisst. Wir müssen das Case nicht heute komplett aufmachen. Aber wir merken uns eine SP raus. Und das war es bis jetzt. Dementsprechend, falls wir das dann morgen oder immermorgen aufmachen, wissen wir Bescheid, was drin ist. Ich gehe an das Case auch nicht ran. Das ist wirklich nur für den Swim. Noch ein Display ballern wollt ihr? Was ist denn da los? So. Ah, Einzelkarten können wir gleich machen. So. Yo-Gi-Oh Promos hast du letztens ziemlich gemacht. Wir können gleich ein bisschen in Yo-Gi-Oh reingehen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ein Display rein. Eins können wir noch machen. Auf ganz süß angelehnt. Tunes. Wir haben eben eine Alter, eine Enchanted gezogen. War einfach so ein Schiff. So ein Ort. Das war komplett am Arsche Wino Delfino. Genau. Acht Boosters zu viel, man. Acht Booster passt nicht in die Tüte. Wenn ich das hier hinlege, komme ich gar nicht mehr ran. Dahin. Dahin. Kein Platz mehr, um ranzukommen. Also sieben Booster ist schon max. Aber wir gehen mal rein in fünf Booster, würde ich sagen. Fünf Booster. Let's go. Fünf Pakete. Neues Display. Neues Glück. Neues Giveaway auch ganz süß. Ich bin so zwei Meter zehn ungefähr, ich bin Juli. Auch zwei Meter breit, wie du unschwer erkennen kannst. Hm. Hm. Digga, Jason, was bei dir? Hm? Was mit dir? 10, 25, plus 10. Ja doch, das kommt hin. Der massive Investor. Abdallah, gehen wir rein in den Speckmantel oder war das los, Junge? Kannst du mal ein Community-Treffen im Laden organisieren? Also so ein Datum sagen, dann können alle von WhatNot kommen. Ähm. Theoretisch möglich. Warum nicht? Klar. Ja, komplett vorbei. Mit Live-Auktionen? Boah, da will ich nach Hause. Das mache ich safe nicht. Also das mache ich safe nicht. Also Live-Auktionen? Ich boxe dich weg, Tunes, wenn du das nochmal vorschlägst. Aber wir haben ein cooles Event geplant. Jetzt passt auf. Passt auf, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Display heißt... Lass mich das kurz googeln, ich zeige euch das. Sorry, ich mache sofort die Bestellung weiter, Abdallah. Ich wollte euch nur kurz was ganz cooles zeigen. Rise of Destiny. Und zwar dieses Display. Pass auf, das ist richtig cool. Das ist dieses Display hier. Das haben wir uns geholt. Englische Erstausgabe. Sehr, sehr legendär. Da gab es ein paar sehr coole Jo-Jo-Karten drin. Der Schöpfer, Testalos, der Monarch. Und solche Angelegenheiten. Und das machen wir jetzt auf. Übernächste Woche haben wir uns geholt. Das kostet knapp 1000 Euro. Und wir teilen das durch drei oder vier Leute, glaube ich. Durch vier. Ich habe mir sieben Packs auf jeden Fall geholt. Und das wird so cool. Das macht richtig Bock. Und jetzt passt auf. Wir machen praktisch jeder ein paar Packs auf. Ich glaube, Martin und ich machen jeweils sieben auf. Und dann noch andere zwei Jungs jeweils fünf. Und aus den Packs versuchen wir dann natürlich mächtige und starke Karten zu ziehen. 40 Euro oder so. Und aus den Packs bauen wir uns dann Decks. Und dann machen wir ein Turnier mit den Decks. Und dann spielen wir mit diesen Decks aus unseren sieben Boostern. Das wird geisteskrank. Martin gibt nur noch Geld aus. Der hat sich jetzt alle Decks gebaut, die es gibt so aus der Sendung. Der hat Cyberdrachen alles gebaut. Und der kauft sich immer alles in Highwear. Und ihr müsst euch vorstellen, er liebt nur alte Yo-Gi-Oh-Sachen. Wir gehen nochmal rein in fünf Stück. Also er liebt nur Anime-Yo-Gi-Oh. Es geht gar nicht um das stärkste Deck zu bauen. Es geht nur darum, Anime-Decks zu bauen. Der hat sich 30 Decks gebaut oder 20. Wirklich 20, 30 Decks. Unrealistisch viele. Und immer alles Highwear, aber beschädigt teilweise. Der gibt im Monat 1.000, 2.000 Euro bei Cardmarket aus. Und dann einfach, wir spielen nie, wir haben nie Zeit einfach. Aber es ist sehr legendär. Und so ein Community-Event. Öffentliche Demütigung für den letzten Platz. Nichts Community-Treff. Sonst realisieren die, dass man auch Produkte zu normalen Preisen kaufen kann. Hä? Ähm. Also wir können sowas theoretisch machen. Das ist theoretisch kein Problem. Aktuell ist es nur so, dass wir gar keine Zeit haben, irgendwas zu machen. Und, ähm. Ja, ich weiß nicht. Also man kann theoretisch schon was machen. Da müsste man halt nur irgendwas Cooles machen im Laden, ne? Ich hab jetzt keine Sleeves mehr. Ich muss runtergehen. Ich muss einmal in den Laden gehen, Sleeves holen. Muss man überlegen, was man macht. Da muss man ein paar coole Sachen auf jeden Fall da haben. Ja. Zweimal Don. Ähm. Wir haben einen angestellt, nur Cardmarket. Nur. Der macht nichts anderes. Und wir haben jetzt einen neuen, der macht nur Whatnot tatsächlich. Das ist zu viel insane. Ich wollte meine, die Sleeve benutzen. Aber, ich glaub, die nehm ich dann doch nicht. Komplett am Arsch. Ähm. Hab ich hier noch irgendwo eine Sleeve rumfliegen jetzt? Oder nicht mehr? Doch, eine ist noch da. So. So. Also, ich geh sofort los und geh pinkeln, hol neue Hüllen, hol neue Booster. So. 9.40. Was war das für ein Geräusch? 9.40. So. Ich geh jetzt nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Booster. Wir machen mal 2 Minuten. Also, ich hol jetzt neue Hüllen und ich geh pinkeln. 2 Minuten. Let's go. So. Ich hab meine Schuhe sogar diesmal bereit gelegt. War ganz krass. Ja, wo ist der andere? Wo sind wir da? So. Ich brauch noch mein Handy. Okay, bis gleich. Okay. 1. 0. 0. 0. 0. Amen. 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 Okay. So, neue Hüllen sind am Start. Und los geht's. Okay. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, was hier los ist. Wann Star Wars? Ich mach kurz das nächste Giveaway an und weiter geht's. Gib mir eine Sekunde wieder rein zu kommen. Ich brauch einmal das Rib in den Chat, dass wir die aufmachen oder zulassen sollen. Dragon Ball kann ich auch machen. Klar, kein Problem. Zeig mal Foto von den Hasen. Ein Foto von den Hasen. Hab ich da eins gemacht. Mit Sicherheit. Hier spielen die Kinder mit den Hasen. Ist ganz cool. Da ist einer und da ist der andere. Ist ganz cool. Guck mal, die haben sich richtig gefreut. Die allerstärksten. Die ist auch lustig. Die hat alles Schokolade im Gesicht, die Kleine. Ich hoffe, dass es Schokolade ist und kein Hasen. Ihr wisst schon was? Aber die sind richtig süß. Richtig, richtig cool. Wir haben jetzt auch einen größeren, großen Käfig und so. Und ich mach denen richtig viel Platz. Ihr müsst wissen, mir tun Tiere immer maximal leid, wenn die wenig Platz haben. Ähm, was heißt die haben richtig viel Platz? Nein, nein, das war nur provisorisch. Ich mach den jetzt, passt auf. Das wird richtig legendär. Ich mach den, ich hab ne Terrasse, die hat zwölf Quadratmeter ungefähr oder zehn. Also normales Zimmergröße. Und da kommt halt die Käfig und ich lass die komplette Terrasse für die. Ich muss nur das Geländer noch absichern und richtig hoch machen, dass Katzen von den Nachbarn nicht da rüberspringen können und die reißen. Aber es wird mega cool. Ich hab auch gesagt, Junz, die sollen eigentlich in den Laden, weil das wäre geisteskrank. Aber, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das zu zweimal der ist. Ganz schlecht, das ist krass. Ich kann mir vorstellen, dass es im Laden zu heftig ist. Ähm, zu viel Stress. Und dann haben die Kinder halt nichts davon. Ich hab gerade gedacht, ich hab keine Sleeves mehr. Fang auch Pikachu wird irgendwann wieder steigen. So. Packen wir das mal hier rein. Was meinst du in Säden? Was meinst du? So. Einfach jetzt immer in die zweite Hälfte. Jedes Mal. Immer. Das ist immer so. Jedes Display. Egal ob wir Pokémon aufmachen. Egal ob wir Yu-Gi-Oh! aufmachen. Äh, außer bei Star Wars. Nicht bei Star Wars. Bei Dragon Ball meine ich. Da haben wir die Hits früher gezogen. Da waren die besser gelegt. Aber ich mische ja sogar. Das ist das heftige. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf Booster. Again. So. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr Schleim im Hals habt? Und so ein bisschen heißer seid? Und das so richtig nach Krankheit schmeckt? Ohne andere körperliche Beschwerden? Oder bin ich einfach unbesiegbar geworden? Weil ich bin komplett krank. Mir geht's aber komplett gut. Also das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mischbetrüger? Ich bin der krasseste im Mischen. Aber es ist ja zum Nachteil. Es wäre ja besser, wenn ich andersrum mischen würde. Nightmare? Oder hab ich beides da? Wer von euch machen ist bei den Yu-Gi-Oh! Ah, ich weiß was. Das hier ist Manu gar Honig, Leute. Sollte der teuerste Honig mit? Ich will nur eine Spitze. Okay, ich will doch mehr. Ich will doch mehr. Ich will doch mehr. Zu krass. Man sagt, es schenkt einem Gesundheit und ewige Jugend. Ich werd ihn nun ballern. Das ist mir zu wenig. Er ist fast leer. Die geizig hier. Hm. Ich schmeck nur nach der Holzkabel. Und die Gabel hat so einen heftigen Eigengeschmack. Self-krebserregend. Boah, die Gabel schmeckt intensiv. Boah. Sehr nice. Kurz. Der sterbende Investor, aber ist egal. Dann gehen wir mal rein. Für gewöhnliches Holz-krebserregend. So. Boah. Nice. Unami. So. Oh, shit. Nein. Nicht Liederpack. Ne, ist kein Liederpack. Oh. Ey, der sieht richtig cool aus. Sanji Altart. Der geht glaube ich schon mit was. Der ist korrekt. So. Vierziger nimmt man mit. Da ist das Geld schon wieder raus. Und das ist Zorro Cicotrea. Double Luck. Ich hab gelernt, das nennt man Back to Back. Hab mir die Community erklärt. Sehr nice. Mit so einem Tropfen Honig auf deiner Altart. War das gerade ne Pokémon Bestellung. Die Plus gemacht hat. Eine One Piece Bestellung, wo das Geld raus war. Hab ich heute noch nicht gesehen. Das ist wild. Hältst du das? Wir haben jetzt ein Lieder-Display oder was? Mal kurz gucken. Wie viele Packs haben wir noch über? Es sind noch. Es sind nur noch drei Booster übrig. Entweder Altart, Lieder, Special Wear oder gar nix. Es ist jetzt hier nicht 69 Euro wieder. Ich bin einfach am sterben. Ist egal. Ich sag's euch. Dieses unendlich viele Arbeiten hat mich so stark gemacht. Ich fühl mich so stark wie noch nie, obwohl ich kaum schlafe. Das ist so wild. Ich könnte mit euch für immer diese Zeitschleife durchspielen. Ich sag's euch wie es ist. Bald auch 24 Stunden streamen. Grisir, machen wir auf. Ich hoffe, du hast noch deinen Lieder, Boy. Hier ist dein Lieder. Yamato. Nice. Wann können wir mal teure Pappe ziehen? Moria, zwei Lieder-Packs. Und das dritte ist hoffentlich auch ein Lieder-Pack. Ne. Oh, okay. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Auf süß. Wenigstens nicht totaler Bruch. Auf jeden Fall. Das mit dem Yo-Gi-Oh! Vintage Display. Das machen wir natürlich streamen. Äh, nicht streamen. Das machen wir auf jeden Fall auch im Video. Und das wird auf jeden Fall ein richtig cooles Event. Und was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, ich hab's jetzt so vorgenommen. Also auf lange Sicht möchte ich am liebsten dreimal am Tag streamen. Dafür aber manche Tage vielleicht gar nicht. Beziehungsweise nur einmal. Aber eigentlich am liebsten jeden Tag. Aber jetzt passt auf. Wie habe ich mir das vorgestellt? Und zwar ist das Ganze nur möglich, indem ich einmal kurz neue Musik ermache. Moment. Hm. So. Musik läuft wieder. Also. Ähm. Jetzt gehen wir einmal kurz. Hier haben wir ein bisschen Rarity Collection. Auf Deutsch. Habt ihr euch schon die ganze Zeit gewünscht, Yo-Gi. Deswegen gehen wir mal rein. War One Piece, ja. Giveaway geht sofort. Hallo Carware. Also. Ähm. Was wollte ich sagen? Was haben wir gerade geredet? In was haben wir gerade geredet? Wir gehen mal rein in vier Booster. Ein Booster ist so fünf, sechs Euro. Also mindestens 20 auf jeden Fall am Stizzle-Mizzle-Wizzle. Ach, ich hab vergessen. Ihr kriegt noch ein englisches LDS-3 dazu. Auf korrekt angelehnt. Sehr nett. Danke fürs Abo. Einmal will das so der Netteste Spendierhosen an. Nice. Korrekt, Digga. Mashallah. Mashallah. Was ist das für eine heftige Musik eigentlich? Any One Piece haben wir gerade gemacht. Machen wir auf, Zombie-William-Slams. Du kannst auch öffne immer schreiben. Dann mach ich immer für dich auf. Guck mal. Bulg. Oh shit. Ich werde auf jeden Fall eine... Oh, sehr nice. Nice. Wisst ihr, warum ich kein Englisch... Normalerweise würde ich jetzt Englisch reden, aber ich werde kein Englisch reden, weil das peinlich ist. Und zweitens... Wir machen gleich nochmal One Piece. Oh, im Permanent. Oh, im Permanent. Zwei-Mann-Ein-Pack. Nice. Zweitens will ich gar nicht, dass im Ausland bestellt wird, weil der Versand ist komplett tot. Das kommt nie an. Und Whatnot macht da keinen versicherten Versand aus. Deswegen ist es ohne Sinn, wenn Leute im Ausland bestellen. So. Also auf jeden Fall, das wollte ich sagen, mein Streaming-Plan. Ich möchte gerne jeden Tag streamen, dafür aber kürzere Streams ballern. Beziehungsweise der Abend-Stream soll dann der längste werden. Jetzt passt auf. Der Gedanke war, ein Frühstück-Stream sozusagen. Zum Beispiel um 12 Uhr bis 14 Uhr. Zwei Stunden, paar Displays quacken. Aber auf ganz entspannt. Auf wirklich ein Display nach dem anderen. Auf süß, langsam, in Ruhe. Ganz, ganz entspannt. Dreimal Phantom Nightmare auf Englisch. Und dreimal LDS-3 auf Englisch. Das heißt, dann gibt es ein Frühstück-Stream. Danach, um 17 Uhr, wollte ich dann vor die Kamera aus dem Laden heraus. Von 17 Uhr bis 19 Uhr. Praktisch die letzten Stunden im Laden. Nochmal streamen. Ein paar Displays anbieten. Ein bisschen Einzelkarten auch. Ein bisschen Mischmasch, Ananas, was ihr wollt. Zwei Stunden nochmal exakt. Und wirklich, um 19 Uhr ist Schluss. Geht nicht eine Minute länger. Vielleicht sogar nur 1 Stunde 50 Minuten. Und dann... Das weiß ich nicht, Janiboy. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber der Versand bei Whatnot ist doch ultra günstig, oder? So. Einmal gar nichts. Schöner Bulk. Also ich weiß es tatsächlich nicht, Mr. Janiboy. Kann ich leider gar nicht sagen. Aber der Gedanke ist ja auch nicht, dass die gleichen 10 mal einkaufen. Sondern, dass man andere Leute auch mal erwischt. Sollte bei Whatnot, ich finde, so ein Lager-Future kommen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wäre auf jeden Fall mega. Würde ich feiern. Sorry, Leute. Mein Hals komplett am Arsch. Schmutz. Jetzt schreibt das doch vorher, Dummy. Jetzt ist es zu spät. Also in den Phantom Nightmare gibt es ganz viele teure Karten. In dem LDS 3 sind vielleicht 25, 30 Euro die teuerste. So. Ich mache das mit dem Bulk jetzt auch nur, weil das mit den Paketen hier echt zum Kotzen ist. So. So. Vielen Dank. Sterben. So. Das ist die 54. Also weiter. Ich wollte halt, wie gesagt, 12 bis 14 Uhr. Und dann 17. Ich kann nicht mehr sprechen. Komplett am Arsch. 17 Uhr bis 19 Uhr. Und... Moment. Ich bräuchte echt einen Tee. Gerade ein ganz krasser Move, Mikrofon stumm zu stellen. Das macht ganz viel Sinn. Man stirbt. So. Dreimal das. Was heißt das? Geschiftet. Und dreimal auf Englisch. nochmal das gleiche in grün. Legendär, Yanni Boy. Also was ich sagen wollte ist, von 12 bis 14 Uhr kann ich mir vorstellen. Von 17 Uhr bis 19 Uhr. Und dann fahre ich an, um 19 Uhr mache ich ja Ladenschluss. Mache ich den Laden zu auf entspannt. Fahr nach Hause. Zieh mir meinen Schlafanzug an. Also irgendwie Joggenanzug, was auch immer. Geh vielleicht duschen. Dann seht ihr den frisch geduschten Karte Investor. Gibt es auch einmal im Monat. Äh, esse was zu Hause. Vielleicht lege ich die Kinder noch hin. Und dann zwischen 8 und 9 Uhr abends kann ich wieder online gehen. Und dann kann man alles machen. Weil dann bin ich... Ich hab mir extra fast... Ich hab mir jetzt alles gekauft, aber es ist noch nicht alles angekommen. Ich hoffe, die Sachen kommen Dienstag. Äh, Travis. Sollen wir aufmachen oder was ist da los? Hm. Interessant. Viva-Kopf. Äh, Megatins können wir morgen wieder haben. Die habe ich unten im Laden. Jetzt keine Lust runter zu gehen. So. Gucken wir mal, was wir ballern können. Awakening of Vados. Oh, noch eine Ultraware. Nice. Schmutz. Jaja, bei Ultraware, bei Yo-Gi-Oh, die günstig sind, darf man auf keinen Fall verkaufen. Diese 1 Euro Ultras. Steigen ganz oft. Ich kenne mich auf mit Market aus. Was heißt das denn? Was ist das für ein deutscher Satz? Ich kenne mich auch mit Market aus. Ja, Viva. Ich hab dir schon den Job angeboten. Du brauchst nichts zu flexen. Ganz weirder Boy. Ganz weirder Boy. Aber du musst wissen, eine Sache musst du wissen. Du brauchst dich nicht auszukennen, weil du musst verpacken bis zum Tod. Wir sind in der Zeitschleife gefangen. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Stream fertig geballert hast, ist das wie eine Hydra. Du machst ein Stream fertig, drei neue Kisten. Für immer packen. Du kannst ja auch im Laden schlafen, Viva. Es wird gepackt bis zum Tod. Zwischendurch helfe ich dir. Christgern hilft. Fritz hilft. Und trotzdem wird es niemals fertig sein. So, wir gehen ins nächste Giveaway rein. Fritz sieht sich direkt bedroht vom Viva. Ist ein Kaffee leer. Ist ein voller Kaffee da. Ich liebe Pokémon Mystery Dungeon. Wir gehen nochmal rein. Das können wir noch zweimal machen, glaube ich. Alles englisch. Naja, Viva. Braucht halt Geld so. Was soll ich machen? Also, Whatnot ist halt wirklich gut, um viel zu verkaufen. Manchmal sind die Preise schlecht. Manchmal sind die Provisionen zu hoch. Aber du kriegst viel verkauft. Fritz, das sind E-Bots. Das sind unsere Stammkunden-Bots. Ganz klare Sachen. Die haben gar kein Leben. Also, ich meine damit, dass sie kein echtes Leben haben, weil die nicht echt sind. Verstehst du das? Die sind erst echt in dem Moment, wo wir sie besuchen gehen. Beispielsweise. Oder wo sie uns besuchen. Das war's. Danach weg. Leo, du bist auch ein NPC. Niklas, gehen wir rein? Immer rip. Also, Leo, du brauchst gar nicht reden. Du bist der größte NPC hier am Tag. Du bist ganz großer NPC. Wow. 100%. Du bist auch nicht echt, Eros. Du bist ganz kurz echt, wenn ich in deine Pizzeria komme. Aber diesmal kann ich dir das nicht versprechen, weil ich bin nur drei Tage in Berlin. Und ich bin sehr, sehr, sehr verplant. Also, ich habe wirklich, glaube ich, gar keine Zeit. Also, so gar nichts zum Leben. Meine Frau will 6000 Sachen machen. Ich will einfach nur überleben. Und, äh... Also, ihr müsst euch WandaVision angucken. Das ist einfach das wahre Leben. Da müsst ihr so ein bisschen die Ansage. 10% machen wir auch ganz selten, obwohl einfach jeder streamt. Oh, die seltenste Karte aus dem Set. Glückwunsch, Niklas, Boy. Da ist deine Kohle wieder raus. Die ist echt selten. Sieht auch verdammt cool aus. Magiermädchen und schwarzer Magier. Ist... Was meinst du mit Berlin-Mitte? Also, ich bin... Ich bin am Kudamm auf jeden Fall. Ähm... Also, am Kudamm bin ich auf jeden Fall. Ähm... Dann bin ich in Telto sogar voll auf Random angelehnt. Dann bin ich, ähm... Ähm... Äh... Wie heißt das nochmal? Dann bin ich in... Wie heißt das dann nochmal? Digga, wie heißt das nochmal, wo der wohnt? Boah... Boah... In... Lichterfelde. Da bin ich dann auch. Und das war's schon. Und dann zwischendurch fahre ich dann auch durch die ganze Stadt um irgendwelche... Also, ihr müsst wissen, meine Frau hat einen Donutladen gefunden und der ist wirklich 40 Minuten Autofahrt. Wenn du mit Bus dahin fährst und mit U-Bahn brauchst du zwei Stunden. 40 Minuten dahin gefahren. Und meine Frau liebt so Bubble Tees und Donuts und diese ganzen süßen, ekelhaften... Ich hasse das komplett. Süße Sachen gehen gar nicht für mich, außer Honig. Und... Dann gehen wir nochmal rein in zwei Booster davon. Eins davon. Und zwei Stück hiervon. Also... Auf jeden Fall dieser Donutladen, 40 Minuten Fahrt. Also wirklich aktiv, komplett. Und ihr müsst euch vorstellen, 40 Minuten Fahrt in Berlin sind so 10 Kilometer oder sowas. Also 8 Kilometer fährst du in 40 Minuten. Also total zu Fuß, du bist schneller. Also mit Fahrrad bist du schneller. Und... Dann kommt die da raus und probiert so. Die ist geschmolzen. Die hat noch nie sowas in ihrem Leben gefeiert wie diesen Donut. Komplett tot. Und die träumt von diesen Donuts und redet jeden Tag davon. Sollen wir aufmachen, Swage da, Robin? Legendär Fritz. Wenn du die Strecke mit dem Fahrrad überlegst, bist du schneller, lol. Ähm... Dann gehen wir mal rein in die koreanischen Masterpieces. Boah. Double Dude. Boah. Tod. Destiny Board. Der ist krass. Oha. D-Zeit. Findet mehr. Ich bin zu mächtig geworden in 10. Was soll ich dir sagen? Technisch bin ich einfach 10 von 10 jetzt mittlerweile geworden. Oder auch nicht. Aber Internet in Düsseldorf einfach stabil. Deswegen was soll ich machen? Sanganius, der dritte. Also ich habe jetzt in meiner Wohnung in Gladbach das Studio, habe ich jetzt den Greenscreen, die Lampen habe ich da, den PC, den Monitor habe ich da. Es fehlt noch die Monitoraufhängung. Mikrofon habe ich da. Ähm... Dann fehlt noch... Ähm... Diese ganzen Stativ-Scheiß-Sachen halt. Dieses Ding, wo man die Kamera aufhängt und so weiter. Das fehlt halt noch und dann habe ich alles da, meine ich. Und dann kann ich theoretisch so oft streamen, wie wir wollen. Und das ist ja das Schöne an Whatnot. Ich kann ja theoretisch auch sagen, wir machen jetzt einen Stream, wir machen nur ein Display auf. Okay, ciao. So, dann gehen wir nochmal rein in vier. Das sollte ein Zwanni auf jeden Fall geben, sonst Bauchschmerzen. Vier deutsche Rarity-Collections. Ja, das stimmt, Leo. Ähm... Das nicht insane, das nicht. Aber dafür ist das aufgeteilter auf mehr Personen. Ähm... Von der Arbeit her würde ich sagen, dass ein Livestream auch weniger Arbeit war. Aber du hast zwei Vorteile in Zähnen. Der erste ist, dass der deutlichste Vorteil... Herr Lukas, gehen wir rein oder sollen wir zulassen? Der deutlichste Vorteil ist, dass ich das als Ein-Mann-Armee machen kann. Das heißt, ich muss nicht mehr einen Fritz opfern, damit er seinen Sonntag opfert oder sonst was. Ja, alles gut. In Rarity-Collection gibt's ja keinen Bulk. Oha! Erste Pack. Kompletter, weil Handelstream kann man sich auch acht Stunden reinziehen. Was ich in Zukunft machen kann und vorhabe. Ich weiß nur nicht genau, wie das... Sehr schön auch, Collector's Wear, wie das funktioniert. Bald wieder Sonntag-Team ohne Witz, Leute. Comeback ist geplant. Ja, ja, Fritz. Kleiner Hosen-Scheißer. Und dann kommt wieder die Nachricht. Onkel Patty, mir ist das zu viel. Ich hab Bauchschmerzen. Ja, Gebori mach ich sofort an. So... Aber Fritz, ich war heute in Gladbach und ich hab's tatsächlich gefühlt, weil... Ich sag dir, wie es ist. Die Regale und so sind ja einigermaßen gefüllt mit Produkten, Pokémon und so. Aber es ist halt insgesamt ein bisschen schmuddelig und runtergekommen. Und ich hab richtig Bock zu verbessern. Ich sag's dir, ich hab richtig Bock. So, wir gehen nochmal rein in den 20. Oh, ist 20 wert? Dann machen wir Startpreisen. 19, damit ihr auch ein bisschen bieten könnt, ne? So... Genau, das wollte ich sagen. Ich wollte bei Whatnot in den Shop einrichten. One Piece können wir gleich noch machen. Also bei Whatnot in den Shop einrichten, dass man Displays auch kaufen kann. Das Problem ist nur, ich denke, dass dann die Zuschauerzahlen ein bisschen runtergehen. Weil man ja nicht mehr mitmachen kann. Das ist ein bisschen schlecht. Ich hab keine Ahnung, Klaus. Ich weiß es nicht mehr. Hm? Grüne Männchen? Was lauerst du? Travis, geh mal rein in die Bauchschmerzen. Aufmachen. Ja, okay, Digga. Ich schreib mich noch nicht an, Mann. Ich mach doch schon. Ich beeil mich doch. Ich krieg die Tüten noch nicht raus. So. Tschüss, sind diese Tüten groß? Die will ich gar nicht benutzen. Oh mein Gott, sind die groß. Da sind kleinere. Mit kleiner komm ich besser, klar, Mann. Ja, also ich werd das auf jeden Fall mal machen. Echblossom, Secret Rare. Hört doch mal auf damit, Fritte. Was ist denn mit dir? War das darauf angelegt, Edel Juli? Was ist denn mit euch los? Und wir haben Magiebuch des Urteils, Bauchschmerzen. Starlight of Rare. Noch eine Echblossom, extra Secret Rare. Sehr nice. Ja, kann nicht sein. Moment. Fünf Karten ist ein Booster. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Das ist nur noch ein Pack. So. Herold ist Bogenlicht. So. UiSEN! 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 Den armen YouTube-Stream einfach wie die Boosterhüll neben dir hingeschmissen und nochmal den Müll getroffen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich vermisse den YouTube-Stream auch. Es war ein bisschen ein anderes Feeling, aber es ist doch eigentlich das Gleiche. Weil wir streamen ja parallel auch auf YouTube. Deswegen find ich's nicht so schlimm. So, ich hab hier ein Random-Display liegen. Entwicklungen in Paldea Stamps. Sehr gutes Set. Feier ich persönlich stark. Gehen wir mal ein bisschen rein. Ein Booster kostet fünf Euro. Dementsprechend gehen wir mal rein in vier Booster. Das wäre bei nem Zwanni. Und komm, wir machen fünf Booster. Also 25 Euro wert. Was meinst du, Eros? Warum Gute Nacht? Boah, fünf Euro für fünf Packs, da seh ich mich drin. Also die neue Ära ist so petty mächtig geworden. Wie Eros, bleib hier. In einer Stunde fängt die Zeitschleife an. In einer Stunde fängt die Zeitschleife an. Vier, fünf Booster, Leute. Das sind 25 Euro wert. Uff. Boah, ich dachte schon, Niklas, du rettest mein Leben, aber es ist immer noch zu wenig. 25 Euro auf 17 Euro. Niklas, gehen wir da rein? Hast du immer RIP geschrieben? Kann das sein? Ich erinnere mich gerade. Legendär Eros. Doktor, vertrauen wir bald YouTube stream. Come back. So, Baby. Wir gehen rein. Oh, shit. Erste Booster Altart. Double Hit Pack. Das war wild. Das ganze Display kann ich jetzt in die Tonne schmeißen. So. Petty gleich Minus-Investor hat mir die Götter von Kingskirt empfehlen. Einfach noch aktuell mit Minus. Let's go to the mall. I love it. Da brauchst du wohl, also bei Yogi Oh braucht man aktuellen langen Atem. Ist leider so. Komplett tot. Hier war aber gut bei 5 Bags, der Altart. So. Und dann packen wir das mal hier weg. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir als nächstes Balerius machen. Also Paldea ist zu tot. Star Wars auf gar keinen Fall. Ähm, das haben wir jetzt auch schon gerockt. Ich hab noch One Piece, Einzelkarten, Locana, Dragon Ball. Ahhhh. 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 Jogi Oh, Probox. Ich will aber ein bisschen Einzelkarten machen. Dann können wir, wenn ihr wollt, mal 20 Minuten Einzelkarten ballern. Auf ganz süß und entspannt. Und dann gehen wir erstmal rein in, ich habe hier zweimal den Schwarzhügel Rüstungsmeister. Starlight Rare. Kann man sich auf süß geben. Ein bisschen Promos wolltet ihr hier ballern? Kein Problem. Gutes Investment eigentlich auch meiner Meinung nach. Ist auf Deutsch. Ganz gegönstig die. So, dann gehen wir rein in Minerva. So ein Elefant. So eine Harp hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der sieht geisteskrank aus. Schwarzer Cyberdrache. Und der hier. Und der hier. Und der hier. Alles auf einmal. Let's go to the mall. Ein paar coole Karten auf jeden Fall dabei. Praktisch ein komplettes Battles of Legend Box. Fritz. Ich merke richtig, wie du gerade am, ich will's nicht sagen, das was Wayne einmal zu mir gesagt hat bist. Einfach so nostalgisch. Was ist da los? Warum bist du so nostalgisch? Boah, Fußball feiere ich gar nicht. Also ihr könnt mir jeden Scheiß bringen außer Sportkarten. Teilen in die Swings. Zustand tot, denke ich mal. Jaja, der ist plate oder pur. Sternstopdrache. Auf Deutsch. Also ihr müsst wissen, uns stehen große, rosige Zeiten bevor. Es wird wirklich, wir werden so rasieren. Fünf Euro tut ganz weh. Dafür hätte ich hier niemals verkauft. Ich tu nie wieder einen Sternstopdrache rein. Das tötet mich komplett. Fünf war für den Schönen. Guck mal, wie schön der ist. Mein Gott. Er sieht wirklich eine Legende aus einfach. Fünf war einfach Bauchschmerzen. Aber ist nicht so schlimm. 51 war das. Mit Hashtag. So, ich muss alles ordentlich machen. Sorry Leute. Kann sein, dass zwischen den Karten einmal zwei, drei Sekunden dauert. Weil wir wollen ja nicht durcheinander kommen. Also meine Stimme ist so am Arsch. Morgen wahrscheinlich gar nicht mehr reden können. Oha. Der sieht geisteskrank aus. Und dazu gibt es noch den Weisen mit den blauen Augen. Beide sind auf Deutsch. Also es stehen rosige Zeiten bevor. Ich werde meinen Keller leer machen. Alles ändern. Alles ändern. Meine Schulden bezahlen. Es kommen auch Pokémon einzigarten. Klar Jason. Und ich werde alles auseinander fetzen. Und dann biete ich euch ganz wildes Teams. Dann wird ganz wild. Nein, mehr Ankäufe in Zähnen. Das sagst du jedes Mal. Und das ist jedes Mal Bullshit. Das ist so dumm, dass du das denkst. Das enttäuscht mich von dir. Ankäufe ist das Beste, was man machen kann. Ankäufe ist das Krasseste, was es gibt. So. Das kommt weg. Hier haben wir den hier als Promo. Neos. Und den hier. Let's go. Ah. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Ja, Fritz. Du sitzt den ganzen Tag im Laden rum und drehst Däumchen. Ich war heute im Laden in Gladbach, Jungmann. Ich weiß, wie es da aussieht. Däumchen drehen da, Fritz. Da lagen einfach Pfandflaschen hinter der Theke. Die haben einen Kühlschrank, müsst ihr euch vorstellen, in Gladbach. Der ist leer. Da ist nicht mal eine Fanta drin. Da ist gar nichts drin. Was denn, Fritz? Du bist nur am... Ich wette, du guckst den ganzen Tag irgendwelche schlechten drittklassigen Animes. 100%. Du könntest mir so gut helfen, Fritz. Du könntest mir so gut helfen, Fritz. Was machst du? Nichts. Man kennt dich nicht anders. Nie nimmst du dir Zeit für mich oder hilfst mir irgendwie. Weiß nicht. Wir gehen rein in Cyber Drachenkopf. Und ein Exodia Drachenkopf. Wann eigentlich mal Hilfe von dir, Fritz? Ich weiß auch nicht, wie das so weitergehen soll. Fritzkopf. Das ist hier 54. Nie helfen, wie die entspannten 9 Stunden verpacken durch ohne Pause. Fühle ich aktiv. Ich liebe das. Ich liebe das ganz doll sogar. Also dieses Verpacken, 10 Stunden am Stück. Aber du bist danach nach Hause gegangen. Ich hab danach noch 8 Stunden gestimmt, Fritz. Da ist der feine Unterschied. Was hast du diese 8 Stunden gemacht? Zuhause gechillt? Am Handy gespielt? Bisschen TikTok geballert? Jaja, Fritz. Ich kenn das schon von dir. Wir gehen rein in Exodia Kopf. Pendulum Kopf. Den kann ich nicht anbieten. Und dazu gibt es Fußfetischkarte. Das, das, das. Das, das. Leute, man sieht die Karten gar nicht, die ich gezeigt hab. Wir gehen einfach rein. Ich muss lernen für mein Studium. Das ist mir so wichtig. Ich bin der Fritz. Einfach in der Zeitschleife bleiben, Fritz. Dann bist du doch in Sicherheit. Hä? Drei Euro? Da war Exodia Kopf dabei. WTF? Ja, Fritz braucht richtig viel lieber. Aber wenn Fritz Oskar wäre, dann wäre das was anderes. Dann wäre das was anderes. Aber so. 62. Ach, ich dachte, Exodia geht eine Million. Lol. Dann gucken wir, was wir noch in der Küste haben. So, was ist das hier? Das hier ist Pokémons. Das ist Blödsinn. Das machen wir gleich erst. Wer ist das denn? Also die Zustände können ganz variieren, Leute. Ganz wichtig. Ihr könnt nur umtauschen, wenn ihr Lots kauft. Wenn ihr alles auf einmal umtauscht. Achtet bitte auf die Zustände und auf die Sprache. Hier der ist zum Beispiel Plate. Die sieht pur aus. Den hier. Wir machen halt fette Lots und da ist alles dabei. Ultra alter Scheiß. Was ist das denn für... Wieso habe ich das? Startet der Yugi. Digga Premium Pack. Sündenböcke. Aus Tournament Pack. Aber die sind auch schlechter Zustand. Die gab es nur auf Turnieren. WTF? Krass. Siegeswiper. Ganz wilde Karten. Alpha der Magnetkrieger in pur. Der hier. Und der hier einfach. Ganz wilde Nummer. Leo komplett tot. Schmeiß gleich raus hier. NPC Junge. So ein NPC einfach. Richtiger Discord Mensch. Du bist... Leo, komm mir vor wie diese Leute bei Twitch, die dann irgendwann gebannt werden einfach. Hört doch auf mit dem dritten Bein. Hört doch auf Leute. Chillt doch. Bitte. Bitte kauft meinen Bulg. Kauft meine Pappe Leute. Los geht's. Yo F. Tony. Rein da. Boah. So. Altpapier Erlösung. 63. So. Was haben wir hier? Energiekarten. Boah. Bald machen wir Endstream. Den nennen wir Energy Stream. Und da gibt's nur Energiekarten. Nur. Drei Stunden. Drei Stunden. So. Was ist das hier? Alter, das ist legit Bulg. Aber ich verstehe das nicht. Wo hab... Wieso hab ich das eingepackt? Das sind... Einfach aus MRD. Ganz alte Holo. Sieht sogar gut aus, bis auf die Flecken. Der sieht so cool aus. Wieso ist der da... Wieso ist der da drin ohne Hülle? Was soll das? Boah. Sparkmans. Burst in the Twigs. Hier ist... Das ist so krank. Boah. Der hier einfach. Die sind auch cool. Kommen wir gerne einmal da rein. Oder krieg ich das noch in den Umschlag rein? Ja, das krieg ich noch in den Umschlag rein. Ich darf halt nicht zu viele Karten auf einmal machen, weil sonst nicht mehr ein Umschlag passt. Da war der Elefant dabei. Der ist wichtig. 64. Mein Bulk schon wieder. Oh yeah, King T. Zeig mal Elefant. Ganesia Elefantis. Elefant ist gut. Also ich hab hier nur ganz wenig Yu-Gi-Oh-Karten. Ich verstehe nicht warum. Wo die überhaupt herkommen. Sind die hier gespawnt? So, die falsche Falle. Der Zerstörungszyklo. Muki Muki. Der sieht geistkrank aus. Und ganzer Kackhaufen Bulk. E-Energie ist immer gut. Ganzer Haufen. Das sind alte Holo. Seele des Feuers. Seeferdkaiser. Der alte hier. Rein in den Bulk. Das Ganze nennt sich Bulk des Lichtes. Vintage Bulk in Bauchschmerzenqualität. Aber. Des einen Mülls. Ist des anderen Schatz. Zwei Euro für Lio. Der gönnt sich. Für die Hamster. Los geht's. Was haben wir hier? Das ist leer. Bald Energy Stream bekommen. Ganz böse. Kann mit Gummiband aus der Tasche. Ich muss gerade überlegen. Was ist hier drinnen? Oha. Hier steht drauf. Gute. Alte. Pokémon Cummins. Die Kiste habe ich vor zwei Jahren im Keller gepackt. Das heißt. Gucken was hier drin ist. Boah. Einfach Base Head Chillock. WTF. Exzellent würde ich sagen. Chillock. Der Stärkste und Beste. Ich liebe ihn. Wer kann von euch am besten Chillock nachmachen? So. So Baby. Sneeko geht rein. Mit zwei Euro für Schillock, Mann, Jackson. Boah. War sehr krass. Sehr heftig. Wir gehen rein. Der kommt ganz böse. Italienischer oder Holländischer. Was? Der ist für eine Sprache. Keine Ahnung. Blutzug First Edition. Safer Nirmand. Geist krank. Dschungel. P. Neo Destiny Japanisch. Base Head 2 Ware übrigens. Auch eine gute Karte. Auch Nirmand ist eigentlich sehr sehr gut. Ich glaube die sollte sogar was gehen. Alle drei Reihen. Los geht's. Ich glaube das Tau Boss, äh Tau, Tau Boga ist teuer. Boah wie krass hat eigentlich Tau Boga nachgemacht. Das war geisteskrank. Ich frage mich, was was Tauboga kostet in dem Zustand. Sieht wirklich fresh aus. Guck mal nach, was Tauboga kostet. In Niermend. Base hat 2 ist das. So. Und dann geht es weiter. Das ist die 56. Alles muss seine Ordnung haben. Kommt drauf an, Bebo. Kommt drauf an. Wie ich gerade Hunger habe. Italienisches oder ich glaube, das ist sogar holländisch. Niermend First Edition Dschungel. Mistis Tentara. Die sind geisteskrank, diese Karten. Die sind super selten. Ultra clean. Niermend. Und Mistis Goldini. Gym Challenger oder Gym Heroes. Das ist Niermend bis Exzellen. Aber das ist eigentlich Niermend. Ultra clean. Das ist fast Pack Freak. Die sind in richtig coolen Zustand. Also die sind wirklich immer. Die gehen immer was. Die sind so beliebt, diese Karten. Bei Corona haben die so 3 Euro das Stück gekostet. Einfach. Ich weiß nicht, was die jetzt noch kosten. Ich denke mal, die sind ein bisschen runtergegangen. Aber insgesamt sind die super wild. Die 57 auf Suus. Jetzt kommt eine ganz wilde Karte. Neo Genesis. Pikachu. Super clean. Das Fuck. Niermend. Da unten ist ein bisschen whitening. Aber super clean. Fast keine Kratzer. Fresh and clean Mason. Pikachu Stamps. Ich frage mich, was Fritz gerade macht. Pikachu geht immer fit, würde ich sagen. Oh, jetzt kommt eine teure Karte. Englisches. Base Set. Pikachu. Niermend. Super cleaner Zustand. Englisch. Aus dem Box Break habe ich die, glaube ich, gehabt sogar. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ganz viele englische Niermend-Karten gekauft. Sehr gut, Fritz. Auswahl ist auf jeden Fall klein geworden. Ist mir auch aufgefallen. Sneakawa, kein Geld. Kein Geld, dieser Mann. Base Set. Englisch kommt böser. Da muss man auch mal sagen dazu. Fünfer für TCG Dream. Jetzt gehen wir rein in Shiggy Migi Wiggy. Base Set. Der hat hier eine Druckstelle. Würde ich sagen, Light Plate wegen der Druckstelle. Und ein bisschen Whitening. Und dazu gibt es Glomanda Evelyn Stamps. Auch Plate. Oh, scheiße, das ist Poo, hab ich nicht gesehen. Und, finde ich Bisa Samen auf die Schnelle. Finde ich Bisa Samen auf die Schnelle. Leider nicht. Bisa Samen weg auch einfach. Ne, ich finde nur Bisa Knospen wie unnötig. Okay. Also, die beiden gehen rein. Ab mal Euro. Los geht's. Shiggy Migi Wiggy. Light Plate und Glomanda Pur. Mein Hals ist am Arsch, ich sag's euch. So, 3 Euro ist fair. Gehen wir rein. Die 60. So, jetzt kommt ein Wilder Boy. Bisschen Kratzer-Mazza. Oder? Das ist nur so aus. Das ist ein H. Lol, der hat keine Kratzer. Das war einfach ein H. Ultim. Boah, der sieht so gut aus. Den könnte man zum Graydon schicken. Wow, der hat nichts. Der hat gar nichts. Der ist ultra clean. Und auf Englisch. Keine Kratzer, gar nichts. Niemand. Base Set. Bisa Knosp. Bisa. Knosp. Der stärkste. Kann ich machen. Stoppy Man. Stoppy Man Jackson. Der ist wirklich krasser Zustand. 61. 61. Tschu. Ich habe richtig gute Karten hier drin. Das ist wild. Ich habe richtig gute Karten. Wow. Richtig legendäre Base Set Karten und so. Team Rocket. Shiggy, Miggy, Wiggy. Von vorne super clean des Windes. Von hinten sehe ich hier ein bisschen Whitening. Und hier ein bisschen Whitening. Aber immer noch niemand auf jeden Fall. Sehr schöner Shiggy Lord. Englisch. Team Rocket. Was meinst du mit 2 Liter? 2 Liter reingezogen. Was hast du getrunken? Oder gegessen? 2 Euro für Shiggy. Los geht's. So, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Auf jeden Fall guter Zustand. Jetzt gehen wir nochmal rein in Shiggy Man Jackson. Diesmal von vorne exzellent. Bisschen gealtert. Und von hinten gut, würde ich sagen. Also Shiggy gut. Glumanda. Vorne exzellent. Auch gealtert. Hinten Light Plate. So. Ui Sen. Ui Sen. Hallo Anime Space. Wird eigentlich mal wieder Zeit, dass wir in einem anderen Stream einfach reingehen und irgendwas kaufen. Gucken, wer gerade online ist. Energy Break. Kann ich mir nicht reizigen. Boah, gar nicht, weil so viele Leute online ist. Das ist so wild. Was macht denn der hier? So. Wir können nochmal in One Piece auch natürlich reingehen. Gar kein Problem. Steven gönnt sich die hier. Oh, da ist ein bisschen was los. War das aber viele. Star Wars, Digga. Sehe ich mich gar nicht drin. Jetzt gehen wir rein in eine schöne Kombo. Ich muss mich kurz was suchen. Nicht Kofensa. Wo ist der andere? Hä? Ah, hier. Auf Deutsch bitte. Ne, hier ist Deutsch. So, passt auf. Bisa Knosp in... Oha. Was ist da passiert? Da klebt Pappe drauf. Okay. Ähm... Tod. Also der ist pur sein Vater. Shilok. Vorne Excellent. Hinten Plate. Und Glutex. So, sieht aus wie ein Boss einfach. Vorne Light Plate. Hinten Light Plate. Alle drei auf einmal rein. Für den Bein da. Auf süß. Ne, ich hab gerade geguckt, da ist gar keine Online, die ich kenne. Es sind nur drei, vier Leute online. Ich mach mal wieder Dingens hier an. Drei Euro für alle drei. Obwohl das dieser Knoss in diesem hervorragenden Zustand dabei ist. Weiß ich ja nicht, ne? So. Jetzt kommt eine meiner Lieblingskarten. Ich find den so nice, wie der aussieht. Pikachu, Englisch Dschungel. Exzellent. Oder gut. Der hat langgezogenes Whitening. So. Pikachu. Und dazu gibt es noch, auf ganz süß und entspannt, nichts. Gehen wir rein in den Pikachu, in Light Plate oder gut oder was auch immer. Let's go. Zwei Euro für Steven, gönn dir. Jetzt kommt was sehr cooles. Gucken wir, wie der Zustand ist. Ich würd sagen, Exzellent hinten. Ist halt doch ein bisschen, wo? Es könnte eigentlich noch Niemand sein, aber ich sag mal, da ist eigentlich nix, ne? Das ist eigentlich nichts, aber die Kante ist halt nicht sauber gecuttet. Also eigentlich ist es da Niemand, ehrlich gesagt. Da ist wirklich gar nichts. Lol. Ich find halt nur die Seite so unsauber. Also der ist auf jeden Fall Niemand, wenn ich mir das genauer angucke. Niemand Blitzarius. Auf Englisch. Mindestens 1000 Euro. Ich stell ihn rein für einen Euro. Auf ganz süß. Ich weiß, ich hab gar keinen Schummer, was der kostet. Fünfer nehmen wir mit. Und dann geht's rein in Evoli Stamps auf Deutsch. Wunderschöne Karte. Bisschen gealtert. Deswegen sagen wir mal Exzellent und hinten gut. Verzeihung, meine Lieben. Und dazu gibt es ein aufgegessenes Glumanda. Rein da. Danke, 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 danke. Let's go. Der wohlerzogene Jason und Eros. Man kennt sie nicht anders. Ihr findet ja aufgegessenes Glumanda eigentlich. Ich hab immer auch die Sleeve weg, weil die hat eh keinen Sinn mehr. 67. Ich hab einen Basic-Gluag mit Schimmel tatsächlich. Ich frag mich, ob sich das noch ausbreitet. Wär ein bisschen krass. So. Glumanda in Pur. Krass. Und dazu gibt es ein Glutexo. Deutsch Base Set. Extrem nicer Zustand. Boah, der hat richtig frische Farben auch. Guckt euch den an. Nehmen Glutexo und Pur, Glumanda. Jetzt braucht ihr nur noch ein Pur. Glurak und dann ist alles Tutti. Glutexo sollte doch ein bisschen was wert sein. Zwei Euro klingt sehr günstig. Kevin schreibt, ich bekomme das in den Griff. Das ist die Nummer 68. Jetzt haben wir hier nochmal. Auch Nirmand, ein bisschen die Ecken haben, ein bisschen Whitening abbekommen. Das ist fast nichts, wie ihr selber sehen könnt. Supercleanes Dschungel Pikachu. Sehr nice Karte. So, Marians zieht sich den weg. Das ist die 69. Und dann gehen wir rein in eine Karte, die ist jetzt ein bisschen moderner. Psyana. Und ich weiß nicht, ob die selten ist. Die hat hier unten einfach Mewtwo. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß wirklich nicht, wo die herkommt. Ich habe nicht nachgeguckt. Wir gehen einfach blind rein. Und ich gebe euch natürlich, ich hätte euch kurz Zeit geben können. Dann hättet ihr nachgucken können. Das wäre ganz schlau gewesen. Oder vielleicht kostet die viel. Ich weiß es nicht. Guckt mal bitte nach, was die kostet. Steven gönnt sich für drei Euro. Wer weiß, vielleicht ist sie ein Zwani wert oder sowas. So. Oha. Arctos auf Englisch mit einem Kniekinden. Arctos, Englisch. Glomander mit Schimmel. Schönes Glomander. Guck mal, da richtige Flecken drauf. Boah, guck mal da oben. Also wenn das kein Schimmel ist. Oh, nice. Mit Schimmel kommt immer ganz krass. Und ein wunderschönes Bisa Knosp aus EX Crystal Guardians. Ganz, ganz wilde Zeit. Aber auch Light Plate. Ganz krasse Kombo. Und wir gehen direkt ins nächste Giveaway. Let's go. So, Glückwunsch. Und dann geht's als nächstes rein in... Gucken, wen haben wir hier? Oha. Das ist tatsächlich ein krasser Hit, weil das ist einfach ein Hit. Eine Wear. Aus Base Set. Und der ist top. Der hat gar nichts. Der hat kein Whitening. Nichts. Wenn nur mini, mini mal. Keine Kratzer. Booster frisch gezogen. Englisch. Unlimited. Base Set. Niemand. Top Zustand. Also besserer Zustand kann man den gar nicht bekommen. Außer man lässt den graden. Dann packen wir den auch weg. Hatten wir den eben schon? Kann das sein oder hatten wir den noch nicht? Pikachu aus Neo Genesis in Niemand Biss Excellent, weil er doch ein bisschen Whitening hat. Kann sein, Jason. Ich weiß nicht. Ich gehe Kiste für Kiste wie immer durch. Und jetzt gerade haben wir halt die alte Kiste hier. Hallo Foxy the Fox. Steven möchte jede Karte haben. Oder Steffen. So. Dann gucken wir mal was hier noch. Schön. Ich überspringe auch ein paar, wenn die langweilig sind. Das hier war immer eine Privatsammlung. Eagle Lava in Niemand mit minimal's Whitening. Minimal. Offensa. Behalte ich. Das ist Privatsammlung so gewesen. Und dazu gibt es noch ein kleines Knogger in Exzellent. Starter plus Knogger kommt wild, würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Komm. Ich guck mal kurz zwischendurch, was wir noch haben. Das ist die 74. Wir machen keine Festpreise. Du musst halt bieten so. Als nächstes kommt Mewtwo in Zerstört. Komplett am Arsch. Pur. Ist ne Promo, ne alte. Ich glaube aus nem Videokassette oder so. Elektek in Plate. Und dazu gibt es auf ganz süße Wino Delfino Evoli aus Dschungel. Auf Deutsch. In Exzellent. Ein paar Kratzer sind vorhanden auf jeden Fall. Gehen wir mal rein. Halb zwölf Stunden. Das ist wirklich Zeitschleife. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Vintage-Pult, was wir gerade machen, ist ja ganz cool. Weil diese Artworks sind wirklich atemberaubend. Aber wisst ihr, wie ich das... Also so macht es ja Spaß, wenn man so schöne Artworks hat. So Evoli, Pikachu. Das geht immer fit. Aber ich kann das Ganze auch in Richtung Zeitschleife treten. Das ist halt wirklich... Es kommt dir vor, als wenn fünf Stunden das Gleiche. Es geht ganz einfach, indem ich schlechte Vintage-Karten nehme. Dann wird ganz wild. So, wir haben eine Electek in Plate. Und nochmal ein schönes Evoli. Gucken wir mal in den Zustand. Exzellent oder gut. Viel Whitening. Da seh ich mich drin, Evel Juli. Boah, ist das geil. Wow. Da hab ich richtig Bock drauf. Base Set Glumanda in Plate. Oh, da seh ich noch einen Shilok. Der muss auch noch rein. Der ist auch richtig schön. Boah. Digga, den hole ich nicht aus der Hülle raus, weil er wirklich Schimmel ist. Guck bitte. Er hat sie alle. Corona-Starter-Shilok. Man kennt ihn. So. Können wir machen, den Sensor. Kein Problem, du kleiner Flauschkopf. Kriegen wir hin. Wer Shilok anfasst, ist selber schuld. Ihr müsst Shilok nehmen als Nibiru-Token bei Yu-Gi-Oh. Weil den Nibiru-Token müsst ihr auf das gegnerische Spielfeld legen. Und dann muss der Gegner den anfassen. Ganz schlauer Move. Man muss was da oben haben. Schlauer Fuchs muss man sein. So, das ist die 66. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Was haben wir hier noch in der legendären Kiste? So. Gucken wir mal nach. Boah, der sieht krank, der sieht, der sieht, der sieht geisteskrank aus. Bisa Knosp in Perfekt. Whitening da. Mini Whitening da. Also trotzdem natürlich ganz clean ist niemand. Englisch, Bisa Knosp geht rein. Minimal ist das Whitening. Das ist die 76. Sind die denn? Der sieht gut aus. Und jetzt noch den finden. Der sieht nice aus. Jetzt wird es ein bisschen teurer, würde ich sagen. Wir gehen rein in den Glutexo. Nirmand Englisch Base Set. Minimal ist das Whitening. Mini, minimal. Das ist Booster Frisch. Die sind safe aus diesem Box-Projekt, den ich mal gekauft habe. Bisa Knosp. Nirmand. Also das ist wirklich Pack Fresh. Müsst ihr euch vorstellen, gar keine Altersflägen. Da ist nichts drauf. Die haben keine Luft abbekommen. Nur keine Luft. Und Schillock, Millock, Willock. Minimal. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich noch einen anderen Schillock habe. Ganz kurz. Und der ist komplett am Arsch. Habe ich nicht noch ein anderes Schillock? So. Das sieht noch schlechter aus. Mann. Ist der besser? Also das Schillock hat auch Whitening ein bisschen. Das ist aber trotzdem sehr, guck mal, man sieht es kaum, ne? Bisschen Whitening, Schillock, die Bannerbeine sind noch besser. Alle drei zusammen. Alle drei Nirmand. Die drei Starter. Zweite Entwicklungen. Let's go. Jason, du denkst gleich Fiebertraum. Wir sind die ganze Zeit schon im Fiebertraum. Ich mache mal das hier an. Und Giveaway startet auch sofort. Wir können alles machen, was ihr wollt, Leute. Alles, was ihr möchtet. Das müsste eigentlich 15 Euro oder sowas sein. Boah, 6 Euro tut ganz viel. Bitte nicht. Nein, Steven, denkst du, dass für 6 Euro das krass ist? Wir sind wirklich packfresh. Außer das Schillock. Das war krank. So, jetzt müssen wir mal gucken, das ist hier 67. So. Gehen wir mal rein. Das waren jetzt nur Starter. Jetzt gucken wir mal rein, was in dem nächsten Stapel liegt. Oha. Nidorino mit Monsterknick. Auch noch nie so fetten Knick gesehen. Komplett. Der wurde so gemacht, damit der irgendwo reinpasst. Das sind Trainerkarten. Das tue ich euch nicht an. Skywitch. Legendary Collection. Relaxo in Pur. Sein Vater. Ibitac in, keine Ahnung, Lead Plate oder so. Das sind neuere Karten. Oha. Boah. Lampi aus Neo Genesis. Niemand Lampi. Oha. Hier sind ein paar coole Karten drin. Evoli. Niemand geht rein. Das Evoli passt gar nicht dazu, weil die anderen alle ein bisschen was haben. Evoli und Lampi sehen fresh aus. Der Rest ist kaputt. Das ist die 68. 80. So. Was läuft noch? Ja, was machen wir denn heute noch? Alles schöne legendären Szenen. Das war legendär, dieser Stream. Der war geisteskrank. So, Baby. Firma für Steffen oder Steven Evelyn Stamps, wie er genannt werden möchte. Giveaway wurde erst legalisiert. Was meinst du damit, Youngboy? Jetzt wird es ganz wild. Sabrinas Slowpoke. Poke. Light Plate. Roccos Sandan. Gut. Mächtiges Evoli dazu. Niemand. Legendär Hello. Schweinegott Krumpig würde jetzt zünden. Was heißt das denn? Was ist denn Krumpig? Was bedeutet das? Merkt ihr das auch, dass Bulk immer komplett tot ist? Man wird richtig müde davon. Das ist wirklich, das ist schon Teil des Traums, Leute. Es hört auch nicht mehr auf. So. Das schönste Endivir, was es jemals gab. Fresh und clean Endivir auf Deutsch. Ne, schmeiß ich gleich raus, Ivo Juli. Schwarzer Kalas Zauberer habe ich auch geliebt. Also schwarzer Kalas Zauberer war der mächtigste. Und es gab noch Jinso, falscher Mensch der Liebe. Kam ganz krass. 1 Euro für Blue Devil One. So, ins Tütschen rein, würde ich sagen. Jetzt kommen wir mal zu was Wildem. Das hier ist Verborgene Mächte. EX Verborgene Mächte. Ich würde mal sagen, so gut. Bisschen Schimmel. Tornuptu. Der dürfte jetzt sogar wirklich was kosten. Der sieht exzellent aus. Und Logok aus Smaragd. Das ist eine Dreier-Kombo, die es in sich hat. Also das ist wirklich gut. Boah, ich besitze nur eine einzige Goldstar. Nur eine einzige. Ich besitze Flammare Goldstar in purer als pur. Also wirklich zerrissen fast. Richtig rasiert. Was meinst du, Eros? Ist gar nicht geil, diese zu haben. Ich würde die lieber verkaufen. Oha, okay. Nebulak. Plate oder Light Plate. Aber die sind ganz wild, die Karten von Sabrina. Pixi in Light Plate oder gut. Elektroball Dschungel. Excellent. Diktree Base Set. Plate. Der alleine dürfte 2-3 Euro kosten. Gehen wir mal rein. Ist die 70? Ich glaube, das geht 150 oder 200 oder so. Irgendwie sowas. Aber ist so komplett tot. Die Musik macht mich müde. Das kann das auch sein. So. Aquana. Niermint. Dschungel. Da kann man reingehen mit einem Taui oder sowas. Ich muss mal andere Mocker machen. So. Boah, ich muss gleich Essig ballern. Ich brauche Energie. die... So. 79. Elektroball Dschungel. Exzellent. Pikachu Dschungel. Niermanfuß Exzellent. und ein random pokédex wo ich meine deutsch jason kopf 120 klingt gut nämlich so jetzt was teures neo destiny helles aquana minimal weitening an den ecken immer noch niemand mächtige karte geben aber ich starte sofort also die dürfte tatsächlich was einiges kostet das einzige hell der aquana was es gibt let's go einfach ein toppler oder weil ich die karte wirklich sehr krass feiere ehrlich gesagt also richtig coole karte das lokale 80 euro schiff hat einfach kein toppler oder bekommen 11 euro für blue devil one glückwunsch ganz teuer auch vorne exzellent gealtert hinten gut blains glutexo können wir einmal reingehen coole karte wirklich ich mache heute ohne augentropfen ist gut was soll ich machen wenn ich die vergessen nachbar haben man bleibt keine wahl die rechnungen wollen bezahlt werden base hat zwei niemand bisschen stümperhaft ausgeschnitten und dürfte teurer sein als bei einem normales base set eines tages in zehn jetzt kommt wieder eine ganz teure karte legendäres art work erika spisa knos exzellent bis gut wunderschöne karte allgemein die gymkarten sind alle teuer und du kriegst noch eine psychologie obendrauf in holo kommt ganz krass oha da war noch ein galaxo dabei ist auch noch dabei lohnt sich mal mehr so die 84 fast alles runtergefallen nur die luft dschungel gut dragoneer base set plate des todes geflohr niemand ist nur wer wiederverwertung einfach pommelhoff wird getötet einfach der big block vanille geschmack high protein low sugar oha das sieht wirklich teuflisch aus also unappetitlich mhm delicious mhm so lecker mhm 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 schöner staubgeschmack nice so genug energie für paar stunden getankt geht es weiter mit der 71 fangmiu pokémon liga wizards of the coast nirgend bis nirgend minus pokémon 5 2 soundcrack keine ahnung ich weiß nicht was das ist noch nie gesehen wo kommt das her weiß das jemand nimm dann der pokémon sammelkartenspieljahr teil und schnapp dir eine kostenlose miu promokarte ab dem 8 januar 2001 erhältlich solange der vorrat reicht oh yeah gute karte 85 vielleicht die 1000 euro wert noch nie gesehen die habe ich legit noch nie gesehen exzellent blitzer also hatte keine hülle so baby jetzt wird es teuer genger evelinos stampes nirgend bis exzellentes fossil fossil let's go jetzt einfach das ist der genger leute der erste genger den es gab der erste print von genger der allererste so Tentacool in Pur Wiederverwertung Wunderschönes Vollriegel in Niermend bis Niermend Minus Wunderschönes Satu Neo Expedition in Exzellent Und die Entwicklung von Tentara Tentoxa in Exzellentos Und der Heslongerok in Exzellent Gehen wir mal rein, ne? In die Bauchschmerzen, würde ich sagen Nach Neo Entdeckung ist das Verzeihung Ich bin schon ein bisschen älter Poke Frenchie, ich hab das nicht mehr so drauf So Gucken wir mal hier rein Einfach Energiesuche Trainerkarte in Lightplate Der mächtige Allgegenwärtige Articuno Alias Actos In Lightplate Aber Englisch Lapras Evelyn Stamps Boah, der sieht gut aus Zeig mal Vorne Niermend Hinten Exzellentos Plus Gehen wir rein in die drei Hübschen Und es gibt nochmal Wiederbeferden dazu als Strafe Let's go Keine Ahnung Poke Frenchie Ich hab hier ne Random Kiste Ist alles drin Und mit einer Kiste Meine ich 50 Neben mir Wir gehen einfach durch Ich kann's ja nicht sagen So, das ist die 73 So, Baby So, schön und flauschi Klein und rund Schnell in meinen Mund Das sind ganz alte Karten, Samiga Das sind die ersten paar Sets Niermendos Magneton ist ne Ware Die sind relativ selten in Niermend, Leute Also wirklich selten Auch bei Cardmarket Hier ist bisschen Whitening Trotzdem Niermend Schöne Fossil-Wares Und Actos Alle drei Ich würde mal sagen Der ist Niermend- Der hat hier doch schon Whitening Und Georock Ein Exzellent Bisschen Fossilvoll machen Gehen wir rein Ja, das ist aber krass Dass du das wirklich nicht kennst, Samiga Also nix gegen dich Aber Dass du Die alten Pokémon-Karten Nicht kennst Ist schon Fragezeichen Aber auch als Kind Hast du die nie gesehen Auf dem Schulhof Weil das sind So, das waren die Die man immer gesehen hat Als Kind Er schreibt Quinch Ich sammle kein Pokémon Quinch Früher war es andersrum Jetzt ist Jetzt ist Quinch Nicht zu sammeln Der war tatsächlich Sehr gut, Jason Sag ich dir, wie es ist Der war wirklich nicht schlecht Muss man dich auch mal loben Ich lege das einmal kurz an Seite Dass hier nix durcheinander kommt Wir haben schon über 3000 Karten heute verkauft Ganz tot In Hause So, jetzt kommen wir in die Dschungelwares rein Oha Plate Sichlor Auf Englisch Dann haben wir ein Plate Mit Schimmelsporen Giflor Auf Deutsch Ey, da hat sich doch jemand Nidoqueen eben gewünscht, oder? Aber der Zustand ist pur Sein Vater Komplett am Arsch Auf Deutsch Pantimos Der Vater von Esch Auf Exzellentos Rein da Nein, nein Pantimos ist der Vater Das ist 100% so Das ist auch bewiesen Das ist, äh Approved Safe So Beißen wir mal hier den guten Proterienriegel ab Ist auch gar nicht unappetitlich Am Arsch Also pur Plate Niemand bis Exzellentos Lightplate Der Spieler Nementos Japanisches Pur Komplett Wiederverwertung als Strafe Nementos Gehen wir rein in den Magenkrampf Ich mach das nächste Giveaway an So Wir machen gleich One Piece wieder Ich wollte die Kiste kurz ballern Moin Epics So Zwei Euro für den schönen Carwear The One Piece ist schon nicht schlecht Kann man nichts sagen So Wie sieht der hier aus Der ist Exzellentos Dann haben wir aus Dampfkessel Schilderus Panzerfossil Mir egal wie der Zustand ist Gambler auf Englisch In Plate Und ein schönes Basehead Pikachu In Pur Auf Der ist das für eine Sprache Eschala Moneda A Cara O Cruz Si Salle Cruz Pikachu Si hasse 10 Puntos De Dano A Si Mismo Spanisch wahrscheinlich Ja ist auch klar Dass das Spanisch ist Mein guter Alter Einzig Wahre Investor Wie geht's den Augen Alles Tutti Kalotti Bisschen 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 Verschwommen Aber keine Problem Diese Jason Ich schmeiß dich bald raus Ich sag's dir wie es ist Es geht so nicht mehr weiter Ich kann das nicht mehr mit dir Komplett tot War in der ersten Runde Das Silly Bisschen mit dran Habe das gegeben Keine Ahnung was sind Silly Bisschen Kommen heute noch italienische Karten Der will rein da Ich weiß es doch nicht So Oha Okay Bitte Mit Schimmel Mit Schimmel Pilz Überwachsenes Schiller Boah Der Schimmelpilz Kommt böse Die besten Sporen Leute Ihr könnt euch neu Ihr könnt ganz lange Krankenschein machen Wenn ihr die Karte habt Ihr könnt ganz lange damit Zuhause bleiben Dazu gibt es passend Bisagnos Verzeihung Verzeihung Auch Plate Und dazu Natürlich Wie soll's auch anders sein Vutex To Evelyn Mosby Was soll ich denn zu dem Zustand Sagen Ist doch scheißegal Ihr seht das doch selber Oder Komplett am Arsch Und da gehen wir jetzt reiten Ey Holzi Was geht Einfach tot Ich bin richtig allergisch gerade geworden War sehr krass Wie viel ist euch der gelbe wert Ich sag dir wie es ist Wenn du es anlegst Du kannst immer wieder Diesen gelben Schein holen So Diese Starter Haben wir jetzt schon Ziemlich oft gemacht Lassen wir mal Fürs nächste Mal Die sind viel zu krass Trainerkarten Tue ich euch nicht an Pixi In Keine Ahnung In Excellent bis Nirmand Die machen wir gleich Oh Eine Vista Karte Die ist heftig Digga Hier ist ein moderner Burg drin Dazwischen gefangen Einfach Tonne Kloppen gleich Sazenia In Excellent bis a Good Ist ne Wear Ultrigaria Stamps Knofensa Stamps In Nirmand Eigentlich verkaufe ich Keine Knofensas Aber aufgrund des Settes Nur das ist Englisch Die anderen beiden sind Deutsch Rein da Und die Vista Karte Gibt es natürlich Umsonst dazu Beziehungsweise Ihr müsst die ja bezahlen So 79 Ja Für 2 Euro Tut mein Knofensa Ganz schön weh Bin ich ehrlich Auf jeden Fall Leute Wie gesagt Der Traum wäre es Bis zu 3 mal Am Tag zu streamen. Und dann habe ich einen Gedanken gehabt, weil es ist natürlich ganz schön viel, wenn ich mich dreimal am Tag vor die Kamera setze. Aber, jetzt passt auf, ich werde meine Frau beauftragen, dass sie zwei, drei Mal pro Woche den Morgen-Stream übernimmt und von zu Hause aus einfach streamt. Der Geist ist krank. Wir haben Nidoran Weiblech. Ist jemand auf jeden Fall. Das ist nur Schmutz. Sehr fresh und clean ist Nidoran. Fresh und clean Nidorina. Weiblich. Deutsch. Fresh und clean. Bisschen Whitening. Würde ich sagen, excellent plus, nehmend minus. Sagen wir mal excellent auf süß. Nidoqueen. Die komplette Dreier- Kombo auf ganz entspannt. Wieso bin ich... Ich glaube, ich bin gegen den Power-Riegel allergisch. Ich bin gerade maximal am sterben. Na, muss rein. Das gleiche wie ich zu uns. Einfach, aber die macht ja nur Packs. Ja klar, Pokémon ist der einzige Hype, Junge. Der aller echte Hype. Das ist Madbo-Englisch. Also One Piece-Hype ist nichts gegen den Pokémon-Hype. Der ist niemand. Boah, ich bin... Ich weiß, ich bin so allergisch. Das ist krass. Boah. Komplett am sterben. Woha. Dark Prime-Ape. Gut. Light Plate. Und den lieb ich auch. Dunkles Maschok. Gut. Boah, ich bin voll am sterben. Ich weiß nicht, was los ist. Meine Nasentropfen sind auch nicht da. Scheiße. Ich bin gegen irgendwas richtig allergisch. Das muss der sehr steril gewesen sein. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was da drin war. Sorry, Leute. Das ist unrealistisch. Also wirklich tot. So unangenehm, wenn ich das hab. Ich hab immer eigentlich Nasentropfen gegen Allergie in der Jacke. Aber natürlich heute nicht, Mann. Warum auch? Boah, ich hasse das, wenn ich einfach zwischendurch vergiftet werde. Das ist so schlecht gemacht. Allergie. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat. Das ist so dumm. So. Dann gehen wir jetzt mal in was ganz Teures rein. Aus dem teuersten Pokémon-Set aller Zeiten in Light Plate bis Plate. Bebor ist eine Wear aus einem, ich weiß nicht, 800-Euro-Booster oder so. Englische Wear Bebor Stamps. Skywitch heißt das Set. Das war das letzte Set von Wizards of the Coast. Ist schlechter Zustand, aber ein bisschen was ist die trotzdem wert. Komplett tot, Jason. Dann umbringen. Selbstzerstörungsknopf. Dunkles Kadabra in Exzellent. Dunkles Slimebock in Exzellent. Noch was aus Team Rocket da. Volto Ball. Italienisch oder holländisch. Holländisch. Ja, ist holländisch. First Edition. Holländische First Edition sind, glaube ich, die seltensten von allen. Ganz wild, dass sie das überhaupt produziert haben, ne? Also, ich werde den Riegel nicht weiter essen. Ich werde den jetzt auch wegschmeißen. Sehr schade, weil der echt groß ist. Aber ich bin komplett allergisch dagegen. Das ist sehr intensiv. Boah. Ist krass. Au. Sehr, sehr Bauchschmerzen. So, 82. Okay. Wir haben einen Kramworks Neo Genesis japanisch in gutem Zustand. Nebulak von Sabrina. Mega nice. Excellent. Und dann noch was Teures dazu. Die ist wirklich teuer tatsächlich, obwohl es eine Kammer ist. Äh, Blaine Svocano. Excellent. Bisschen jemand. Bisschen waiting. Das war's. So. Rein da. Ja, mein Finger ist voll mit Farbe. Das stimmt. Ich gehe gleich waschen. Was meinst du eigentlich? So, das ist die 83. was war was? Gott los. Ich hasse das, wenn ihr das macht. englisch ist Nebulak Bay Set 2. Gut. Viel Whitening. Mach mir keine Angst, Leute. Ich bin alleine im Laden. Ist ganz gruselig. Mach das bitte nicht, Leute. Ich habe viel Angst, diese Mann. Bietest auch bulk an. Äh, mach ich gerade. Excellent Owei. Okay, den behalte ich. It's a holländisches First Edition Dschungel. Kofensa muss ich behalten. Tut mir leid. Er ist zu wild. Und dazu gibt es noch einen Evolien Excellente. Deutsch Fossil. Äh, Dschungel. Let's go. Let's go. Let's go. Ich habe aus Versehen voll drangesoomt. So. Ich werde das so gekonnt ignorieren. Alles, was gruselig ist im Chat, wird ganz massiv ignoriert. Ganz viel Bauchschmerzen sonst. Der Allergie-Investor. Oh. Mein Hals, müsst ihr euch vorstellen. Ihr kennt doch alle diesen Gurgel-Zöpfchen-Ding. Das ist jetzt auf die dreifache Größe angeschwollen und mein Hals ist ganz zu. Also, ganz nerviges Gefühl. Juckt ganz doll und tut ganz doll weh und Nase läuft. Und Kopf tut auf einmal weh. Ihr merkt wahrscheinlich auch, dass ich roter geworden bin. Röter? Also, Allergie ist so teuflig. Ich verstehe das nicht. Das ist so eine schlechte Angelegenheit. Boah. Ich hasse das. Wirklich. Ich hasse das komplett. So. Das ist Quatsch mit Soße. Europe Basehead 2 Nirmand. Trainerkarte einfach. Trainerkarte Basehead 2 als so. Die dürfte sogar teuer sein. Lass uns mal die Trainerkarten weg. Englische Sterndu Basehead 2 Nirmand. Das sieht echt gut aus. Elektroball Nirmand. Basehead 2 Elicit. Japanisch Exzellentos. Pur Vollriegel. Englisch Neogenesis. Komplett tot. Boah. Der sterbende Kartinvestor. Man kennt die nicht anders. Das ist geistkrank. Ich frage mich, wer meine Nasentropfen aus der Jacke genommen hat. Das ist komplett illegal. Mir würde es komplett gut gehen, wenn ich die hätte. Hm. Das ist ganz schlecht gemacht. Wieso sind sie nicht in der Jacke? So. Gehen nochmal rein in den Sterndu für... Äh... Niemand. Tyra, Grog in Pur. Japanisch. Oha, den haben wir noch gar nicht gehabt. Der ist ganz cool. Machen wir gleich. Oha, das ist ganz cool. Lol. Das ist eine mächtige Karte. Carpador, Basehead. Niemand bis Niemand minus. Der mächtige Tausch mit Schimmel. Also legit mit Schimmel. Warte, da. Sehr nice. Trattini, Evelyn, Stamps, Englisch, Basehead. Top-Zustand. Er hat gar nichts. Er ist richtig top. Richtig nice. Und ein Elektroball, damit man auch stirbt. Niemand. Basehead. Where ist das? Einfach. Stellt euch vor, ihr gebt 1000 Euro für den Booster aus und das ist euer Hit. Let's go. Aber alleine für Trattini und Elektroball lohnt sich das schon. Sehr, sehr gute Angelegenheit auf Krampfbasis. Ich kann das nicht mehr. Boah. Ich kann das nicht mehr. Ich hab die wirklich monatelange in meiner Jackentasche. Ich brauch sie einmal. Nicht da meine Nasentropfen. Der sterbende Investor, man kennt's. Frühling ist so scheiße, aber ich hätte nicht gedacht, da stand Vanilletraub. Ich bin noch nicht allergisch gegen Vanille. Da muss noch irgendwas anderes drin sein. Trattini auf Englisch, First Edition. Kaiba Edition, immer noch nicht gekommen. Koffer, nee. Oh, Europe auf Basehead, zwei Basis. Stern-O-Basehead, zwei. Eliquid auf Japanisch, Niermen, Neo Genesis. Packen wir das mal ein. Hier sind so viele Trainerkarten, die will ich nicht reintun. Die sind langweilig. Ja, das packen wir an Seite. Das kommt an Seite. Das kommt an Seite. Dann haben wir noch... Gehen wir mal hier rein. Gucken, was hier noch drin ist. Das sind neue Karten. Das ist langweilig. Neue Karten. Neue Karten. Auch zu neu. Paras Dschungel auf Deutsch, Niermen. Omot Ware. Gibt's auch in Holo. Niermen. Die Vorentwicklung von Omot. Blutzuck. Auch Niermen. Und noch drei ganz wilde Kombo-Karten. Giflor Ware. Niermen. Und Duflor. Niermen. Und Mirabla, mein Liebling. Top 10 meiner Lieblings-Pokémon. Gehen wir rein. Also alleine Trattini und die Dreier-Kombo sollte schon ein bisschen was wert sein. So. Haben wir auch da. Aber ich habe jetzt hier gerade eine Vintage-Bull-Kiste. Die wollten wir einmal durchgehen und danach wollten wir keine Ahnung was machen. Weil wir sind in einem Fiebertraum und es geht halt für immer so weiter. Wir werden sehen, was uns noch alles erwartet, meine Lieben. So. Mal eine Frage. Essen Veganer eigentlich Honig? Oder ist das illegal für Veganer? Oh, wir haben hier die Entwicklungs-Kombos. Das ist geistkrank. Mauzi und Snobili-Kat. Niermen. Niermen Entwicklungs-Kombos. Das ist sehr nice für den Ordner. Dann gehen wir mal rein in die drei Entwicklungs-Kombos. Ey, Lunas, geht ab, alte Schachtel. Martin, Evelyn Stamps, bist das etwa? Du, mein Chattu, Wino, Delfino? Das klingt ja geil. Da ist das krass. Normalerweise ein Booster für den Chat gönnen eigentlich auf süß, ne? So, wir gehen rein in Mauzi-Playset. Playset Mauzis. Wer möchte viermal Niermen Mauzi besitzen? So. Luna, diese eine Riegel, die du mir geholt hast mit Vanille, diese ganz dicke, ich bin ganz allergisch dagegen. Ich bin wirklich am sterben. Meine Lippe ist einfach aufgeplatzt, weil ich den gegessen habe. Ich blute einfach im Mund. Ich weiß nicht, was los ist. Das war ein Vanillegeschmack. Ich bin komplett tot. Ich bin wirklich original am sterben. Ich weiß nicht, was los ist. Mir geht es richtig schlecht jetzt. Let's go, Mario, der Martin. So, wir haben Dutri auf Deutsch. Wir haben Pummelov in einem sehr schönen Artwork. Wer will nicht dieses schöne Stück elegante Pappe besitzen? Tauros, Niermen, Fluop, Ibitak und dazu natürlich auch Habitak. So, das ist nochmal eine schöne Sechser-Kombo. Sorry, Leute. Ich bin wirklich... Es tut mir leid. Ich mache sonst noch nicht so viele nervige Geräusche, aber ich bin wirklich am sterben. Mir geht es gar nicht gut. Spaß. Mir geht es immer gut. Bill Kartenbester zeigt natürlich keine Schwäche. Das ist ja Blödsinn. Smora, du bist ganz kurz davor rausgeschmissen zu werden. Alles gut, Luna. Ich mache dir keine... Martin, das darfst du nicht schreiben. Wir wissen das, aber das darf man nicht schreiben. Dieses Wort darf man nicht sagen. Chill doch mal. Dass du immer direkt so bist. Autokorrektur für meistgesuchtes Wort. Ich sage dir, wie es ist, Luna. Ich bin nicht böse. Alles gut. Du hast nur versucht, mich zu vergiften. Aber meine Lippe blutet. Das habe ich noch nie gehabt. Das war sehr intensiv. So, als nächstes kommt Taubos Dschungel Ware. Niermen, der ist schon ziemlich wertvoll. Aber das reicht schon nicht. Denn hier kommt noch ein Evoli hinterher. Und damit es ganz teuer wird, ein Exzellentos Arctoses des Windes. Das ist ein bisschen teuer sogar. Gehen wir einmal rein. Da muss noch irgendwas anderes drin sein, Luna. Ich bin wirklich im Arsch. Ich bin richtig, richtig tot. Du hast mich wirklich original hingerichtet. Ich wurde im Stream hingerichtet. Aber da ich Thanos bin, werde ich halt nicht sterben. Aber ich wurde geschwächt. Däger, was für Lies vorher. Lies doch, bevor du das kaufst. Niermen, Evoli. Super Zustand. Exzellentes Fossil-Georock. Und natürlich Gurt, Kleinstein. Und natürlich auch, wichtig, Kabut-Tops sind excellent. Aber, damit das alles noch schön abgerundet wird, Gurt bis Light Plate Slimer. Jetzt kommen die Kombos, auf die ihr gewartet habt. Nicht vergessen, Leute, wichtig, Evoli ist dabei. Evoli, niemand. Wirklich nicht, Luna. Das war der Vanilleriegel des Windes. Der Vanilleriegel, der mich hingerichtet hat. Meine Henkers-Mahlzeit war ein Vanilleriegel, der nicht geschmeckt hat, sondern nach Staub. Ein staubiger Vanilleriegel. Mich getötet. Der Halb-Tot-Investro. Komplett am Arsch. Oh Mann, es ist halb eins und ich bin am sterben. Ich kauf mehr davon. Ah, danke, Luna. Du bist so nett zu mir. Kadabra Base Set First Edition. Holländisch Niermen, Leute. Jetzt wird's teuer. Was wird der kosten? 30, 40 Euro? Ich weiß es nicht. Guck mal bitte nach. Let's go. Der könnte richtig teuer sein. Ich weiß es nicht. Der ist holländisch first. Also ich weiß nur, Lippe blutet. Ich wein doch gar nicht, Martin. Alles gut. Ich zeig keine Schwäche. Ich bin doch nicht uncool. Onkel Kartenwässer zeigt nie Schwäche. Hat keine Schwächen. Zehner für Kadabra Stamps. Jetzt kommt noch ein böser Boy. Relaxo Niermen, The Jungle Wear. Ich glaub, das ist mit die beste Wear aus dem Zelt. Guck mal, wie cool er aussieht. Was sagst du zur Cannabis-Legalisierung? Finde ich ganz schlecht und asozial. Das hätte nicht passieren sollten. Also das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, ähm, also ich muss wirklich sagen, zu 100% nicht 1% Unterstützung. Nicht 1%. Ich finde wirklich, Drogen in der Form komplett verbieten und wirklich viel härtere Strafen. Viel härtere Strafen. Dass wirklich, dass wenn man raucht, dass man wirklich Angst haben muss, erwischt zu werden. Dass man wirklich immer die Angst im Rücken hat, damit man aufhört. Es ist zu schlecht. Die Leute werden schwach. Aber der Staat möchte nicht. Oh, ich darf das nicht sagen, weil ich öffentlich bin. Aber es gehen Gerüchte rum. Man erzählt sich, man erzählt sich, dass die Welt möchte, dass der normale NPC-Mensch schwach ist und gefügig ist. Und wir möchten nicht schwach und gefügig sein. Wir möchten das Leben selbst in die Hand nehmen und so stark werden wie möglich. Deswegen, Karten wirst du abonnieren und so viel Geld wie möglich für materiellen Konsum ausgeben. Denn das ist das Einzige, was euch glücklich machen kann. Pappe, die glitzert oder alt ist oder selten ist. Das ist das Ding. Kommt in die WhatsApp-Gruppe Porsche Cayman S. Warum? Wie lost? Wer hat denn das Recht, einem vorzuschreiben, was man sich selber antut? Kalem. Die wenigsten Menschen sind allein. Es gibt natürlich Leute, die sind allein. Das ist meistens sehr traurig und tut mir sehr leid. Man sollte als Mensch nicht alleine sein. Ein Mensch ist ein Rudeltier. Wenn du allein bist, mach was du möchtest. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Aber die meisten Menschen sind nicht allein und haben Menschen bei sich. Und diese Menschen sind vielleicht gerne bei dir oder wie auch immer. Und wenn du die, wenn du dann rauchst oder sonst was machst oder Drogen konsumierst, bist du für die ein kleines Problemchen. Dann sage ich euch, wie es ist. Und dementsprechend, man möchte gut sein für seine Mitmenschen und nicht eine Last für die Menschen sein. Oder wie auch immer man das nennen mag. Der ist gut. Last ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Excellent. Excellent. Also ich bin 100% gegen Drogen. 100%. In jeder Form und Variante. Niemand Evoli ist teuer. Was meinst du mit hinbekommen? Der Chat ist sehr viel. Ich kann nicht alles auf einmal lesen. Raus aus der Matrix. Wir wollen starke NPCs sein. Materieller Konsum holt schon den Fiebertraum. Mir fällt gerade auf, dass ich noch nicht im Discord selber bin. Karte Investor redest von den geschwächten Menschen und geht kaputt von der Vanilleregel. Ah ja, Linuskopf. Junge, ruckst du hier auf einmal Drogen. Aber was ist denn, wenn alle rauchen? Ist ja schlecht. Ich selber trinke ganz, ganz selten Alkohol. Ganz, ganz selten. Ich trinke ganz, ganz selten Alkohol. Also nur an Feiertagen eigentlich und auch nie viel. In Holland kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe noch nie holländische Nachrichten gehört oder sonst was. Kriminalisiert weiß ich nicht. Das meine ich nicht. Also die Sache ist halt nur, ich sage dir, wie es ist, Caleb. Ich habe schon Leute kennengelernt, die das machen. Ganz viele. Ich kenne hunderte Leute, die das machen. Auch näher und sehr gut. Und die Sache ist, warum ich das sage. Sage ich dir, wie es ist? Pass auf. Macht, was ihr wollt. Aber nur eine Sache. Warum ich sage, dass ich gegen Drogen bin. Ganz einfach. Ich mache mal ein Giveaway an. Dann können wir das Thema auch abschließen. Ich habe Leute gesehen, die haben keine Drogen genommen. Haben angefangen, Drogen zu nehmen. Und haben weitergemacht. Und ich habe die Veränderung mitbekommen bei diesen Menschen. Und dadurch, dass ich die Veränderung gesehen habe. Früher war ich gar nicht dagegen. Mich hat das gar nicht gejuckt. Das war früher für mich völlig uninteressant. Sage ich euch, wie es ist. Früher war das für mich so. Macht, was ihr wollt. Aber als ich gesehen habe, wie man abdriftet, habe ich nicht so gefühlt. Und Alkohol ist natürlich auch ganz schlimm. Gar keine Frage. Wenn man Alkoholiker ist, hat man sehr starke Probleme. Der hat hier eine kleine Delle. Aber ich sage immer, man sollte das Beste aus sich rausholen. Und halt nicht auf der Couch chillen und einfach nur sich wegbeamen. Ich weiß nicht, was das hier für ein komischer Kratzer ist. Oder Dreck oder was auch immer. Einfach. Wie heißt der hier nochmal? Knodelluf? Kann das sein? Knodelluf? Also die einzige Sucht, die ihr haben solltet, ist Kaufsucht beim Onkelkart Investor. Da sehe ich mich aktiv drin. Pappe macht euch ganz kurzfristig glücklich und dann ist doch alles gut. Guck mal, Misty Swish. Ganz krass. Ich packe mal die Trainerkarten weg. Und noch ein Pixie. Excellent. Snobili Cat. Kommt auch böse in Nirmand. Und. Das sind schon wieder nur Starter. Die haben wir jetzt schon tausendmal gehabt. Den haben wir auch schon. Gucken, was hier noch ist. Ist hier noch irgendwas? Oh ja. Dann gibt es noch dreimal Wasserenergie Base Set 2 dazu. Weil die auch jeder braucht wahrscheinlich. Zwei Random Vulcanos. Selber Tempus und Kamsin und Purpur. Das ist alles neues Zeug. Oha. Uh, das sind coole Karten. Gucke ich gleich mal rein. Wir sind gleich mit der Kiste durch. Ich habe keine Lust mehr auf die Kiste. Die langweilt mich jetzt. Bibor. Digga, ist die Shadowless? Oder warum ist die so hell? WTF? Packe ich mir erstmal an Seite. Base Set 2 Goldini. Omot. Dschungel. Sieht niemand aus. Oha. Oh, hier sind ein paar richtig gute Karten bei Tod. Base Set 2. Porenta. Und noch ein Knogger. Und noch ein Salatmann. Ich glaube, der ist... Der ist niemand, aber der ist an der Seite ein bisschen gewölbt. Bisschen abgeknickt. Und Hornlio und Ratatatata und Mautzi und Nidorina und Tauros und Rihorn und Owei und Pummelhof und nur Fans auf Englisch und Nidorina und der hier und der Trattini Niermund geistkrank. Und Team Rocket Karten. Und Team Rocket Karten. Uff. Wunderschönes Trattini. Nur kleine Ecke weiß uns niemand. Klatsch. Klatsch. Dick da. Ganz fettes Artwork. Boah. Ich denke mal, das reicht für einen Haufen. Kurz Chat lesen. Wo Digimon-Sticker? Weißt du was wegen Nachmitteln? Ne, noch nicht. Fritte. Moment. Fluffelhoff heißt der Spinner. Alles außer Steroide verbieten. Geht ins Gym trainieren. Ganz krass. Beste Sucht. Also Kaufsucht verliert man gefühlt fünfmal so viel. Kenne auch ein, zwei, die haben nie Maske gemacht. Dann einmal Pappe gekauft, tot. Was? Wann mal nicht Bulgstaff? Kommen wir dann mal zu den Harry Potter-Zickern. Patty Reich, wir wollen was rippen. Jetzt geht's auf. Okay. Ihr merkt, man merkt immer bei mir, wenn ich keine Lust mehr habe. Ist euch das aufgefallen? So. Weg mit dem Scheiß jetzt hier. Tausend Karten auf einmal. Sehr viele gute Zustände. Fünf Stunden später, Ansko. So, jetzt ballern wir das alles durch. Das ist schon ein Bild. Das ist schon wirklich viel. boh, 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 boh pat, 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 pat boh, da ist Salatmann einfach so alles, was ihr wollt, Leute alles, was ihr wollt ich sag ab jetzt immer, dass es alles gibt ich sag immer zu jeder Frage einfach ja damit die Leute einfach warten und am Ende, wir machen nur Book und es darf nicht eine sagen wenn ich dann was sehe, was dabei ist, was ihr euch gewünscht habt ich packe das einfach weg das ist der Investortrick, da seh ich mich drin So, jetzt kommen wir nochmal in ein holländisches Tangela Niemand Mindestens 1000 Euro wert Wer, wer hat auf Whatnotch mal holländische Basehead Karten Angeboten, wer, wo sind diese Menschen Zeigt sie mir Basehead Die sind 20 Euro wert oder so die Karten War es 1 Euro Tod Der war gebrochen, Max, Max Gift Poeda Und Koppeling So, jetzt packe ich mal die Scheiße weg Ah, Tunes Das macht krass Sinn Können wir jetzt aufhören mit den Karten Ich kann das nicht mehr, Leute Der Fiebertraum ist wild Oh Aber sind Drogen nicht allgemein schlecht, Leute? Sollte man das lieber nicht nicht machen? Oder? Ich finde das nicht gut Oh Oh Rein in die Futterluke Der hat das von mir geklaut, Tunes Das ist mein Spruch Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut Also ich kann das nicht feiern einfach So, ich packe mal kurz alles weg Secret Rears raus Aber die guten Hits einfach nicht, Digga Maschallah Danke, Fritz Danke, Mann Korrekt, dass du es zu schätzen weißt So, Jojo können wir auch mal machen Ich kann auch nicht viel länger warten Er kommt damit immer erst um 2 Uhr oder so Warum muss der jetzt Bruch kommen? Ein Bruchdisplay geht doch fit, oder? Ich verstehe, das ist Warhammer Ich habe Warhammer-Figuren Im Laden Jetzt Leader-Display mit Holy Jones Habe ich gehört Auf Plus-Basis Auf 10-Euro-Leader-Basis Also passt auf, Leute Ich muss jetzt kurz die Einzelkarten wegpacken Das müsste aber noch da reinpassen Aber das machen wir jetzt natürlich noch nicht Die Einzelkarten sind auch weg Und die auch Jetzt habe ich ein bisschen Platz Aber auch nicht viel, ehrlich gesagt So, wir gehen rein in, weiß ich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Büsterchen Ne, komm, wir machen 7 So 2,10 Meter ungefähr hier raus So, 7 Booster 7 x 7 sind 49 Also irgendwo zwischen 40 und 50 Euro ist das wert Ich bin 26 Jahre alt Polly Pocket hätte ich sehr gerne Kurz sterben Ich bin so am Arsch Was laberst du, Fritz? Ich bin 20 Zentimeter größer als du Also ich bin so 1,75 Guten Abend Niki vom Drachenhort 38 Euro für Märtyros Bitte noch Ripp in den Chat schreiben Dann mache ich dir den ganzen Spaß auf Und ziehe die mächtigsten Karten, die du jemals gesehen hast 95 Und dann geht's mal los 7 kleine, entspannte, erfrischende Booster Vom mächtigsten Set Wo man einfach gar nichts bekommt Unami ist nicht schlecht Ich bin 26, ja Boah, richtig witzig, Fritz Die ersten Packs sind eh immer Bruchsafe, ja Wieso Macher? Hm? Bin alter Sack mittlerweile Patty mit 18 war krass Voll der Süße Mit 18, ich hab einfach noch Zahnspange gehabt Tod 26 ist sehr alt Es kommt immer drauf an, was man so macht Die Zeit läuft mir davon, Leute Aber lass uns nicht davon reden 35 hast du gedacht? Oh, guck mal, eine gute Karte Nicht schlecht Ohne Bart wärst du safe Größter Milch-Bubi Guck mal, Fritz Du siehst aus wie ein Hund Also rede nicht So kleiner Reche Junge, Junge, Junge Dieses Packs durchschnitt Mach ich nie Es gibt nicht alt Für mich ist gar nichts alt Für mich ist so Wirklich Rentner sind alt Sobald du keine Farbe mehr In den Haaren hast Dann bist du alt Nee, danke Eros Alles gut Bin bedient Hä? Was will der Chat von mir schon wieder? Alles was ihr wollt, meine Süßen Ich hab alles am Stizzle Wizzle Wizzle 2, 3, 4, 5, 6 Und das siebte Pack noch auf süß 7 Bauchschmerzen Packs Und wir gehen rein Guck mal, Viva Es geht nicht darum, wie alt man ist Es geht immer nur darum, was man aus seinem Leben macht Und wie mächtig man wird Und was man für ein Vermächtnis hinterlässt Und ich hab mich dazu entschieden Mein ganzes Leben mit Pappe zu verschwenden Ich meine, zu investieren Das sind sieben Booster, Leute Sieben Stück Was für 29 Euro? Was ist da los? Sieben Packs Frische Augenbrauen? Was heißt das denn? Vinboy, let's go Vinra Boah, Hiuri Oh, Hiuri Lüg nicht, Viva Du hast eh nicht Geburtstag Hat Zeig mal die gleiche Karte Komplett schon mal tot Hey Boah, Leaderpack Nice Hast du heute wirklich Geburtstag? Und du willst aber zur Arbeit kommen? Das ist mega nice von dir Korrekt Erwarte ich auch von dir Schick Ausweisfoto jetzt, wenn Viva Ich glaub dir nämlich nicht Sonst hättest du nicht gesagt, dass du kommst Hoodie, Evelyn Jones Vin ist der größte Lappen Ich sag's euch, wie es ist Ja, ich mein bester Junge Den ich jemals kennengelernt hab So Wie fandst du deine Packs, Viniboy? War krass War heftisch, oder? Heftisch Ich glaub ich behalte das einfach Vin Ich behalte das einfach Als Strafe, weil du immer so frech bist So 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 Erstmal weggescampt Vin scammt fühlt sich mal richtig gut an So Das ist die 96 Viva hat Foto geschickt Das ist geistkrank Er hat am 2.4. Geburtstag Was ein Hund Was für 2001, Digga Krass Was heißt denn Niederlassungserlaubnis? WTF Digga, wo kommst du denn her? Du hast einen Aufenthaltstitel Alles gut zum Geburtstag, Viva Kein deutschem Pass Uff Kein deutschem Pass WTF Bist du nicht hier geboren? Das ist crazy Und dann spielst du den ganzen Tag nur Yu-Gi-Oh Was mit dir? Herz Glückwunsch, Viva Lasst uns für ihn singen Ich bin alleine Das geht schlecht Aber Morgen singen wir für dich im Laden Und du kriegst natürlich auch ein kleines Präsent Aber korrekt von dir Dass du an deinem Geburtstag Rückstand zur Arbeit kommst Da seh ich mich drin Das klingt sehr nach Gutem Mitarbeiter tatsächlich So, wir gehen rein In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster Dann sind nur noch 3 Stück übrig Okay Wir gehen rein in 7 Packs Und los, da geht's Genau, Fritti Ne, Pokémon, alles easy Der YouTube Chat Der YouTube Chat wünscht dir auch alles Gute, Viva Das sind deine wahren Freunde Was meinst du, Jason? Bei diesen 30 Cent pro Transaktion Verdient Water tatsächlich nicht viel mit Weil das geht an Paypal Weil das geht an Paypal 51 Euro Let's go Äh, Kostaki Schreib bitte noch RIP in den Chat Dann mach ich hier auf Achso, stopp Wir haben was vergessen Das sind ja 10 Booster Und da sind ja noch alle Hits drin Das heißt, du musst 3 Stück picken Schreib rein 3 Zahlen Hier oben ist 10 Ganz unten ist 1 3 Zahlen Die du raus haben möchtest 8 bis 10 Uh, das war eben bitter Ich hoffe, das wird diesmal nicht bitter sein, mein Freund Let's go Wenn du jetzt wieder verkackst, bist du Komplett tot Wenn niemand redet mit dir Ich hab die eh geklaut jetzt Das sind jetzt meine auch Braucht gar nichts zu reden Die wurde es weggescampt Kleiner Reche So, jetzt komm Boah, ich hab ganz Angst Das sind nur noch 3 Packs Uh, da ist was drin Das ist ein Lieder Und das ist Es ist Es ist ein grüner Lieder Ihr wisst, was das heißt Es gibt nur Hoodie, oder? Bester Lieder auch Glückwollend Du hast den besten Lieder gezogen Den man ziehen kann Es gibt gar keine bessere Karte Also wenn ich ein Display aufmachen würde Würde ich auch nur Hoodie ziehen wollen Will auch keinen anderen Braucht den auch Du hast den letzten Mal auch Hoodie gezogen Es gibt nur den einen Gibt keinen anderen Wieso mit Ansagen Hab ich doch gar nicht gesagt Oh, da ist noch was drin Nein Ich weiß, was das ist Willst du nicht lieber eine Kamme haben? Bitte Wenn das Tashigi ist, ne? Das ist so nice Ein Pack ist ja noch Das haben wir Boah Also, das war doch mal Nice Gutes Lieder Display Ich packe das zu dem Bulk Also legit 50 Euro nicht mal Sehr, sehr belastend Sehr, sehr wild Und nicht schlechter Ich spreche Pokémon kommt auch noch Klar Kommt alles in die Tüte Kommt mal, Bulk Das ist fast so schlimm Wie das Pokémon von eben Also dieser Lieder ist geistkrank, ne? Ich frage mich, ob der irgendwann teuer wird Vielleicht sieht der irgendwann auch mal was So, das war jetzt Tüte Nummer 97 Also jetzt müsste hier noch eine Secretware oder eine Altart drin sein Das heißt Entweder eine Secretware oder eine Altart In drei Boostern Let's go Im schlimmsten Fall Wäre es noch eine normale Altart Im normalen Fall wäre es eine Secretware für 25 Euro Hallo hat Ahnung Vertrau, Bruder Vertrau Also ich finde 31 Euro reichen, ehrlich gesagt Also mehr Sollte man nicht bezahlen Mehr als 33 sollte man nicht bezahlen Das sollte reichen Gehen wir rein Domi, Evelyn, Stamps Riptid, Shit Da sehe ich ein Lieder Soll ich zulassen? Oder umtauschen? Pudding So Wie findest du Don eigentlich? Sanji Ja Ist gut Wäre besser als so ein Judge oder sowas Also Zwanni ist drin Oder 25 auf süß Der wird gerade besser Die Secretware sind allgemein immer okay Boah, der sieht auch echt cool aus Der beste Hit Denjuro So Also die krasseste Karte kostet 1400 Ist einfach Manga Zorro So Klatsch Ich habe noch vier Booster Und nur, dass ihr wisst, wo die herstammen Aus dem letzten Display von Locada Nicht das, was wir heute aufgemacht haben Was wir im letzten Steam geöffnet haben In dem Case war keine Enchanted drin Let's go 6 Euro ein Pack 6,12, 18 24 Euro wert Let's go Boah Boah Na klar, Amy Taylor. Ist doch kein Problem, mein Freund. Los geht's. Und wenn ihr jetzt da gebildet kommt, werde ich so einen nach Tara-Move abziehen, wie ihr ihn noch nicht gesehen habt. Schmutziger Schmutz. Boah, Ferkel. Das ist ein nicer Hit. Oh. Na klar, Backpfeifen geben. Alles, was du willst. Tot. Die 99. Und wenn wir mal reingehen in drei Paldera Evolve deutsche Booster. 15 Euro wert. Wir gucken mal, was die so gönnen. Warum machst du das nicht mehr über YouTube? Die Plattform hier ist relativ neu in Deutschland. Und wir testen das halt mal aus. Und es ist echt hier sehr, sehr cool. Was bedeutet das? Hallo. Also man hat hier schon einige Funktionen, die man halt bei YouTube auf keinen Fall hat. Und dementsprechend ist das schon nice. Also alleine Einzelkarten ist schon sehr, sehr nice. Es geht schneller und besser und einfacher. Mehr Zuschauer auch. Weil hier alle, also hier sind alle Zuschauer, sind praktisch, wissen um was es geht. Und bei YouTube ist das so, du guckst halt rein und so. Das ist halt schon wesentlich, wesentlich nicht lukrativer, das nicht. Aber es ist einfach, einfacher. Ich brauche nur eine Person, ich brauche nur mich. Machen wir auf. Janiboy, ja, ne? Also ich kann das einfach alleine machen. Das ist schon ein Game Changer für mich. Weil auch wenn ich hier das Zehnfache an Provision bezahle. Oh, einfach eine goldene Karte. Nice. Brauche ich keinen Nun neben mir. Ja klar, die Provision hier ist ultra hoch. Ultra hohe Provision. Aber ich bin alleine. Ich kann... Boah, Digga, wie ziehen wir aus diesem Display? Geisteskrank. Skarabon. Der sieht ultra flausch aus. Boah, der schönste. Das war eigentlich eine gute Bestellung. Seit wann gönnt Pokémon eigentlich? Und ich sage dir ehrlich, wie es ist, Bugpfeifen geben. Es gibt noch nicht so viele krasse Streamer, die hier auf der Plattform sind. Es gibt vielleicht drei, vier große. Und mich. Also so fünf maximal. Und der Rest ist ganz klein. Das sind ganz kleine Leute. Und dementsprechend, das ist halt cool, von Anfang an wo dabei zu sein. So, wo gehen wir jetzt rein? Ist das die Tintenlande etwa? Boah, Pappe. Vier Lorcaner-Booster auf. Ganz süß und entspannt, habe ich gehört. Let's go. Das Display haben wir eben aufgemacht. Find dich aber am besten. Alle anderen machen eigentlich nur Pokémon. Du bist da etwas diverser. Vielen Dank, Mann. Du bist so nett zu mir. Also ich mag alles, was Pappe ist und glitzert. Und was so teuer ist, dass man sich das kaum leisten kann. Und trotzdem gibt man sein Geld dafür aus. Ah, danke, Fritte. Star Wars ist ultra scheiße. Boah. Ich liebe das. Viel zu nice. Ich sehe mich da richtig drin. 6,18, 24 Euro. Uff. 17, tut weh. Nein, nicht wieder der Österreich-Versand-Mensch. Tot. Zum Beispiel Kinder? Was meinst du? 18 Euro. Heaven, du willst ohne Bulg. So, nur die letzten drei Karten auf süß. Ja, sieht cool aus sogar. Lucky einfach. Ah, legit. Die haben wohl. Also die Sache ist so, mit Kindern sich das zu leisten, das ist tatsächlich nicht so. Ich sage dir ehrlich, wie es ist. Klar gibt es Kinder, die können sich das nicht leisten. Und es gibt auch Erwachsene, die können sich das nicht leisten. Aber es ist ja meistens das Geld von den Eltern. Und die Kinder von heute sind viel wohlhabender, als wir Kinder waren. Ihr müsst euch vorstellen, als ich ein Kind war, wenn ich ein Pack, ich habe niemals einen Booster einfach bekommen. Das war für mich, das gab es nicht. Also einmal sind wir in den Urlaub gefahren, geflogen. Und am Flughafen gab es Booster. Und da haben wir ein einziges bekommen, obwohl wir Geschwister sind, zwei Stück. Wir haben eins geteilt. Ein Booster. Es gab das nie, dass man einfach einen Pack bekommen hat. Vielen Dank, Uysen, fürs Giveaway. Da gehen wir mal rein. Legendär. Das ist ein krasser Move. Und wenn wir halt Geld gespart haben, 20, 30 Euro, dann sind wir halt in den Yo-Gi-Oh-Laden gefahren und durften uns da was aussuchen für unser Geld. Und es gab halt nur an Weihnachten und an Geburtstag gab es Karten oder sowas geschenkt. Aber ich sage es euch, wie es ist. Die Kinder von heute, die kommen rein, die nehmen Displays. Ich rufe jede Woche zwei, drei Eltern an, weil ich lege da ganz großen Wert drauf, weil ich habe da gar keine Lust drauf, dass die Eltern dann reinkommen und sagen, mein Geld zurück. Ich rufe jede Woche Eltern an, weil das unrealistisch für mich ist. In Düsseldorf ist es noch extremer als in Gladbach. In Gladbach war das einmal im Monat. Hier ist das jede Woche dreimal. Da kommen 10-Jährige rein. Die sehen aus, als wenn die können nicht lesen. Haben 300 Euro in der Tasche. Bar dabei einfach. Auf einmal, dann kommen manchmal 12-Jährige rein, die sehen aus wie kleine Lappen, als wenn wir sind 5 Jahre alt. Die sehen aus, als wenn ich habe gerade, ich kann gerade Rechtschreibschrift, äh, Rechts, wie heißt das? Rechts, nein, äh, Schreibschrift, als wenn ich habe gerade Schreibschrift gelernt. Auf einmal sagt, äh, kauft er sich ein Display für 140 Euro und sagt, er möchte mit Karte bezahlen, hat seine eigene Karte. Und bezahlen, da sind über 100 Euro drauf auf der Karte. WTF ist das? Was sind das für Kinder geworden? Und dann, am schlimmsten sind die Eltern, die mit Kindern kommen. Weil die Eltern sind dann so normale Menschen, so NPCs. Und die Kinder kennen sich so perfekt aus. Und dann einfach, das Kind sagt so, ja, ich will die Box haben. Und ich sage so, es gibt die Box in zwei verschiedenen Größen. Zum Beispiel war letztens die Celebrations Box. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, mit Pikachu. Die kostet irgendwie 70 Euro. Und da gibt es eine größere Version, die kostet 100. Und da sagst du, ja, die kostet 100, ne? Und der Vater, nicht mal das Kind, hat gesagt, ja, pack uns die für 100 ein. Ist doch egal. Komplett tot. Also, das ist jedes Mal so. Wenn ich sage, das ist teuer, nimm lieber das. Die Eltern sagen, ist doch egal, nimm das einfach. Einmal One Piece Starter Deck. Das war das krasseste. Da habe ich Augen verdreht, weil ich das so dumm fand. Passt auf. Das fand ich so blöd, dass ich war sauer auf den Vater. One Piece Starter Decks kennt ihr alle. Die kosten um die 15 Euro. 15 Euro für ein Starter Deck ist ja okay. Hast du ein ganzes Deck. Dann gab es aber ein teures Starter Deck, nämlich das Navy Starter Deck. Und das kostet 65 Euro als Starter Deck. Guck bei Market. 65 Euro zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet. Wahrscheinlich noch teurer. Einfach. Dieses Kind sagt, er will das haben. Er sagt, er will das haben. Und ich sage, pass auf, such dir gerne ein anderes aus. Das ist sehr teuer. Die anderen sind fast das Gleiche. Kostet aber nur 15 Euro. Das kostet 65. Und der Vater sagt, willst du das haben, mein Junge? Ja, Papa. Aber ich nehme auch ein anderes. Kein Problem, Papa. Pack das ein, Mann. Und nimm das für 65 Euro. Gar keinen Sinn. Als wenn da ist was Besseres drin. Das Kind hat nicht mal Hüllen gekauft. Ich musste so sagen, bitte nimm Hüllen dazu. Komplett tot einfach. Also, weiß nicht. Ich gebe den Kindern immer Sleeves mit. Also, grundsätzlich gebe ich jedem Kind, was in den Laden kommt, frage ich mir mal, hast du Sleeves zu Hause? Die sagen, nein, was ist das? Und dann gebe ich hier so eine Packung von so ETB-Sleeves. Die kosten ja nichts. Oder eine Packung Penny-Sleeves kostet auch nichts. Bei Onkel Katrin war es immer voll free. So, wir gehen nochmal rein und vier Puster. Puster. Vier Stück. Ich glaube, es sind nur keine Goldweiß bis jetzt draußen. Oder vielleicht eine. Cool, young boy. Cool. Also, ich habe damals... Also, geklaut habe ich nie richtig. Ich habe damals bei meinen Eltern in der Kleingeldschublade, Kleingeldnähbox, immer 80 Cent draus genommen für diese Magnetbooster von Pokémon, wenn ihr die kennt. Eltern beklauen ist unkorrekt, ja. 17 Euro wird immer günstiger einfach. Also, ich habe halt diese Kleingeldbox, das war halt für mich nicht klauen, ich habe das halt einfach genommen. Aber wir hatten halt früher nicht viel Geld und meine Eltern waren dann ein bisschen sauer, aber die haben nur 80 Cent gekostet. Also, es war jetzt nicht so krass. So. 102, dann gehen wir mal in die Rippen rein. Einen Gold und alles ist wieder raus. Ursula wäre gut. Dagobert Duck wäre gut. Mein Vater hatte damals einen Kiosk, durfte mal was öffnen und habe zusammen mit ihm im Kiosk gezeugt. Legit, Uysten. Einfach zweimal die gleiche Karte. Letzte Pack. Boah, das Beste war früher immer, wir hatten nebenan so einen ganz schlechten Kiosk, das war nur Zeitschriftenhandel, die ist Gold. Der war ganz scheiße, der hat nicht mal Getränke verkauft, ohne Sinn. Nur Zigaretten, Lotto und Zeitschriften. Also wirklich, der hatte ein Bonbon-Regal, das war ungefähr so groß. Da waren Mentos, Kaugummis und Tic Tacs, das war's. Also, total bescheuerter Laden. Ich glaube, die haben den auch verkauft. Und, ähm, also total verrückt, keine Getränke zu verkaufen. Auch noch nie so dumm. Also, überleg mal, da waren jeden Tag Leute und so Autofahrer, die haben sich kurz was geholt, die hatten keine Getränke da. Das ist crazy. Mein Handy ist gerade so circa 70 Prozent heiß, ist das normal. Hab langsam Angst. Vielleicht sollst du das in die Hosentasche tun, dann kannst du keine Kinder mehr kriegen, Junge. Dann ist ganz vorbei. 70 Grad ist Todesheiß. Die Mega-Heroes-Hefte waren die Beste. Nee, die hatten auch keine Karten, die hatten irgendwann mal diese Pokémon-Magneten. Ich kann euch die mal zeigen, warte kurz. So, irgendjemand hat gerade nach Fiebertraum gefragt, wann es so weit ist. Da gucke ich schon mal rein. Warte kurz. Diese Magnete, da gab es immer drei Stück. Einer war Holo, zwei Kammen für 80 Cent. Ist Lokana zukunfts- und langfristig genauso gewinnbringend wie Pokémon, das in 20 Jahren WTF? Keine Ahnung. Boah, schwer. So. Wir gehen rein in... Magnete. Krampel. Pur. Sollfels. Sonnenfels. Sonnenfels. Und pur Enthoron. Jetzt geht's los. Ansgo, wo bist du? Keiner will diesen Magneten haben. Ich glaube, ich lege noch einen drauf. Ich lege noch Kadabraim pur drauf. Hundtail. Ich behalte die einfach. Das sind jetzt meine. Ich behalte die alles. Und alles meine. Ich will die gar nicht verkaufen. Das sind meine. Oh, okay. Ciao damit. Ich hab noch die legendären Pokémon-Lami-Cards dabei. Kennt ihr die? Die sind geisteskrank. Die hab ich früher auch gesammelt, weil die so günstig waren. Auch wild. Ganz beinah damit voll. Ansgo, bist du im Chat? Ansgo! Ansgo! Bist du im Chat, Ansgo? Ist Ansgo im Chat? Wo ist Ansgo? Ah, ja. So, meine Süßen. Also die Karten sind von 2000 oder von 99. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich mach sofort ein neues Giveaway auf. Der Troll im Klo. Die Harry Potter-Karten. Es gibt sogar Ghostwares. Die hab ich auch. Troll im Klo. Niemann Condition. Die Karten sind immer gewölbt wie eine Banane. Das ist normal. Ich hab die alle bei Ebay drin. Ich hab die regelmäßig verkauft. Das ist tatsächlich Top-Premium. Troll im Klo. Nee, kostet so 4, 5 Euro. Wieso will den keiner? Ansgo geht rein. So lieb ich meinen Ansgo. Ich hab das nur für Ansgo mitgeholt. Bin auch sauer, wenn er den nicht nimmt. Darf ich schlafen? Nein, nein. Das ist Quatsch. So, Ansgo. 1 Euro schon mal gesichert. Und jetzt passt auf. Jetzt kommt ganz wilde Kombo. rein da. Bulg. Ich hab nicht richtig geguckt. Können auch Wears bei sein. Jetzt geht rein. Jetzt wird ganz wild. So, wir gucken mal rein. Boah. Nein, das ist sortierter Bulg. Nein. Boah. Das ist eine Wears. Das sind alles Wears. Oha. Die sind alle toll. Die kosten alle über einen Euro. Uff. Ein Fünfer. Boah. Das ist bestimmt 50 Euro wert. 180. Nein. Das sind alles Wears. Ich dachte, das sind alles Cummins. Ich dachte, das sind nur Cummins. Das sind einfach 20 Wears drin. Okay. War plus. Nicht schlecht. Ich hab kurz Minus geschoben. Weil ist egal. Für Ansgo gönne ich. Ah, Wattestäbchen. Gönne ich auch. Ich muss die wegpacken. Ich hab ganz viel Minus gemacht. Die sind wirklich teuer. Nein. Komplett tot. Also das ist so tot gerade gewesen. Für 5 Euro. Ich hab nicht. Weil ich nicht geguckt hab. Boah. Ja, ich zeig dir den Bein da, Junge. Lamin Cards Special Edition. Schön Gen 3 am Start. Hier gibt's ohne Ende. Da sind alle dabei, Junge. Guck dir die Scheiße an. Boah. 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 2006. So. Ich muss das. Wo ist die Einzelkartenpost? Das ist die hier. Wie findet ihr Harry Potter Karten eigentlich? So. Mit dem restlichen Lokan und Display? Ja. Könnte man machen. Aber wie wäre es, wenn wir nochmal Harry Potter Bult machen, ohne dass ich reingucke? Was haltet ihr davon? Vielleicht sind da wieder West drin oder vielleicht auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht geguckt. Ja, mal rein. Was ist das für komische Schwalb? Äh, was erzählt ihr da? Ja, gucken wir mal rein. So. Oh. Die starten direkt mit der Wear. Wieder Wear. Also, wenn du rechnest, jede Wear 1 Euro ist schon mal nicht schlecht. Das sind Uncommons. Boah. Das sieht aus wie Ho-Oh. Phoenix, Feder, Zauberstab. Kommt böse. Place it. Das sind wieder Wears. Gleis 9, Dreiviertel. Sehr beliebt. Wieder Wears. Uff. Wieder Wears. Ich glaube, ich hab tatsächlich aktiv Minus geschoben. Kleiner Stapel. Fast alles Wear's. So. So. Dann gehen wir rein in. Boah. Was haben wir denn hier? Oh. Harry Potter Karten. Nice. Watsch. Bisschen Bulke, Wien und Delfine. Und ich guck vorhin nicht rein. Was haltet ihr davon? Vielleicht sind da auch mächtige Holos dabei. Das ist ein bisschen weniger als eben. Ganz gucke ganz tief rein in die Bauchschmerzen. Und was haben wir hier? Cumons diesmal. Ein Cumons. Uff. Da ist keine Wear dabei. Gut, dass du nicht viel geboten hast. Das ist Bulke. Logikrätsel. Lege die Abenteuerkarte, die dein Gegner ausgespielt hat, auf seinen Ablagestapel. Du erhältst die Belohnung. Kommt ganz krass. Kommt krass. So. Als Strafe, weil ihr so viel Druck macht, gibt's jetzt Harry Potter. So. Jetzt geht's los. 105. Bis weg ist auch. Guter Stapel, Harry Potter. Schön stapelig. Let's go. Schöne Harry Potter-Karten. Lasst Ansco nicht immer gewinnen. Andere sollen auch ein bisschen Plus haben. Er will nur seine Ebay-Account pushen, weil er reich ist damit. Boah. Ansco überbietet sich selbst. Wir gucken mal rein. An Cummins. Super. Super fügt deinem Gegner fünf Schadenspunkte zu. Boah. Boah, Cummins. Boah. Boah. Waldroll kommt. Ganz krass. Uff. Das sind nur Cummins. Richtig win. Richtig win. Danach wird heftig. Versprochen. Die Harry Potter-Karten liegen seit drei Jahren im Keller, aber ich sag mal nichts dazu. Jetzt ein Stapel, der doppelt so dick ist wie eben. Der passt kaum in den Großbrief rein. Boah. 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 Ganz dicker Stapel. Jetzt geht's los. Ich mache das nächste Giveaway an als Strafe für mich. Wayne hat mir ein Video geschickt. Hm. Ich weiß nicht, was in dem Video passiert. Sieben Euro für Zions. Warum gehst du da rein, Zions? Was geht bei dir? Was heißt das denn? Boah. 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 Mit der Kollision auf Englisch sogar auch dabei. Diesen Richtsteuer. Cummins. 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 Boah. Patti Potter Also Tunes Die 7 Euro sind einfach So nice So lieb ich das So als nächstes gehen wir rein in den Stapel Hier ist irgendwas anderes dazwischen Machen wir den Stapel mal ein bisschen größer Die sehen irgendwie komisch von der Seite aus Ich weiß nicht was das ist Aber wir gehen rein, blind Die Kiste ist fast leer Leute Es ist fast leer, wir haben es fast geschafft Wir müssen da jetzt durch Was ist da drin Vielleicht sind das ganz krasse Karten Was ist das Ey das ist wirklich was cooles Okay Anski jetzt hast du gewaltig plus gemacht Oha Jetzt hättet ihr bieten sollen Leute Hier sind mächtige Cummins und Uncummins Jetzt wird krass Lord of the Wings The Fellowship of the Wing Death of the Gatekeeper Boah Tod Das sind ganz alte Tops Karten Eluding Das kenne ich gar nicht Was heißt denn Eluding The Wing Weights Die sind doch safe was wert oder A treacherous track Jetzt kommt ganz krass Transmutation Boah Boah Konstrictor Hansko Ich glaube die sind wirklich Das sind Tops Karten Herr der Ringe Tops Das muss krank sein Google mal bitte So Leute Ihr wisst Bescheid Ich hoffe dass ich in Zukunft immer einmal am Tag Fiebertraum aktivieren kann Die Fähigkeit ist ganz 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 geisteskrank So das ist zu viel für einen Stapel Das sieht gut aus Ein dicker Stapel Wannapiece Ich meine Harry Potter Das ist von Wizards of the Coast Die gleiche Firma die damals Pokémon und heute noch Magic macht Dicker Stapeli Stapeli Was habe ich mitbekommen zu uns? Ach Mir doch schnuppe Der kriegt gar nichts Ich kann das nicht einfach machen Weil sonst komme ich durcheinander Ich versuche dran zu denken Wenn es so weit ist So Haufen Comments Sehr nice Korrekt Oh hier sind Wears dabei Okay jetzt wird es wieder besser Ich brauche neue Tüten Ne Wir machen das schon irgendwie Ich muss bei Whatnot verschicken Ich kann eine Abholung geht gar nicht So Kleiner Stapel Plus nochmal Stapel Okay jetzt mache ich einmal auf Ernst Dreifachen Monster Hyper Stapel Ultra Stapel des Windes Könnte bis zu 6 Millionen Euro wert sein Oder vielleicht um nur ein Zwanni Aber wir gucken mal Helino Potta Bulco Ganz krass Das könnte euch gehören Dieser ganze Stapel Pappe könnte der Euro sein Euer Pappstapel Mächtige Pappe Für 7 Euro Verkauft an Unscore Evelyn Stamps Je nachdem wie viele Wears drin sind Entscheidet das Ob das Plus oder Minus war Boah Safe Master Set auch übrigens Gar keine Wears Plus Aber nicht für dich Ganz tot Einfach krass Durchgängig 16 Leute Also wie viele Leute Schreibt eine 1 In den Chat Wenn ihr euch für Harry Potter interessiert Wenn ihr das interessant findet Ich will die 1en sehen Zeigt mir die 1en Eros Besta Ehremann Jawohl 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 Boah Unscore feiert das sogar doppelt So Ganz Oh Da sind Holos dabei Oder eine Holo zumindest Gehen wir rein Da gehen wir rein Ich hab nur noch so 150 Milliliter Wasser Dann ist er tot Also der ist auf jeden Fall dabei Der ist natürlich Geistcrank Däger Cummins 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 Hat gar kein Reality Symbol Komplett tot Oh Mann Cummins Nice Combo Troll im Klo Also TCG Heaven Dünnes Eis Kurz vor Hausverbot So Brauche mehr Tüten Let's go So So 111 Sehr krass Jetzt machen wir noch mal einen Oh shit Oh ja Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus Weil Hier ist ein bisschen eingesleeved Dicker Stapel mit Sleeves drum Da muss man rein Die Sleeves sind ja nicht umsonst drauf Oder Die alle haben Sleeves Könnte was sein Was ist das Boah Ich kann nicht mehr heizen Wow Das war Das war Ich hab umgedreht Und ich hab gedacht Das sind Holos Das sind einfach keine Holos gewesen So geistkrank So ein kranker Moves Das war krass oder Das war Ultra intensiv Also damit der Traum Gleich vorbei ist Gibt es Gleich machen wir eins Wenn ihr mich abfuckt Dicken Stapel Los geht's Dicker Harry Potter Stapel Boah Boah Dieser Baby Drache Ey heißt sogar Baby Drache Loie Mega legit Boah Boah Die am Anfang Haben bis jetzt am besten Aber Tunes Er muss ja das Erfolgserlebnis haben Dafür Er kauft das doch nur Für das Erfolgserlebnis Ansco wartet den ganzen Tag Darauf sein Geld zu opfern Einfach nur für Scheiße Das ist so nice Ich liebe das Einfach Harry Potter Karten Ich hatte mal ein Sealed Display Davon Okay mega dicker Stapel Los geht's Locana kommt safe 100% Safe Monster Stapel Was ist da los Wo sind Tüten Oh shit Ich muss einmal kurz einpacken Also Leute Gebt mir eine Sekunde Ich sag's euch wie es ist Eine Sekunde brauche ich Weil meine Kiste ist voll Ich muss einmal kurz Platz schatten Dein ganzer Karton ist voll So Karton ist gewechselt 113 So Neuer Karton ist einsatzbereit Das hier war die letzte Bestellung Wo sind Tüten So Tüten habe ich auch am Start So Kann man's Ich glaube das sind Where's Weiß ich nicht Yugi wäre nice Machen wir jetzt safe Bleibt noch ein bisschen dran Dann geht's ab mit Yugi Oh So das ist die 114 Und wo ist die Kiste Mit den guten Karten Ah da Was müssen meine müden Augen Da erblicken Oh Vintage Sticker Von Herr der Ringe Und ein ganzer Stapel Harry Potter Karten Wow Das ist der Shit Leute Das ist der Shit Wer möchte ins unendliche Plus Wer möchte reiten Das Auge Wow Geistkrank Nice Das war natürlich eine heftige Sammlung So wo sind die Tüten Hier So 115 Jetzt gucken wir mal nochmal rein Kiste ist fast leer Letzter Stapel Das ist alles was noch da ist Das teilen wir jetzt durch 40 Und dann ist das okay Stapel des Windes Hallo ist einfach Zukunftsseher geworden Zu krank Also es ist immer dieses 3 Euro Ich könnte auch So 3 Karten Nimm es mir trotzdem 3 Euro einfach Aber ich gönne einfach Ansko Weil er Ehrenmann ist Und wir müssen die Zeitschleife halt immer füttern Sonst geht das nicht So Kleiner Stapel Los geht's Ähm Bei den Wares tatsächlich nicht Bei Cummins ja Aber Wenn du Lots machst Genauso wie ich das gerade mache Kriegst du das Geld safe wieder Oh diesmal 2 Euro Weil kleinerer Stapel Ich verstehe So gleich können wir einen Monster Stapel machen Okay Komm scheiß drauf Scheiß drauf Wir machen jetzt einen Monster Stapel Okay Alles Ich habe doch giveaway gerade gestartet Wieso ist es nicht angegangen Ansko geht rein Achso erstmal gucken Oh cool Komplett tot So 1 1 Sehr nice Ich kann nicht mehr So Als nächstes Boah Was haben wir denn hier So Einen ganzen Stapel Dragon Ball Holos Leute Karten Nicht nur Holos Einfach komplett alles Unser Ziel Guckt euch das an Boah Da ist sogar was Glitzerndes dabei Travis got Boah Janimba Boah Ganzer Stapel Ganzer Stapel Oh Mann So Als nächstes Oh da glitzert es schon wieder Ein ganzer Stapel Dragon Ball Hier sind super viele Holos drin Boah Der sieht geisteskrank aus Einfach der hier Oha Guck mal Der ist Gold Der ist Mangaware Einfach Geisteskrank Also Boah Der fette Gotenks Hier sind ein paar krasse Karten bei Let's go Einige Holos Boah Das war leider viel zu viel Aber ist scheißegal Wir gehen da rein in den Speckmantel So Das ist die 120 1 2 0 Oh es läuft immer noch Es läuft immer noch WTF Ich kenne mich ehrlich gesagt Mit Dragon Ball Komplett gar nicht aus Das Display hat Luca Letztes Jahr aufgemacht Wer hat mir das so gegeben Weil er hat gar keinen Bock Er hat die Karten reinzustellen So als nächstes Gehen wir rein In wie viele Boah Komm Ich gönne euch mal Ein ganzes Pack Ein Lorkana Booster Es sind ganz viele Holos noch drin Äh goldene 4 Euro für Tunes Da gehen wir rein 4 Euro ist auch schnappi Finger, Nagelhaut Reiß wieder auf Äh rede nicht so Hallo Wir brauchen dich hier So Dann geht's weiter Das war die 121 Was haben wir denn hier noch In der guten Kiste Boah Digimon Karten Ne Da hab ich ja gar keinen Bock drauf Das war nicht wieder weg Jetzt wird's wild Harry Evelyn Potter Und der Stein Der Weisen Tattoos Mit Hermine Granger Den Zauberstab One Weasley Wollte gerade schon sagen Ansco Was war da los All die sind legit was wert Das ist ja auch kein Spaß So Sachen sind ultra gefragt So Ultra gefragte Sticker waren krass Haben wir noch irgendwas cooles wie in der Kiste Oder ist hier noch Digimon drinnen Das kann die Dragon Ball Karten jetzt auch langweilig machen Das nächste Mal So die Kiste kann wieder weg Boah Boah Okay das mach ich nur einmal Danach gehen wir rein in Lokana Versprochen Eins Zwei Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Eine ganze Ordnerseite voll mit Burtramon Rein in den Speck Ganze Seite Burtramon Jetzt wisst ihr Bescheid Leute Wer geht da rein Neunmal die gleiche mächtige Karte Tausend Euro für Ansco Glückwunsch Hast du dir gegönnt Let's go Oh Mann Ich wollte mir gerade dreimal das gleiche Deck bauen Zu Glück hast du dir angeboten Auf die Karte Investor So Wo gehen wir jetzt rein Leute Die Tinten landet drei Packs Sechs Zwölf Achtzehn Auf süß Oh der Koch ist online Ihr müsst wissen Ansco hat den größten Ebay Shop Deutschlands Der kriegt alles weg Der verkauft eine Karte für einen Euro mindestens Plus Versand Und verdient am Versand 30, 40 Cent Und an der Karte selbst Natürlich auch nochmal 50 Cent Der lebt Von diesen Streams Das muss man sich mal vorstellen Aber ich gönne die natürlich Eine Hand, welche die andere So Gehen wir rein Bauchschmerzen Oh Malefix Evelyn Stamps Das heißt die hält sich schon mal raus Schrott Schöner Burg für mich Nice Danke dir Korrekt Digga Mach mal schöner Ey Ansco ohne Spaß macht das Das wird so nice Da sehe ich mich komplett drin So Ne viele Booster sind noch da Nochmal drei Booster Und ein Bird Ramon Jetzt geht es rein Honig habe ich hier am Start Aber ich bin zu faul das zu machen Das ist ja auch mit Vanille Ja Ja Patrick Auf jeden Fall Leider nix. Komplett cool die Deckel. Aber Bertramon ist dabei. Weil du nichts gezogen hast, kriegst du noch Paragos Iswing Orders dazu. Glückwunsch. Onkel Karten Westen macht aus einer schlechten Bestellung eine gute. Die letzten zwei Booster des Displays, danach können wir in ein weiteres Display ballern. Ich hasse das, wenn dieses Licht reflektiert. Jogio kommt selbst auch noch. Wieso 15 Euro? Das sind so zwei Booster. Wer ist denn noch für Harry Potter? Oh, Malfix und Holo. Hantik-Karten? Oh, Star Wars seh ich mich gar nicht drin. Also Star Wars zieht richtig runter, find ich. Danach geht es mir richtig mies. Ich hab letztens noch einen Darth Vader gezogen und danach ging es mir ganz schlecht. 126. Also Harry Potter Karten hab ich gefühlt, das ist von Wizards of the Coast. Cool Reaktions, mega. So, das Display ist leer. So, wo Lokanermenschen? Neues Display, neues Glück, danach machen wir Yu-Gi-Oh! Oh, Enchanted Tod. Ich wieg immer die ganzen Cases ab einfach komplett als ganzes Paket. mit der Hand so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster. 6 x 6 sind 36. Wieso das denn? Wir haben eine ganz schlechte nur gezogen, der kocht dieses einen Schiff. 1, 2, 3, 4, 4, 5. So. Ich wollte gerade sagen würden, ich habe gemerkt, wie du gezittert hast. Bis hierhin. Tot. So, meine Hand ist komplett tot auf meinen Finger. So, eine goldene nochmal, Wind ist wirklich ein Bait, er gönnt einfach nicht, weil da sehe ich mich drüben. Wind bald auch Mod einfach, der Scammer-Mod. Weil ich hätte schon gerne diesen Dago, wenn ich nicht ehrlich bin. So. Schmutz. Tot, TC Geven, tot. Also, ich fand gut, dass wir dieses Schiff gezogen, das war krass. Weil wer will schon den Dago-Bett haben? Tot. Du hast ja einen Krammer-Taler gehabt, Mann, der ist mega gut. Oh Mann. Was? Eine Karte, auf die ich aus Versehen geschrieben habe? Das weiß ich gar nicht mehr gerade, was du meinst. Legendär NPC, Alex. Da sehe ich mich drin. Das klingt schon sehr nach mir, aber ich packe die Giveaways eigentlich nicht selber. So, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr hier. 7 Booster auf einmal. 7 x 6 sind 42. 2 und 4 Euro Ballern jetzt einfach auf schnelle Welle-Elle. Bei uns wüsst ihr eh der reicheste von hier. Also, Tunes, als ich dich und deine Mom gesehen habe, du bist der reicheste hier. Niemand ist reicher als ihr beide. Ich habe das gesehen, vom Anfang an. So. Fall bei PayPal ist so legit, Jungs, da sehe ich mich komplett drin. Weil dann muss sich irgendein echter Mensch wirklich darum kümmern einfach, da sehe ich, das feiere ich komplett. Extreme Liebe dann. Zu nice. Dieser eine Mensch ist dann so gewastet, dass ich das angucken muss. So, jetzt komm her. Jetzt gönn doch einmal was. Mein Finger blutet gleich. Kommt mir doch keiner auch immer die, äh, die guten Packs am Ende. Ist das normal? Tod. Boah. Boah. Scheiße, du willst ja nur die Hits haben. Oh, ne goldene Mickey Maus. Oh, ne goldene Mickey Maus. Das sind die Hits. Nebleven war ganz tot einfach. Das war komplett tot. Crank a shit man. Also diese 15 Euro Versand TCG Heaven töten mich aufs Neue. Da wird nichts mit 3 Euro Versand. Was musst du eigentlich für den Versand bezahlen? Ah, nice. Ihr müsst aufpassen, äh, der Koch. Mach das lieber im Discord oder sowas. Wenn du im Whatnot Chat schreibst, lass, äh, kauf mir die ab oder so, wirst du gesperrt bei Whatnot. Da musst du ganz aufpassen. Ihr könnt deinen Chat mitlesen. Geht einfach auf meinen Discord oder sowas, wenn ihr sowas machen wollt. So, sieben Boosterchen. Let's go. Sieben Packs auf ganz entspannte Wino. Ich bin immer näher daran, einfach den TCG Heaven zu blocken, ne. So, die 129 sollen wir aufmachen, Turbis. Boah, keine Ahnung, Eros. Auf der Website muss es auch geben. Aufmachen oder zulassen? Aufmachen und let's go. Bauchschmerzen. Jetzt müssten eigentlich die Hits kommen, oder? Fäkel war krass. So, jetzt komm. Oh, ne goldene Malefix, die geht ab. So. 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 Letzte Pack. Jetzt noch eine goldene, ist Mager. Vielleicht noch was cooles. Vielleicht noch mal Robin Hood mit Ansage. Leider nicht. So. So Leute, ich geh schlafen. Ich hab was ich wollte. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich hab vielleicht noch ganz feine Sachen dabei, Ansgo, wenn du jetzt schlafen gehst. Könntest du die verpassen, mein Freund. Belastend. So. So. 1, 2, 3, 4. Das sind die letzten Booster des Displays. Let's go. Alles klar, Mr. Schauhns und Reinzens. 6 12 18 24 wieso so teuer eigentlich wieso überbietet ihr euch einfach keiner gönnt die letzten packs star penguin machen wir auf oder war das los rip that shit los geht's müsste aber nach meiner rechnung noch mindestens eine goldene drin sein tot zwei stück haben wir noch milo tec ich glaube der kostet 20 oder so kommt ein hit geht noch vier euro nur ho 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 tot ah guck mal eine holo die kostet mindestens 1000 euro oder sowas war doch gar nicht schlecht zwei goldene und eine davon voll 15 euro guck mal zwar nie raus 10er nur minus bei vier booster geht schon hätte schlimmer sein können jetzt haben wir hier drei englische jojio packs und nochmal drei englische jojio packs gehen wir rein dreimal phantom nightmare dreimal lds 3 let's go ich habe auch englische displays bei mir willst du das haben der koch was war das für ein geräusch können wir gleich reingehen der koch ist heiß 131 kurz gestorben so machen wir auf oder lassen wir zu maize of memories habe ich irgendwie verloren ich weiß legit nicht wo es ist ich finde das gar nicht mehr ich habe letztens geguckt ich habe es nicht mehr gefunden einfach dieser menschen spekta jamarashi oha die hat misprint guck mal da oben er glitzert einfach tot super rare verzeihung tot so noch mal den gönnjamin würde ich sagen wow okay das ist krass die karte ist so selten ist die teuerste karte aus dem set kostet über 20 euro nicht schlecht auf jeden fall plus gemacht sehr nice sehr sehr nice gezogen sehr gute karte echt so boah dieser bulk komplett also einfach das kostet einfach 2 euro versand mehr das ist so tot das war das davon weiß ich nichts kann natürlich seiten spätestens wenn der we print dann kommt dann wird es natürlich günstiger so englisches dieser player jetzt geht es rund wir machen mal sieben booster sieben mal okana let's go ist englisch was ist im chat komplett tot vielen dank dafür sehr nice sehr nice sieben booster sind 42 euro leute let's go der koch gönnt sich tc gavin gönnt sich noch mehr der koch ist aber reich und ich habe den karamell gefasst erst optimal mhm klebriger finger kommt böse Kennen sie mein Waschbecken eigentlich? Kommt ganz krass. Kurz Hände gewaschen, MacGyver kurz geworden. Jetzt kommt Save Big Hit mit Schokolade, Edding, Honig, Karamellfinger auf Wurstbasis. Der Koch schreibt viel zu wenig in den Chat. Die reichen Leute schreiben immer am wenigsten. Malefix. Jetzt gönnen wir uns einmal was Feines. Wendy Darling. Schmutz. Schmutz. Die kann man, also so eklig habe ich auch noch nie aufgemacht, war geistkrank. So eklig aufmachen, die Packs nämlich erst mal von der Seite. Laber nicht Eros, laber nicht. Ich glaub dir nicht. Also wir machen einfach so auf und gucken mal rein. Zack. Boah ist das scheiße. Zack. Oh die teuerste Karte aus dem Set. Nice. Sehr nice. TCGF geht einmal nicht rein. Seine Chase-Karte... Digga, ich kann nicht sprechen. Er geht einmal nicht rein. Direkt Chase-Karte. So nice Eros, das muss so sein. Oha. Digga, er hat alle Hits geballert, die es jemals gab. Wenn jetzt noch ein Schaden kommt, ist ganz böse. Ach, das ist der Koch. Der zählt immer alles. Hab ich vergessen. Wow, das war richtig gottlos. Was für Storno mit Honig ist mehr wert. Honig beste. Tüten? Ah. Also, dass du das weggemacht hast. Eros fand ich sehr unlegendär von dir. Also hol dich auf Karte. das Plus. So. Dann gehen wir einmal rein in vier Booster. 6, 12, 18, 24 Tacken. Kurz sterben. los翌ooo los flou los 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 Spielt hier jemand Goofy Deck, kommt ganz krass. So, jetzt geht es los, epische Mocke. Und letzte Pack. Schmutziger Bauchschmerzenschmutz. Also ich würde sagen, wir machen pünktlich um zwei aus, oder? Was haltet ihr da vor, meine Lieben? Ist das ein realistischer Investor-Move? So, Yo-Gi-Oh sagst du. Ich habe hier noch ein bisschen Rarity Collection, ein Booster, das sind so 20 Euro. Hier gibt es noch die drei dazu. Was haltet ihr davon? Viermal deutsch Rarity Collection, dreimal LDS 3. Komm, wir machen noch ein letztes Giveaway, dann ist auch mit Giveaways Schluss für heute. Booster, da sehe ich mich gar nicht drin. Wir machen nicht mehr viel, Leute. Also wenn ihr jetzt nochmal rein wollt, dann jetzt. Gleiches Ende im Gelände. Alex, willst du aufmachen, oder willst du zulassen? Willst du den Bulk haben? In diesen LDS 3 Boostern ist so gottlos viel drin. Guck mal, wie dick die Packs sind. Ein Booster einfach. Und, tot. Jetzt geht es los mit dem Set hier, Chaos-Rauben. Echt, bloß ein Ulti wäre nice, oder wenigstens, wie heißt es denn mal, ein Permanence oder Tropfen. Warrity Collection ist schon nice. Tot. Oh, das ist korrekt, dann kann ich es wirklich wesentlich kleiner packen. Oh, Nibiru-Ulti geht ab. Guck mal, das sind nur sechs Booster gewesen, das ist so tot. So. Komplett am Arsch, diese Karten. So. So, dann gehen wir. Wo ist das Display? WCF? Wo ist die Warrity Collection? Da ist runtergefallen. Und dann gehen wir nochmal rein in vier Booster Warrity Collection. Einen LDS 3. Schon wieder runtergefallen. Und ein Phantom Nightmare. Also der Zeitschleife zum Opfer gefallen ist ein Gardevoir in Altart. Und ein Double Pack von One Piece, das habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe das an dem Tag, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ein Double Pack hat halt gefehlt. Und ich habe wirklich den Müll einmal leer gemacht und habe den ganzen Boden sauber gemacht. Das war wirklich nicht mehr da. Komplett weg. Kann sein, dass ich morgen nochmal Double Packs kaufe, einfach auf süß. Aber die waren halt nicht so gut. Domi, gehen wir rein und lassen wir zu. Das ist korrekt mit dem Bult behalten. Walls of the Imperial Town. Rarity Collection. Boah, der Topf kommt nochmal böse, der ist echt gut. Jetzt gerade habe ich keine Double Packs, aber ich wollte nachkaufen morgen eventuell. Ich kriege halt die in Düsseldorf relativ schnell besorgt, die Sachen. Weil NRW ist ziemlich gut ausgelegt, was Händler angeht. Also ich mache einen Anruf und dann kappe ich die Sachen innerhalb von einer Stunde da. Und Permanence geht ab. Boah. Muss ja den Bult wohl nicht behalten. Das ist die 135. Und dann gehen wir rein in die letzten vier Booster von Rarity Collection. Zwei Phantom Nightmare. Eins, vier, sechs Booster, LDS-3. Vier Phantom Nightmare, äh, zwei Phantom Nightmare und vier Rarity Collection. Das ist leider zu spät schon, Benni. Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Bitte sagt nur, dass ich den Bult behalten kann, denn das ist echt todesviel. Vier Rarity, zwei Phantom Nightmare, sechs, LDS-3. Also, E3, Oza. Die ersten Displays, die wir hatten von den Double Packs, waren geisteskrank. Geisteskrank. Immer drei Hits, immer ein Leader drin. Dann die letzten drei, die wir hatten, war immer nur ein Hit. War komplett amal. Ich kann nicht den Bult behalten, Travis, Evelyn, Stamps, Ultraware. Macht mich auch traurig, dass du auch woanders bist. Sage ich dir, wie es ist, Oysen. Alles klar, das ist kein Problem. Deine Seele muss mir gehören. Teil der Crew, Teil des Schiffs, Oysen. Ah, zehn Prozent ist schon viel. Zehn Prozent Oysen ist immer noch krass. Weißt du, wie ich meine? Stell dir vor, du hast zehn Prozent Oysen, dann bist du schon heftig. Kannst du nicht einfach so abgeben, zehn Prozent Oysen. Ich sammle Seelen, Leute, einfach. Ich sammle einfach Menschen für die Zeitschleifer. Habe vor kurzem in meinem Team zugeschaut und gesehen, wie jemand für die letzten zwei Open 07 Booster. Okay. Das ist natürlich Tuff. Und was war dann drin, TCG Heaven? Oh, alles verrutscht. Ich sehe nichts mehr. Zehn Euro Karte. Legit. Also, Oysen, ich sage es so, wie es ist. Wer Kritik ausübt, der muss auch loben können. Ah, macht Sinn, TCG Heaven. Mh. Du hast recht, das ist ja teurer als ein Display-WTF. So. So. Hab in den blauen Honig reingefasst. Komplett tot. Also die Frage ist halt, ich frage mich immer, weil meine Streams sind ja irgendwie, ich will jetzt nicht sagen besonders, aber besonders crazy auf jeden Fall. Ganz andere Nummer. Wie ist das, wenn ihr normalen Streams guckt, bei normalen Menschen eigentlich, die nicht komplett verrückt sind? Ist das dann ganz mysteriös? Ist das dann für euch so, langweilt ihr euch dann, wenn da keine Zeitschleife ist? Fühlt ihr euch dann frei? Wurde fast gebannt. Oh, lol. Da fühle ich mich fremd. Komm, ein Giveaway machen, das ist der letzte Giveaway des Tages, Leute. Letzte Giveaway des Tages. So. Wurpapp-Investor. Ey, ich hab noch einen Locana-Booster. So, das sind 6, 12, 18, 24 Euro. Dann würde ich sagen, machen wir auch Startpreis 24 Euro auf korrekt. So, los geht's. Ich hasse das, dass ich jetzt noch nach Hause fahren muss. Ab nächste Woche kann ich endlich von zu Hause aus streamen. Was meinst du mit Quali? Steam von zu Hause ist halt einfach so, ich kann halt einfach sagen, boah, ich muss gleich nicht mehr nach Hause fahren. Ich mach weiter, bis ich wirklich sterbe einfach. Und das ist halt egal. Qualität, also kameratechnisch und so, sag ich euch ehrlich, wie es ist, ist schwer mir was vorzumachen, weil wir haben wirklich, wir haben Studio, das haben halt die wenigsten. Also, das haben vielleicht zwei, drei Leute auf der Plattform. Ich hab halt diese Kamera, die halt einfach eine Million Poké-Dollar gekostet hat. Ich glaube, also bei Whatnob ist die Kamera-Qualität nicht so gut, weil die das halt runter skalieren. Aber wenn ihr bei YouTube die Videos guckt, das ist geisteskrankte Qualität. Das ist wirklich einfach 4K des Todes. Schlafanzug sehe ich mich drinnen. Und dann wird sowas gehen, wie Weihnachtstreams und sowas. Lasst euch nicht blenden, das Studio ist voll gemüllt. Also müsst ihr euch vorstellen, das Studio ist so asozial dreckig, manchmal stehe ich auf und fall einfach hin. Aber ich fall da nicht normal hin, weil ich muss dann aufpassen, dass ich nicht auf Displays drauf trete. Ich fall komplett auf die Flasche hin, das ist komplett vorbei. Richtig mit dreimal drehen und hin und her und dann komplett tot. Ich hab eben einen Kaffee weggeschmissen, der war grün. Das war auch intensiv. Waren auch 2, 3 Fliegen einfach drin. War krass. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Wir gehen rein in nochmal 4 Booster. Wir machen das Display noch kurz leer, würde ich sagen. Komplett tot. Also, ja, aber zu Hause hat 1000 Vorteile, meine Frau kann mich wirklich theoretisch ablösen. Und, also ganz theoretisch kann ich mich wirklich ablösen, so oft sie will. Und, ähm, das heißt, das wird schon mal wild und ich kann wirklich nachts, zum Beispiel jetzt am Wochenende, wenn jetzt wirklich Samstag ist, das heißt, Samstag kann das Ding wirklich open end sein, wie wir Lust haben. Dann gibt's 6 Stunden, äh, kommt deine Frau dann streamen. Ja, ja. Ich lass dann meine Frau komplett mal streamen, mal 2 Stunden oder so. und die soll dann sich ein bisschen auseinandersetzen mit den Sachen und dann lernt ihr ihr das einfach. Dann wird sie einfach ein NPC sein und einfach die Packs aufmachen und sagen, so Leute, was ist das denn jetzt? Ist das gut oder schlecht? Und dann könnt ihr alles erklären im Chat und dann schön ihr das beibringen und dann hab ich auch was davon, weil dann kann die auch im Laden besser Kundenservice machen. Das wird richtig lustig, weil sie ist halt wirklich girly girl und sie kennt sich 0% aus, gar nicht, noch nie irgendwie damit auseinandergesetzt und das ist halt bei ihr so, wenn ich ne Karte, ich hab letztens einen weißen Drache für 2000 Euro gekauft, sie sagt so, cool, nicht mal geguckt. Nein, Eros, die soll ja keine Einzelkarten machen. Die soll einfach jetzt zum Beispiel, die hat gesagt, die würde gerne Locana machen, weil sie Disney kennt und weil das noch so neu ist, dass sie sich damit auseinandersetzen kann. Ihr geht jetzt zum Beispiel mal hin, die ersten Zins bin ich dann wahrscheinlich auch dabei, natürlich die ersten Minuten oder Stunden und dann machen wir das alles ganz süß. Hallo, roter Sammler. Wir lernen ihr das ja und das geht doch schnell zu lernen, Leute, wenn man ehrlich ist. So, was haben wir noch? Als nächstes gehen wir rein in, wer hätte das gedacht? Kommen jetzt einmal fünf Packs und dann ist fertig die Geschichte. Fünf Büsterchen. Ab geht's. Na, also die sollen erstmal nur UVP-Produkte machen, kann man nicht viel falsch machen. Ich sag ihr, was die kosten, ich sitze ja daneben und dann kommt sie in den Flow und soll mal ein Case durchballern, beispielsweise. Ist doch scheiße, ob das für Minus weggeht oder nicht. Das Schnuppe sind fünf Booster diesmal. Und dann ist halt interessant, weil vielleicht, ich hab den Gedanke, okay, Winn, vielen Dank. Ich hab den Gedanke, dass es halt lustig wird, weil sie sich halt eben nicht auskennt und dass man dadurch, weil zum Beispiel, wenn ich meinen Kindern beim Nintendo-Spielen zugucke, denke ich mir, wie cool das früher war, als ich diese Geheimnisse entdeckt hab. Und für sie, sie entdeckt ja auch dann die Geheimnisse von Sammelkarten und versteht dann erstmal, wie das funktioniert. Das sind die letzten Lorcaner-Packs für heute. Und vielleicht versteht sie dann, warum wir das so fühlen und auch wenn nicht, ist auch egal, aber es wird schon legit. Starpiguen, rein oder raus? Einpacken oder Zielklassen oder Auspacken oder war das hier los, Jung? Ripp den Shit. So, die letzten Lorcaner-Packs des Windows. Die schlimmste Karte, die es gibt in diesem Spiel, die habe ich wirklich original in jedem Display. Das tötet mich. Ja, es gibt mehrere Displays, die 30 Euro kosten. Das ist leider sehr schlecht, dieses LG 9. So. Komplett tot. Noch zwei Packs. So, Baby. Letzten zwei Booster. Alles klar, Eros. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Was ist denn morgen? Montag. Ne, morgen ist Dienstag. Aber morgen müssen wir einen kleinen Stream auf jeden Fall ballern. Machen wir wieder 19.15 Uhr oder sowas. So, das war's. Dann packen wir das noch weg. Leider nur ein Hit. So. Lexi Tiger töte mich nicht. So, Baby. Wir sind durch, Leute. Fast 300 Bestellungen geballert. Jan Boy möchte zwei, drei Booster haben. Kein Problem. Ballern wir kurz. Hier sind drei Boosters. Spark of Rebellion. Eins kostet fünf Euro. Let's go. Alles klar, Viva, my boy. Nächstes Stream ist morgen um 19.15 Uhr oder halb acht sowas um den Dreh. Zwischen sieben und halb acht. Oh, drei Euro fühlt sich schon mal gut an. So, 140. So, Jan Boy will rein. In die Pappe. So. Glückwunsch, Jan Boy, für deine Pappe. Und dann würde ich sagen, meine Leute, meine lieben Leute, es war ein angenehmer Stream. Hat Bock gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder zwischen sieben und halb acht. Gucken, was wir da für Pappe am Start haben. Vielleicht kaufe ich Double-Packs von One Piece, damit wir komplett Bruch gehen können. Das lohnt sich halt für mich eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Aber aus Spaß können wir das vielleicht nochmal machen. Ansonsten habe ich noch den Rest von One Piece Case. Da sind noch drei Lieder und eine Special Wear drin. Auch nicht schlecht. Aber, meine lieben Freunde, wir sehen uns morgen Gute Nacht, schlaf schön und träumt was Schönes. Ciao, mit au.